Einen wunderschönen Abend, liebe Leute da draußen. Willkommen hier beim Spielejahr 2002. Und wer das Jahr 2000 und 2001 verpasst hat, holt das natürlich bitte nach. Aber was die Sendung überhaupt ist, erfahrt ihr jetzt. Ja, falls ihr bisher noch nie dabei wart, will ich euch natürlich kurz erklären, was das hier für eine Sendung ist. Jetzt aber zunächst möchte ich kurz meine Gäste begrüßen und angefangen mit dem digitalen Colin Gäbel, weil der würde hier sonst ein bisschen untergehen. Diese Menschen, die vor Ort sind, die seht ihr natürlich. Hallo, Colin. Und du hast auch was Schönes mitgebracht heute, das zeigst du uns gleich noch. Mit dabei sind natürlich aber auch der gute Simon, der gute Gregor. Hallo, hallo. Krieg Colin nichts zu sagen oder so? Nee, der Colin darf nichts sagen. Nein, der hat gleich noch seine Sekunde, was vorzustellen. Und natürlich aber auch der Wirt, der heute wieder den Job übernehmen darf, unsere Wertung zu notieren. Ich krieg kein Adjektiv. Hab ich nicht wunderbar gesagt? Hm, schreib's in die Kommentare, ob's da oder so. Ja, genau. Und wie jetzt? Ja, der Wunderbare Wirt ist natürlich auch dabei. Aber zunächst möchte ich mal ganz kurz erklären, was in dieser Sendung hier überhaupt passieren wird. Und zwar werden wir, oder haben wir schon zum dritten Mal jetzt das Spielejahr geratet, beziehungsweise werden heute zum dritten Mal das Spielejahr raten. Nicht immer dasselbe, ne? Nicht immer dasselbe, das wär ja total lame, genau. Wir haben geraten oder geratet, jetzt werden wir haten. Ja, ist die Frage, ne? Kommt drauf an, welche Spiele so dabei sein werden. Also einige. Genau. Wir besprechen immer 25 Titel aus einem Jahr. Ja, und wir haben einfach mal 2000 angefangen und jetzt besprechen wir das Jahr 2002. Und das sind sehr starke Spielejahr. So viel kann ich schon mal verraten. Ich wollte nur kurz eine Sache sagen, das mir gerade aufgefallen ist, wie lustig das eigentlich ist, dass das Jahr 2000 für uns Vergangenheit ist. Also so richtig, das ist aber lange her. Komm, wir hören bei 2000 auf, weil noch früher, da sind die Leute auf Steinreifen irgendwie noch. Da gab's doch gar keine Videospiele. Ja, da gab es da schon Videospiele. So fühlt sich das an, wenn du das so sagst. Aber ja, es ist wirklich lange her. Nein, aber dafür haben wir ja auch eine andere Sendung. Und zwar hier vom guten Gregor, der Retro-Club. Das ist ganz praktisch. Ich hab tatsächlich sehr viel 2002-Spiele gezockt, weil Future Club 2002 steht auch an. Oh, sehr schön. Wir haben hier ultra viel Crossprobo. An der Stelle möchte ich auch mal ganz kurz sagen, abonniert doch bitte auf jeden Fall mal diesen Kanal. Sonst würdet ihr ja verpassen, was es sonst noch hier zu sehen gibt. Wie zum Beispiel den Retro-Club, den Future Club, der ansteht und, und, und. Und lasst natürlich auch sehr gerne ein Like da, wenn euch diese Sendung gefällt. Aber jetzt darf der Colin mal ganz kurz präsentieren, was er uns denn Schönes mitgebracht hat. Lieber Herr Gäbel, was haben Sie da dabei? Ja, ich hab mich auf diesen Abend eingestimmt, indem ich mir ein wunderschönes Glas Rotwein ... Nein, das stimmt auch. Aber, ähm, nein, ich hab einfach nur ... Weil ich bin ja Mr. Löchrich, was meinen Kopf angeht. Ich hab unglaublich kurzes Erinnerungsvermögen manchmal. Und 2002 ist bei mir gefühlt zwar manchmal gestern gewesen, de facto aber so lange her, ähm, dass ich mir bei manchen Spielen wirklich auf die Sprünge helfen muss. Und da hilft mir etwas sehr gut, denn ich hab den großen Vorteil haben dürfen, damals schon über Spiele geschrieben zu haben. Und deswegen hab ich einfach meinen kompletten M-Games, beziehungsweise damals hieß es so ein Maniac-Jahrgang, mir aus dem Keller geholt. Da kann ich mich im Zweifelsfall also selbst zitieren, wenn ich nicht weiß, wie Spiel X oder Y war. Das ist nämlich gar nicht so unwahrscheinlich. Man blättert in diesen Zeitschriften rum und denkt, was? Das von dem Spiel hab ich noch nie gehört. Und dann eine Seite, was? Das hab ich getestet? Ich weiß nicht, Simon und Gregor, ob ihr sozusagen als ... Auch solche Momente kennt, dass da manchmal Sachen drin sind. Hä? Aber das könnte mir halt helfen, wenn in meiner Argumentation möglicherweise Lücken entstehen, guck ich nach und dann erinner ich mich hoffentlich. Jetzt muss ich kurz was fragen. Und zwar frag ich mich, ob du reingeguckt hast, um deine Wertung zu erfahren. Das wollte ich auch fragen. Wir beide sind investigative Journalisten. Wir sind Herzblutjournalisten. Und die Frage wäre jetzt, hast du dich daran orientiert oder hast du das jetzt noch mal neu mit dem heutigen Colin-Wissen gewertet? Und wirst du gegebenenfalls noch mal zurückgucken, ob du damals dieselbe Wertung gegeben hast? Ja, das werd ich auf jeden Fall abgleichen. Aber nein, um die erste Frage zu beantworten, hab ich tatsächlich nicht gemacht. Weil ich meine, 2002 war ein absolutes Hammerjahr. Diese Vorauswahl war ja schon schwierig für die Hölle. Und von den 25 Spielen hab ich jetzt nicht alle natürlich gezockt. Was heißt natürlich, vor allem so PC-Spiele, das ist ja so leider mein blinder Flecken. Aber da sind so ein paar Titel dabei. Ich will jetzt gar keine Namen nennen, aber da ist so viel Erinnerung mit verwoben. Aber ich hab dann schon eben beim noch mal drüber nachdenken so im Vorfeld der Sendung gedacht, ja, okay, doch, hier kannst du noch mal so vielleicht wie auch damals gefühlt zeitlos in die Vollen gehen. Es sind auch Sachen dabei, die aus meiner Sicht heute sogar noch besser sind, als sie vielleicht damals waren. Aber der Regelfall ist natürlich auch dabei, dass man sagen muss, 20 Jahre später, joa, ist halt nicht alles Gold geblieben, was man gemenzt hat. Ja, das gilt es heute herauszufinden. Und wie machen wir das genau? Wir haben als Redaktion hier intern vorher abgestimmt. Und zwar alle 25 Titel, die wir heute besprechen. Natürlich hat man nicht alle gezockt, man hat nur Wertungen vergeben für die, die man auch gespielt hat. Aber ihr werdet natürlich auch integriert und ihr werdet die Möglichkeit haben, auch für diese Spiele abzustimmen, die wir jetzt Stück für Stück durchgehen. Und ja, danach werden diese Wertungen zusammengerechnet, sodass wir eine ultimative Gesamtwertung für jedes Spiel haben. Und ganz am Ende können wir das dann wiederum alles zusammenrechnen und haben eine Wertung fürs Jahr, sodass wir irgendwann diese ganzen Jahreswertungen haben und ganz objektiv festgestellt haben, dieses Jahr war das beste Jahr. Das wissen wir aber erst in zehn Jahren oder so. Und heute sprechen wir, wie gesagt, über ein Jahr, was 20 Jahre zurückliegt. Und ich würde auch gar nicht so viel Zeit verlieren und schon mal das Voting starten. Aber ihr könnt euch jetzt erst mal angucken, worum es geht. Und zwar um ein, naja, ein Spiel. Es ist ungefähr das Gegenteil vom Purple of Heart. Die sogenannte Medal of Honor ist die höchste militärische Auszeichnung, die ein US-Soldat erhalten kann. Im gleichnamigen Spiel von DreamWorks Interactive schlüpfte man in die Stiefel von Army Ranger Mike Powell und durchlebte verschiedenste Schlachtfelder des Zweiten Weltkriegs, um das Dritte Reich mit ganz viel Bum-Bum in die Knie zu zwingen. Und das war nicht nur eine Medaille wert. Medal of Honor Allied Assault war der finale Startschuss für den Weltkriegsshooter-Trend, der die weiteren Nullerjahre anhielt. Eine typisch Hollywood-reife Inszenierung und eimerweise Kriegspathos inklusive. Man war in geheimer Mission in Nordafrika unterwegs, unterstützte den französischen Widerstand oder stürmte die blutgetränkten Strände der Normandie. Und speziell die Inszenierung des sogenannten D-Days hatte es in sich. Steven Spielberg hatte die berühmte Schlacht in seinem Film Der Soldat James Ryan mit nie zuvor gezeigter Härte und Realismus in den Köpfen der Zuschauer verankert. Nun stand er den Entwicklern als Berater zur Verfügung. Nicht nur dadurch war Allied Assault ein perfekt spielbarer und opulent inszenierter Shooter mit viel Abwechslung, der von der Presse gefeiert wurde. Auch der Multiplayer-Modus erfreute sich lange Zeit höchster Beliebtheit und wurde erst in den Folgejahren von Konkurrent Call of Duty abgelöst. Ja, die Redaktion hat eine 7,4 vergeben, beziehungsweise hat sie etwas anderes vergeben, aber rausgekommen ist eine 7,4. Und an dieser Stelle, im Chat stand es gerade auch schon ein paar Mal, möchte ich auch diesen Hinweis noch mal mitgeben für die zukünftigen Spiele, für die ihr im Chat votet. Bitte stimmt nur ab, wenn ihr es auch wirklich gezockt habt. Wir wollen hier natürlich eine möglichst richtige Wertung bekommen, aber ich vertraue euch, dass ihr das auch tun werdet. Ja, und jetzt habe ich einige in der Runde sitzen. Wer hat es denn gezockt von euch? Du nicht, ne? Du bist nicht so der Ego-Shooter-Fan. Naja, ich habe tatsächlich ein bisschen Ego-Shooter zu der Zeit gespielt, weil mein PC noch relativ frisch war. Das läuft noch, ne? Ja, aber ich glaube, man kann heutzutage immer noch nicht über die Spiele sprechen, die ich damals gespielt habe, weil die große Prüfstelle zugeschlagen hat. Wett kannst du schon ruhig erwähnen. Was? Wett? Wett's the Sexy Empire? Ja, das war doch alles drauf. Ey, das war gar nicht so schlecht. Wett hat schlimme Bilder und alles, aber das war als Wirtschaftssimulation gar nicht so schlecht. Wenn wir das nächste Jugendzimmer machen, mit Spielen, von denen Mama nichts wissen darf, dann geht's nicht mehr. Ja, kannst du mich auch mal einladen. Ja, aber wir reden ja immer noch über Medal of Honor. Ach so, Wett's the Sexy Empire. Der wunderbare Wirt hat eine Acht vergeben und du bist ja auch als leidenschaftlicher Shooter-Spieler bekannt. Warum hast du eine Acht vergeben? Was hat dich an dem Spiel so gereizt? Ich hab das Spiel tatsächlich ein bisschen später erst angefangen und zwar kurz nachdem ich im Alter von 13 oder 14 Jahren zum ersten Mal The Soldats James Ryan gesehen habe. Und das war natürlich sehr einprägsam, wenn man so sieht, so die ersten Szenen der Normandie am Anfang, wie die Schlacht da begonnen hat. Und dann spielst du ein paar Jahre später plötzlich das Spiel und musst dann feststellen, holy shit, das ist ja 1 zu 1 so nachgestellt. Damals war für mich die Grafik auch so realistisch, wie bis zum Gehtichmehr. Klar, es ist nicht die allererste Mission, aber bei mir war es so, in der Schule haben alle gesagt, ey, du musst erst mal die ersten Missionen machen, die sind zwar ein bisschen langweilig, aber danach beginnst du im Wasser. Die wussten halt, zu dem Zeitpunkt wussten wir halt alle nicht, dass es Omaha Beach war, weil wir kannten den Namen halt alle nicht und so. Aber es hieß immer so, ja, ja, mach erst mal die ersten Missionen und dann startest du im Wasser und dann wirst du überall beschossen. Und das ist richtig krass. Und das ist wie in diesem einen Film. Und nachdem ich den Film gesehen habe, dachte ich so, okay, das ist echt krass. Hat das Spiel so viel Eindruck bei dir hinterlassen, dass du zur Bundeswehr gegangen bist? Das war Band of Brothers. Ei, 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 ei. Immerhin ein besserer Grund. Ey, kein Schirmjäger. Ich darf an dieser Stelle vielleicht mal aus der Ferne grüßen, denn wir haben ja, man muss ja mal fairerweise sagen, was in dem Jahr auch rausgekommen ist, ist ja quasi der kongeniale Bruder für Konsolen. Und das war natürlich Frontline. Das haben wir, glaube ich, nicht als Extraspiel in die Wertung mit reingenommen, sondern quasi ja, um jetzt nicht zu viele Doppelungen zu haben, mit reinzunehmen. Und da war nämlich besagte Sturm der Normandie-Mission, war, glaube ich, tatsächlich die allererste, und das war einfach absolut State-of-the-Art-Shit damals. Das war unglaublich gut. Optisch inszeniert, eben mit Surround-Effekten, damals auf der PlayStation 2. Und etwas, was mir damals gut gefallen hat und was mir bis heute eigentlich immer noch Freude macht und ich ein bisschen wehmütig zurückgucke, ist, das war bockschwer, aber es hatte eben noch nicht diese Autosave-Funktion mit Ducken und so, sondern da hast du noch mit Medipacks gearbeitet. Und das war für mich immer eine schöne strategische Komponente. Also, auf dem PC hab ich's mal angezockt, aber im Frontline die nicht ganz gleiche, aber eben so die Konsolen-Version, die rauskam, für mich sind das Brüder und Schwestern, die war hervorragend. 89 Prozent hab ich damals gegeben. Wow! Okay, sogar mehr als acht, würd ich mal sagen. Wie groß war die Werbekampagne in der Maniac? Nein, 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 nein. Die sind doch alle gekauft. Nein. Champagner? Nein, das ist bei einem gewissen Konkurrenzverlag, hab ich das mal mitbekommen und konnte nicht glauben, dass irgendein Mensch auf dieser Welt, ich will weder Namen nennen noch Spiele, aber ich sag trotzdem, 3 war 3, 90 Prozent gibt. Das ist, glaub ich, für jeden, der's gespielt hat damals. Und als man da die doppelseitigen Anzeigen sah. Es ist natürlich ein Späßle, weil wir wissen ja, bei der Maniac, da konnte man sich immer drauf verlassen. Absolut. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr vermutet, was dieser Konkurrenzverlag denn war. Und es ist ja nicht so, als ob die Publisher das nicht manchmal versucht haben. Und durch die Blume gesagt haben, also, wir haben jetzt hier gerade 4 Seiten bei euch gebucht für die nächsten 3 Monate und ihr gebt uns da 70 Prozent. Das macht mir natürlich sehr schwer, das zu verargumentieren, dass wir bei euch gelten lassen sollen. So wurde das dann gesagt. Verstehe. Aber was hier gar keiner kaufen kann, ist die Wertung des Chats und eben von euch da draußen. Und ihr habt eine 6,5 gegeben. Da seid ihr ein bisschen unter unserer Wertung. Wir haben ja als Redaktion eine 7,4. Und ja, aber ich finde es immer noch recht nah beieinander. Der Spagat ist nicht riesig. Erinnerungen sind ja auch einfach unterschiedlich. Aber was haben wir für eine Gesamtwertung? Das werden wir gleich erfahren. Aber Simon, du hast keine 8 gegeben im Gegensatz zu Konkurrenz und Wirt, sondern nur eine 7. Warum sagst du, das ist ein Punkt schlechter? Du bist ja näher beim Chat, kann man sagen. Du Hater. Ja, nee, es ist wirklich so, auch gerade als du die Sachen noch mal, die Elemente noch mal beschrieben hast, sind hier noch mal so ein paar Gismus im Gehirn angesprungen. Und ich hab mich an Sachen erinnert. Aber ich hab mich wirklich schwergetan, diese alten Spiele mit ganz anderer Grafik, mit reduzierterem, schlauchigem Gameplay, quasi aus der heutigen Sicht zu sehen. Ich hab mich echt schwergetan, da dann eine heutige Wertung zu geben. Ich weiß, dass ich das damals toll fand und gespielt hab. Aber ich mein, es sind schon ein paar seltsame Designentscheidungen. Guck doch mal, alleine hier im Video, dass da rechts die Munition angezeigt wird. Wo hat man das denn jemals? Stimmt, ja, die Patronen so. Also, es sind schon ... Anstatt eine Zahl. Es ist eine andere Zeit. Da steht sogar die Zahl. Ach, das stimmt, steht da trotzdem, ja. Also, vielleicht war das eine gute Idee, vielleicht nicht. Du müsstest es, wenn da keine Zahl steht, ja immer zählen, so mitten im Gefecht, so, oh, wie viele Patronen hab ich da noch. Ja, man kriegt so ein Gefühl aus dem Auge aus, wie viele man hat. Aber das ist schon eine komische Designentscheidung. Und wie gesagt, die Grafik tut ihr Übriges noch, dass man halt sagt, okay, aus der heutigen Zeit kann ich dem eigentlich keine Acht oder Neun geben. Aber weißt du was? Du lagst absolut korrekt. Denn unsere Wertung mit der Chatwertung zusammengerechnet ist eine glatte Sieben. Also genau das, was Simon gegeben hat. Und ja. Damit ist das Spiel auf Platz eins. Oh, es ist auf Platz eins. Das ist Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch, Medal of Honor. Aber das kann sich hier in dieser Show natürlich ganz schnell verändern. Vorgedruckte Zettel, ich bin beeindruckt. Wahnsinn, oder? Wir graden hier das Production Value täglich ab, kann man sagen. Nicht schlecht. Finde ich gut. Ja, aber habt ihr noch letzte Worte zu verlieren? Ansonsten würde ich auch weiter im Text springen, weil wir haben auch noch Spiele, da werden wir, glaube ich, ganz, ganz lange drüber reden. Kurz noch sagen, ohne Medal of Honor würde es heutzutage kein Call of Duty geben, weil die meisten Entwickler nachher dann zu Activision, zu Infinity Ward gewechselt sind. Und der Prototyp von Call of Duty hieß ja auch Medal of Honor Killer, weil die einfach keinen Bock mehr hatten, bei denen mitzuarbeiten. Und haben gesagt, hey, komm, machen jetzt unser eigenes zweite Weltkrieg-Shooter-Ding. Und dadurch ist dann Call of Duty entstanden. Ich würde auch gerne noch zwei Sachen hinzufügen, die noch nicht genannt wurden, die für mich Medal of Honor schon damals richtig groß gemacht haben. Und zwar konntest du auf der PlayStation-Fassung, da war das schon, konntest du Leuten die Helme vom Kopf schießen. Das war auch super neu und unique. Und Granaten wurden zurückgeworfen. Das sind so Sachen ... Zurückgetreten zum Teil sogar. Ja, genau. Das sind so kleine Änderungen. Aber die haben einen so geflasht, wenn du das zum ersten Mal erlebt hast, weil das halt vorher einfach keiner gemacht hat. Und es sind ja eigentlich simple Änderungen, die aber so viele Auswirkungen haben. Und heute wundert sich da keiner mehr, wenn so was passiert. Aber damals war das wirklich die ersten Male. Hast du gesagt, was ist denn da gerade passiert? Du hast es gar nicht gerafft. Ja. Aber das ist ja auch gar nicht so leicht, in das Genre des Shooters Innovation reinzubringen. Deshalb brauchte so ein neues Spiel ja schon einfach auch eine gute neue Idee, damit du überhaupt einen Grund hattest, jetzt einen weiteren zu kaufen. Klar, dich hat jetzt auch einfach überzeugt, dass die Szenarien, die man aus Filmen kannten, da quasi teilweise nachspielbar waren. Aber das würde mich heute noch überzeugen, wenn das irgendwie als Feature beworben worden wäre. Ja, das war auch sehr befriedigend, weil diese deutschen Stahlhelme noch so ein charismatisches Geräusch hat. Und der ist so schön nach oben geflogen. Manchmal war jemand hinter der Deckung und hast du drauf und hast du so kurz so den Helm oben drüber fliegen sehen, über die Deckung. Und dann wusste der, der nächste Kopftreffer hat. Der ist es dann aber auch. Und das war auch der Anfang, wo dann zum ersten Mal so ein M1-Garant halt diese Nachladegeräusche hat. Wie dieses Ding, 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 ding. Wo das Ding dann aus dem Magazin rausspringt. Für die Leute, die später eingeschaltet haben, es geht gerade um Kingdom Hearts. Kinky Hearts. Da kommen wir heute schon noch hin. Keine Sorge. Genau, so viel kann man schon vorwegnehmen. Aber jetzt kommen wir erst mal zu einem Fighting Game. Und an dieser Stelle noch mal der Hinweis, ihr könnt natürlich wieder voten. Votet nur, wenn ihr dieses Spiel auch gespielt habt. Und wenn ich mich nicht irre, dann votet ihr mit Ausrufezeichen SPJ und dann eben eine Zahl auf einer Skala zwischen 1 und 10. Aber jetzt gucken wir uns erst mal an, um welches Spiel es sich denn überhaupt handelt und worum es da ging. Es gab Zeiten, da hatte das Fighting-Genre noch ordentlich Konkurrenz. Nicht nur Street Fighter und Tekken bestimmten den Markt, auch Sega mischte mit der Virtua Fighter-Reihe schon seit Beginn der 90er Jahre mit. Und als Virtua Fighter 4 auf der PlayStation 2 sein Prügel-Debüt feierte, war das der endgültige Ritterschlag für das Franchise. Aus gutem Grund, mit jedem Titel hatte Sega die Kampfmechanik weiter optimiert und Teil 4 wirkte wie der Abschluss eines jahrelangen Feintunings. Das Pacing wurde beschleunigt, die Tastenbelegung wurde zugänglicher designt und die Kombos zugleich noch komplexer. Mit Button-Mashing war in Virtua Fighter 4 wie immer nichts zu holen, die Lernkurve ging serientypisch steil nach oben. Nur wer stundenlang Kombos verinnerlichte, konnte dieses Spiel wirklich meistern. Um die Kämpfe noch perfekter zu balancen, wurde sogar das Arena-Design gegenüber des Vorgängers vereinfacht. Wegen der überragenden Kampfmechanik verziehen Fans und Kritiker dem Spiel auch seine vergleichsweise mittelprächtige Optik. Seitdem der fünfte Teil der Reihe im Jahr 2006 erschien, warten die Fans vergeblich auf einen weiteren Ableger, wobei zumindest ein Teaser vor kurzem ein ominöses Virtua Fighter für E-Sports angekündigt hat. Warten wir's ab. Ja, als ich, also ich hab natürlich auch für die Spiele gestimmt, die ich selber gezockt habe. Und ich muss sagen, ich hab nur den Anfang gelesen und hab erstmal irgendwie, ich glaub, eine 7 gegeben. Und dann hab ich irgendwann gecheckt, ach, es geht gar nicht um Virtua Tennis. Das ist der Virtua Fighter. Und dann hab ich natürlich, dann hab ich meine Wertung wieder rausgelöscht. Was sagst du denn, das Ingame ist das Aufwärmen für ein Match, oder was? Ich hab nur in einer Excel-Tabelle geguckt. Also, hätt ich das Ingame gesehen, dann hätt ich's, glaub ich, gecheckt. Aber ich hätt mich noch mehr über eine 7 für Virtua Tennis geärgert. Ja, wirklich. Da kommt ja auch drauf an, welcher Teil, aber darum geht's jetzt überhaupt nicht. In diesem Fall haben wir aber tatsächlich auch nur 5 Leute abgestimmt und wir haben auch Titel dabei, da haben 20 Leute intern abgestimmt. Also, so viele scheinen das gar nicht gezockt zu haben. Wer hat's denn von euch gezockt? Ja, du musst natürlich sagen, Beat'em Ups, oder, naja, Fighting Games nennt man sie ja heutzutage, wir haben damals zu allen Beat'em Ups gesagt. Danke, liebe Zeitspriften. Ich hatte damals einen ziemlich Beat'em Ups-affinen Freundeskreis und wir haben eigentlich alle diese Sachen gezockt, die damals rausgekommen sind. Ich persönlich war nie der größte Virtua Fighter Fan, muss ich sagen. Das musst du zuerst sagst. Trotz den Mu, ne? Trotz den Mu. Ja. Aber Virtua Fighter selber ist mehr so wirklich das 3D-Fighting-Game für Experten, nennen wir das mal, gewesen, ne? Nicht zu viele Knöpfe, aber dennoch eine hohe Spieltiefe, teilweise auch ein echt hoher Anspruch. Und wenn wir gemeinsam in der Gruppe gespielt haben, dann waren wir tatsächlich eher wegen des Gameplays bei so was wie Dead or Alive 2. Tekken 4 war relativ enttäuschend gewesen, glaub ich, im gleichen Jahr. Und Virtua Fighter 4 hat zumindest noch mal, da haben wir es in der Mats schon gehört, die eigentliche Spielbarkeit erhalten, ein bisschen noch mal dran gedreht und das sah auf der PS2 noch vergleichsweise sehr gut aus. Und wir hatten es so ein bisschen in der Rotation und ich weiß es zwar zu schätzen, aber es war nie mein absoluter Megaliebling. Finde ich gut, dass du das alles sagst, weil da kann ich mich direkt dranhängen und auch bei mir nur sagen, dass das Problem war, wenn du einen Freundeskreis hattest, der auch keinen Bock hatte, diese Kombos, wie gerade eben gesagt, stundenlang zu üben, dann hast du halt ein bisschen diese zwei, drei Moves hingekriegt, die du machen konntest, ansonsten Standardsachen. Und dann hattest du auch nicht den Spaß, weil du natürlich dich reinfuchst. Und das führte dann dazu, dass man wirklich lieber was anderes gespielt hat, wo die Kombos einem leichter von der Hand gingen. Ich hatte nie das Gefühl, dass Virtua Fighter so ein richtig eingängiges Kombosystem hatte. Aber wie gesagt, ich bin auch nicht der Experte, der sich da reingefuchst hat. Aber das hat es mir immer ein bisschen madig gemacht. Ja, so ein bisschen unter. Wie gesagt, weil da so viel einfach fighting-game-technisch los gewesen ist, krieg ich einfach nicht raus. Und sie waren auch schon unterschiedlich. Ich meine, Tech war anders als Tosh hinten, war anders als Soul Calibur, war anders als Virtua Fighter. Ich will jetzt sagen, dass in dem Jahr auch Soul Calibur 2 gekommen ist. Allerdings, ich meine nur die Arcade-Version. Also, das ist wahrscheinlich jetzt nicht heute in der Sendung hier drin. Aber das hat natürlich sehr viel überstrahlt. Ja, gerade im Casual-Bereich. Absolut. Wenn ich da noch hinzufügen darf, spielerisch kann ich ja auch gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Aber das, weil du gerade Arcade sagtest, das entstammt ja auch der Arcade. Und da sind wir ja auch noch 2002 in so einer Zeit, in der Grafik noch so richtig wow. Da gibt's noch so, also ein Fighting-Game kann plötzlich, boah, sieht das gut aus. Und das für mich ist Virtua Fighter 4 immer in Erinnerung mit, da gab's halt auch eine verschneite Stage mit Schnee am Boden entsprechend. Und da blieben halt diese Fußspuren so richtig geil drin. Und diese ganzen Furchen. Heute würde man ähnlich wie bei den Granaten, oh, sie werfen Granaten zurück, weck mich auf, wenn die Parko abgelaufen ist. Aber damals war das halt so, oh, Alter, ist das geil. Das war damals echt so topnotch. Auf der PlayStation 2, glaub ich, die Umsetzung war super. Weiß ich nicht, aber so die ersten Bilder und Videos damals, mal so Arcade-Versionen, die man gesehen hat, war das echt so, Alter, Sega, sieht das gut aus. Fußspuren sind auch heute noch der Shit. Also, das hat ja auch nicht jedes Spiel. Und ich weiß nicht, ob's das gebraucht hätte, aber das sind schon noch so Sachen, wenn die gut gemacht sind, das Details, die flaschen ein bisschen. Wie Colin sagt, das waren wirklich diese Furchen im Schnee, ne? Wenn ich's nicht durcheinander bekomme. Ja, genau. Dass die dann so wirklich ... Ja, ja, das waren nicht einfach so büpp, büpp. Ja, genau, die so ein bisschen Abnahmen und dann so ... Also, wie das halt so ist im Schnee, wenn du da so ein bisschen mit Fußwedeln ... Genau, das ist ja noch sehr, ne. Ja, aber die Community, die straft, find ich, dieses Spiel ganz schön ab mit einer 5,7. Oh, was gemein. Was echt gar nicht so gut ist. Das ist aber ... Wir haben eine 7,6 gegeben, allerdings auch nur aus fünf Wertungen zusammengerechnet. Ich glaub, hier alle in der Runde ... Lasst mich kurz gucken, ja, ihr beiden habt nur abgestimmt von den Leuten, die hier sitzen. Und ihr habt beide eine 7 gegeben. Ja, gute alte 7. Das wird auf jeden Fall ... Ja, das ist ein 7er-Titel, weil's so für Fans ist. Nicht, weil das Spiel schlecht ist, sondern weil's wirklich nur für Leute ist, dass die genau wissen, was sie da haben und warum sie's holen. Das ist besser als die Klischee 68 Prozent. Für Fans der Restspielprobe. Das ist wirklich das, ja. Das ist wirklich die typische Wertung gewesen, wenn man so nicht schlüssig war. 68. Das ist ein guter, so schlechtes Spiel war? Naja, es ging schon viel um die 70er rum. Die 70er waren so die 50er eigentlich. Oder Colin, sag du doch mal was, ihr hattet ja Prozente bei euch, war's ja irgendwie noch schwieriger. Also, 7 war schon so ne magische Grenze, das find ich auch. Also, wenn da irgendwie so 6,9, dann hatte das noch dieses, ja, Final Fight 4 oder irgendwie, was es nicht gab. So, ja, ist schon aus der Zeit gefallen, aber es macht immer noch Spaß und es ist schon sehr gut für den Final Fight, aber gehen wir mal so ne 69. Und 7 war dann schon so ne Hürde, wo man sagt, oh, da muss das aber schon ein bisschen höher springen. Aber es ging mit den Prozentwerten, es ging eigentlich. Ich glaub, das Witzige ist bei den Prozentwerten, wenn man da mal Statistiken erhebt, wahrscheinlich über die 30 Jahre, dann gibt es Wertungen, die es relativ häufig gibt und Wertungen, die sehr selten sind. Und damit mein ich jetzt nicht nur so 4 Prozent oder so, oder 99, so die Extreme, sondern so Wertungen, ich glaub, 89 gab's zum Beispiel deutlich häufiger als eine 88 oder eine 87. Auch eine 86 gab's relativ häufig. Dass das schon so, logischerweise, es klingt wie Mathematik, aber ist es natürlich nicht, diese psychologische Komponente, eher zu sagen, ja, es ist schon besser als das Prädikat 85, aber nein, es ist noch kein 90er. Ja, aber so kommst du dann zu diesen Zahlen. Es war echt schwer. Es war auch ein bisschen so, einfach nur so emotionales Austangieren, bei welcher Zahl man sagt, ja, das ist es. Das ist genau die Zahl. Das war so weird eigentlich. Irgendwann kommst du aber, wenn du wirklich in den ganzen Vergleiche kommst, das ist jetzt natürlich im Jahr 2002, ein paar Jahre her. Ich mein, in Battle Gear Solid 97 oder 98 Prozent der Videogames. Das war dann auch, das spielt ihr alle, ich mag das Spiel, ich liebe das Spiel, aber in jedem Fall zu viel. Das kann man sich beharrt. Jetzt haben wir viele 80er-Sachen gehört, aber ja, wir kommen hier mit der Gesamtwertung von dem Chat und von uns nur auf eine 67, also auf eine 6,7 und das ist gar nicht so gut, vor allem, wenn man sich zu Gemüte verführt, dass der Metascore eine 94 ist, also auf Metacritic. Ja, absolut. Damalige Verhältnisse, Top Fighter, ne? Naja, aber da fließt ja auch jede Bewertung von heute noch mit rein, die es natürlich selten gibt, aber der Userscore ist nämlich auch eine 81, also wesentlich höher als das, was wir hier gerade herausgefunden haben. Das ist aber auch ein absoluter Kritiker-Liebner. Also, Hardcore-Gamer feiern das Spiel, weil es eben so schwer zu meistern ist. Aber das ist es vielleicht, dass eben die Kritiker da irgendwie sich noch dran erinnern können, aber ich mein, Street Fighter, Tekken, das sind die Marken, die heute auch noch existieren und wo ständig neue Teile rauskommen. Street Fighter war so ein bisschen am Arsch zu der Zeit. Street Fighter 3 auf der PS2 war nicht. Genau zu der Zeit, aber ich mein ... Nee, ähm, wie hieß's noch mal? E-X ... Genau, ich bin zu der Zeit. PlayStation 1 noch. Nee, E-X3 war PS2. Ja? Ach, E-X2, okay. E-X3, entschuldige. Ja, aber ich wollte ja damit erklären, warum die Wertung vom Chat, also von heute so negativ rückblickend ausfällt, weil dieses Spiel einfach keine etablierte Marke mehr ist. Ich hoffe mal, dass all die Leute, die im Chat gewohnt ist, es auch gespielt haben. Ich hab mich zum Beispiel enthalten. Auch Lidl-Leute. Letztes Mal haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Also, ich glaube ganz fest an die Leute da draußen. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Da kamen sehr schlüssige Wertungen bei rum. Und ich mein, man kann ja auch nicht immer einer Meinung sein. Ich wollte gerade sagen, wir können ja jetzt nicht den Chat schämen dafür, dass es Wertungen abgibt. Nö. Letztendlich muss man damit ausreißen, dann oben und unten muss man halt einfach damit rechnen. Wann kam eigentlich der letzte Teil raus? Es gibt nur Witcher 5, oder? Ja, aber Witcher 5 wurde doch grad noch mal als, ich will sagen, Free-to-Play aufgelegt oder so. Irgendwas kam, das ist natürlich in Jakoza 8 Millionen Mal drin gewesen. PS3 dann auch, ne? Also, zwei Personengenerationen her. Und so Zuki hat eh nichts zu tun. Ey, das ist geboren als eine Mark-to-Play-Virture-Fighter in der Arcade. Und jetzt ist es Free-to-Play. Was für eine Reise. Das nennt man Inflation. Das könnte 8-Seiten-Special sein, ja. Aber es ist ja jetzt 8 Mark kosten. Ja, ey, ich muss sagen, ihr merkt das auch alle und ihr da zu Hause wahrscheinlich auch. Es ist sauheiß. Ich könnte jetzt schon eine Werbung machen. Ha, nee, machen wir aber nicht. Wir springen jetzt zum nächsten Game. Und zwar, glaube ich, zu einem, was ein bisschen besser abschneiden wird. Und zwar zum Resident Evil. Yes! Remakes und Remaster gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Aber wir lehnen uns jetzt mal weit aus dem Fenster und sagen, so richtig in Mode kamen Remakes erst mit dem Gamecube-Remake von Resident Evil im Jahr 2002. Das Original-Resi von 1996 sah zwar durch seine vorgerenderten Hintergründe noch halbwegs erträglich aus. Aber nachdem die Fans die perfekt überarbeitete und geschliffene Technik des Remakes erblickten, wollte wirklich niemand mehr zurück. Hier blieb kein Pixel auf dem anderen, wobei das Remake dem Original zugleich in vielen Teilen treu blieb, zum Beispiel bei den trashigen Cutscenes. Aber auch inhaltliche Neuerungen hielten Einzug. So musste man nun taktischer vorgehen und Zombies nach dem Erschießen verbrennen, damit die halbtoten Gammelvisagen auch wirklich liegen blieben. Und mit den Crimson Heads gab's stärkere Zombies obendrauf. On top wurden ein paar hübsche neue Areale eingebaut. Ebola, fertig, war ein nahezu perfektes Remake, das selbst heute noch unseren Adrenalinpegel in die Höhe schießen lässt. Ja, eine 8,7, das ist doch ziemlich hoch. Wie erklärt ihr euch das? Und vor allem ist fraglich, haben die Leute das als Resident Evil bewertet oder eben das Remake? Ja, das Remake wird natürlich bewertet. Ich würde auch sagen, die Leute hier auf dem Sender haben es wahrscheinlich präsent. Weil ich meine, du hast ein komplettes Let's Play bestimmt gemacht, hier auf Rocket Beans. Wir haben es gerandomisert und so weiter und so fort. Und ey, es ist eins der besten Remakes aller Zeiten. Hat natürlich, also kannst du nicht sagen, perfekt in allen Belangen, weil du hast natürlich vom Original auch schon einige Sachen, die du nicht direkt damit rüber retten konntest, aber innerhalb von wenigen Jahren an der Grafik drangedreht, solche Sachen wie die Crimson Heads reingepackt, die einfach so mit die panischsten Gegner sind, auf den Stich gestoßen bin. Ja, schöne Option für das Remake, da wirklich noch mal was ganz anders zu machen und schnelle Gegner einzuführen, die plötzlich kommen. Wo du immer Angst hast, weil du nie weißt, wann kommt einer. Ja. Ach, das war einfach, das ist, glaube ich, kann man schon so sagen, deswegen, glaube ich, wird es auch im Chat richtig gut bei euch ankommen. Weil man kann immer elementar darüber reden, Tanksteuerung, ja, nein, gut oder so. Aber wenn man sich darauf, auf diese Grundmechanik einlassen kann, dann ist das Remake auch aus meiner Sicht die definitive Version von Resident Evil. Weil es halt, ähm, diese Bitmap-Hintergründe, die die ja noch mal so richtig überarbeitet haben, alles ja neu gemacht haben, es hat ja keinen Vergleich mit der PlayStation-1-Grafik gehabt auf dem Cube, ähm, das ist halt einfach zeitlos gut gealtert in vielerlei Hinsicht. Man muss sich darauf einlassen und diese Mechanik mögen, aber dann ist es wirklich, wie ihr schon gesagt habt, spielerisch angedickt, ähm, grafisch toll, unglaublich gut gemacht. Also damals so die ersten Screenshots allein davon, von diesem Zombie, äh, von so einem Zombie, der Jill da, glaub ich, so halb in den Hals beißt. Da hat man schon gedacht, alter, wie geil kann dieses Spiel nur werden? Und das war wirklich phänomenal. Also, ähm, wenn man sich darauf einläuft, glaub ich, ist das einfach immer noch ein ähnlich guter Trip wie früher. Ja, und nicht vergessen, Lisa Trevor. Das ist komplett neu, der Part hier in dem Spiel. Richtig schön die Lore noch weiter nach hinten gebracht. Und auch eigentlich auch schön erweitert. Ich fand die Story um sie immer sehr, also emotionaler als der Rest, der ja eher Trash war. Ja, wesentlich tragischer als viele andere Sachen. Genau, es hatte richtig Tiefe so. Und das fand ich übrigens auch faszinierend dann, weil kurz danach kam dann ja, das war diese Exklusivwelle von Capcom, macht ein paar exklusive Hammer-Titel für den Cube, zumindest für eine gewisse Zeit, um die Konsole so richtig zu pushen. Capcom Five. Äh, genau. Da kam dann ja auch ein paar Monate später Resident Evil Zero raus, was ja durch diese unfassbar langgezogene Entwicklungsgeschichte auf dem N64 begonnen, als das eben Monate später rauskam, wirkte das eher wieder wie so ein Schritt zurück, finde ich. Wo man dachte, okay, das ist wirklich, da merkst du, da haben sie vor vielen, vielen Jahren angefangen. Und hätten viele von diesen Neuerungen vom Remake, wenn die die eingebaut hätten, wäre, glaube ich, Zero besser gewesen. Das war so ein bisschen, ja, es sah gut aus, aber dann doch so aus der Zeit, nicht aus der Zeit gefallen, sondern einfach veraltet auch schon damals gewesen. Ja, ich hab Zero ... Oder was sagt ihr dazu? Absolut, ich hab Zero auch hier gespielt. Ich hab mittendrin aufgehört, weil's mich so abgefuckt hat, und dann hat die Community sich aufgeregt, und dann hab ich wieder angefangen, weitergespielt. Also, ich hatte echt so meinen Kampf mit diesem Spiel, und ich hasse das Item-Management. Ja, ja. Es gibt wirklich unterschiedliche Varianten in allen Resident Evil-Teilen, aber das ist mit Abstand das Schlecht. Also, von wegen, ja, es ist wahrscheinlich realistischer, wenn du sagst, ich brauch nicht unbedingt ne Kiste, um Eisen abzulegen, sondern ich pack's auf den Boden, aber wer diese ganz, oh, I can't hold all these grenades, ich lass alles auf dem Boden kippen, sehe ich ausgedacht. Könnt ihr da auch mal eingehen, weil ich würd ja gern wissen, was der Unterschied ist zwischen Resident Evil Zero und Remake. Soll ich, oder? Ja, mach doch. Ja, Colin hat schon eigentlich ganz gut ausgeführt, das war mal ein Titel, der fürs N64 geplant gewesen ist, als Spin-off, und der war so lange in Entwicklung, dass man dann quasi wieder zu einem großen Teil von vorne angefangen hat und das dann in Gamecube-Optik gemacht hat. Grafisch ist es mit das Beste der damaligen Generation, weil es also noch mal ein bisschen später als Resident Evil 1 Remake rausgekommen ist, was die Render-Hintergründe und die Charaktermodelle angeht. Das Item-Management war richtig gerütze, du hast zwei Charaktere gespielt, die du abwechseln, bei denen du dich abwechseln konntest, und du hast keine Kisten benutzt, sondern du hast Items auf dem Boden abgelegt. Und dann musst du zum anderen Charakter wechseln und die wieder mitnehmen und so weiter und so fort. So ein bisschen wie Resident Evil 5, das hatte ja auch so ein Problem. Wollte ich grad sagen, aber da hattest du den nicht auf den Boden geworfen, sondern hast ja direkt Taschen gegriffen sozusagen. Ja, also, so ein bisschen alles gemacht. Das hast du aber Singleplayer gespielt und irgendwie von den Settings und von den Rätseln her, du hast den ersten Part in dem Zug, der war noch irgendwie so ein bisschen frisch und neu. Und dann kommst du wieder in diese komische Hütte rein. Das ist das Allerbeste, der fucking Zug crasht in einem Herrenhaus. Das ist das Allerbeste daran. Und du bist wieder in derselben Scheiße und denkst, ach komm, Leute. Ey. Willst du das Remake geben? Ja, es gab das Remaster, aber ich hab's auch noch mal versucht, nach vielen Jahren jetzt erneut zu spielen. Und irgendwie, wir hatten ja diskutiert, ob wir jetzt das Resident Evil 1 Remake und Resident Evil Zero hier rein tun. Und ich mein, es geht um die besten Spiele des Jahres. Ja, aber es funktioniert heute noch, weil der gute Anton, der bei uns im Channelmanagement arbeitet, der hat gerade erst das Spiel nachgeholt. Und ihm hat's trotzdem noch wunderbar gefallen. Hat er was zu den Affen gesagt? Ich hab jetzt nicht... Ich hasse dich so sehr. Ich hab jetzt nicht den gesamten Stream geguckt, aber du kannst es ja noch mal nachholen. Er hat auf jeden Fall insgesamt ein gutes Fazit gezogen. Und der Chat und die Redaktion geben sich aber hier gerade ein bisschen die Hand, zumindest am meisten, weil wir haben ja ein 8,7 gegeben und ihr da draußen ein 8,3. Also da sind wir jetzt doch sehr nah beisammen. Und Gregor, was ich dich noch fragen wollte, das muss doch dein absolutes Lieblingsspiel of all time gewesen sein, weil ich erinnere mich noch, dass du das letzte Mal über den Wertungsschema gesprochen hast und ganz großkotzig behauptet hast, du vergibst nie eine 10. Und du hast eine 10 gegeben. Ah, eine 10? Ich hab hier mehrere 10 jetzt vergeben, weil ich mich einfach hier dem Wertungsniveau in der Redaktion hier anpasse. Verstehe. Was bringt das? Wenn ich als einzige realistische Wertung vergebe und für jeden kleinsten Scheiß mit den Zähnern und den Fuffis in den Club rumschmeiß, dann muss ich ja so ein bisschen mich dem Fuffis hier anpassen. Das ist in jeder Redaktion so. Das ist recht saved. Ja, und das gibt dann, wer ein bisschen Mathematik kann, eine 8,5. Und, ähm, stimmt das? Wird? Ja! Wir haben uns nicht verrechnet. Wahnsinn. Dann kleben wir's mal an. Oh, Medal of Honor ist das beste Game. Genau, wird es jetzt auf Platz 1 rücken. Schön. Ich glaub, da wird's lange bleiben. Ich glaube auch, dass sich das da relativ lang hält. Aber wir kennen ja bereits die Liste der Spiele, die noch so folgt. Ja, das ist schwer. Da wird noch einiges kommen. Gerade was die Multi-Wertung angeht, da werden einige Dinger, die werden 10 kriegen. Einfach nur ein Meme. Das war ein starkes Jahr. Da wird noch Krasses kommen. Wenn ihr keine abschließende Lobeshymden oder krassen Hate mehr habt, dann würd ich auch weiter im Text springen. Ich will nur noch eins sagen, und zwar bin ich, jetzt ist es eh zu spät, aber ich hadere die ganze Zeit, weil ich hab eine 8 gegeben, und ich hadere mit mir selbst die ganze Zeit, ob das eine gerechtfertigte Wertung ist, ob ich nicht zu niedrig war. Aber ich hab die 8 gefühlt. Ich kann's nicht anders sagen. Ich meinte immer, wenn sie noch mal mit dem Resident Evil 2 Upgrade-Style ... Jetzt bist du hart in den Wertungen, jetzt bist du hart geworden in der Folge. Ja, ich überleg gerade, ob ich nicht immer zu kritisch war. Aber ich hab schon gute Bandbreite drin, aber da kann man auch eine 9 geben. Aber für mich ist es eine 8. Ja, aber am Ende werden das die Leute in den Kommentaren bewerten, ob deine Wertungen insgesamt Sinn machen. Weil wir werden jetzt auf jeden Fall noch 23 davon sehen. Wir kommen jetzt zum ... Nee, 22, wir haben ja schon vier Titel. Wir haben doch 30. Ich dachte, wir haben 30. Nein, wir haben 25. Okay! Aber ich sollte überhaupt aufhören, jetzt irgendwelche Zahlen zu erwähnen. Es ist zu alle Rechnungen, wann falsch ich gerade aufgemacht habe. Es ist einfach zu warm hier, Leute. Aber jetzt kommen wir zum nächsten Spiel und zu meinem absoluten Lieblingsspiel des Jahres 2002. Und zwar Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Die Jedi Knight-Reihe rund um den machtbegabten Söldner Kyle Katan startete 1995 mit Star Wars Dark Forces, wurde 1997 fortgesetzt mit Jedi Knight Dark Forces 2 und bekam dann 2002 den dritten Ableger Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Ja, die Nummerierung raffte schon damals kein Mensch, ist aber wurscht, denn erst Jedi Knight 2, also der dritte Teil, machte den Star Wars Wunschtraum Nummer 1 perfekt spielbar. Das geile Gefühl, so ein richtiger Jedi zu sein. Raven Software übernahm für diesen Teil erstmals das Ruder und sorgte für einen technischen und spielerischen Machtsprung. Sie schufen ein simples, aber intuitiv spielbares Lichtschwertballett mit einer feinen taktischen Note. Machtfähigkeiten wie der Sprung, der Schub, das Heranziehen oder den Schwertwurf konnte man nach und nach freispielen, musste sie jedoch wohldosiert im Kampf nutzen. Und die Story rund um die Ära nach Episode 6 war erfrischend eigenständig, auch wenn Luke Skywalker Gastauftritte hatte. Jedi Knight 2 Jedi Outcast ist bis heute ein geliebter Klassiker, auch wenn später Titel wie The Force Unleashed oder Jedi Fallen Order in eine ähnliche Kerbe schlugen. Ja, ein Spiel, für das ich eine 10 vergeben habe. Für mich kann ich wirklich ganz klar so sagen, gab es danach nie wieder ein besseres Star Wars Spiel. Dein Kind, wie alt warst du im Jahr 2002? Natürlich sehr jung. Ich glaube 10, ehrlich gesagt. Da musst du in den Kontext setzen, ich glaube, das ist auch das richtige Alter dann. Ja, aber Moment mal, ich hab das vor drei Jahren oder so noch mal komplett durchgespielt und ich hatte wieder großen Spaß. Natürlich sind ein paar Sachen ein bisschen schlecht gealtert. Hallo, ich hab mir heute extra so viel Bart, wie mir eben wächst, wachsen lassen, damit ich da auch ein bisschen in der Runde der alten Männer mitmachen kann. Hey! Und du bist auch noch jung. Vergleichsweise. Aber er hat keinen Bart und es wird auch nie klären. Ich muss jetzt irgendwie zurückfronten. Aber schön, als Außenbetrachter, ich wollte darauf zurückhalten, weil ich nicht wirklich groß gespielt habe. Ich war damals mit Star Wars so ein bisschen auf Kriegsfuß. Episode 1 war schrecklich und war Episode 2 schon raus oder so? Das war doch das ja ... Das ist noch nicht raus, aber kam noch im Sommer raus. War superbeschissen dann auch. Also ich hatte da nicht besonders viel Bock auf Star Wars, aber ich kann natürlich anerkennen, das ist ja ein tolles Spiel. Das ist natürlich die alte Storyline. Das hat mit Episode 1 und 2 nicht viel zu tun. Aber es hat ein bisschen gedämpft, der erste Teil, ja. Und ich muss eins ganz klar sagen, hätte Disney sich dafür entschieden, nicht die ganzen alten Bücher da irgendwie zu streichen und wäre quasi auf dieser Storyline, die wir da eben erzählt bekommen, über die Hinterbliebenen vom Imperium, hätten die das weitererzählt. Das hätte ich so spannend gefunden. Da hat hier das Jedi Knight-Universum wunderbar vorgelegt. Stattdessen findet man irgend so einen Mumpetslein. Das verstehe ich bis heute nicht. Da gab es so eine geile Vorlage. Das kannst du auch nicht verstehen. Das ergibt keinen Sinn. Nee, niemand versteht das. Aber große Schwachstelle des Spiels, muss ich sagen, ist der Anfang. Ich spiele Jedi Knight und was habe ich? Ich habe einen Kai Katan, der am Anfang keine Jedi-Kräfte hat, der am Anfang nur mit einem Blaster herumrennt und Stormtrooper killt. Also du musst ungefähr zwei oder drei Stunden gespielt haben, bis du im Tal der Jedis bist, um dann diese Waffe zu bekommen. Genau, aber das ist doch auch eigentlich gerade geil, weil wie cool ist dieser Moment, wo du dann endlich das Licht... Viel zu lange! Ja, okay. Aber man muss ja auch mal ein bisschen Durchhaltevermögen beweisen. Man ist, glaube ich, einfach verdorben durch moderne Spiele, die dir jeden Scheiß hinterherwerfen. Ja, ja, ja. Ich finde, das ist schon irgendwie... Denk an was Asexuelles. Du spielst Jedi Knight und bist am Anfang kein Jedi Knight. Ich finde es ja okay, dass man am Anfang erst mal noch ein bisschen so sagt, oh, ich habe meine Jedi-Kräfte aufgegeben, um jetzt hier ein anderes Leben zu führen. Aber das hat mir viel zu lange gedauert. Also ich würde sagen, okay, so eine Stunde oder die ersten zwei Levels ist okay, aber das hat sich ja wirklich lang gezogen. Aber es war doch auch ein guter Shooter. Das basiert auf der Quake Engine. Also das hat ja auch Bock gemacht, das Shooter-Gameplay. Ja, aber trotzdem war es mir viel zu lang am Anfang. Aber ich muss sagen, trotzdem gut umgesetzt, weil die Lichtschwertmoves waren halt cool, weil ich glaube, du hattest ja zum ersten Mal dann auch automatisch die Blaster dann zurückreflektiert. Du konntest ja auch große Granaten mit deinem Machtschub dann zurückwerfen und so weiter. Also sobald du dann das Lichtschwert hast, war es einfach richtig cool, weil du nach und nach dann nochmal stärker wurdest. Deine Jedi-Fähigkeiten wurden besser. Und du hattest auch drei verschiedene Stile gehabt. Du hattest ja den leichten, den mittleren und den schweren Stil. Und ich hatte es dir vorhin ja auch noch gesagt, die Mods, die waren halt einfach Hammer. Weil später kamen dann auch so verschiedene Skins, du konntest dann auch Darth Vader spielen, du hattest große Maps gehabt, du hast dann irgendwie auch noch Mark Hamill beziehungsweise Luke Skywalker getroffen mit dem original deutschen Synchronsprecher. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Englischen war, aber für mich war es damals so, oh mein Gott, der sieht ja fast genauso aus wie den Film. Wow. Jetzt würde ich gerne sehen, welche Spiel. Für mich war alles damals futorialistisch. Für mich war ja auch in Allied Assault, also ho. Oh mein Gott, das ist ja ungefähr so. Für den Mesa sieht das toll aus. Wie alt warst du wahrscheinlich, zwölf oder so? Ich war 13. Oder 13. Und natürlich in dem Alter war es der Wahnsinn, dieser Moment, wenn du zum ersten Mal auf Yavin dann da warst. Du hast, das Level hat geladen und das erste, was dir entgegenkam, war C3PO. Und also das hat dich natürlich von allen Star Wars Mechanismen, die es so gibt, hat es dich komplett reingezogen. Und dann ist ja Peak am Ende des Levels, dass du dann Luke Skywalker triffst. Also, ach, warte, ich verfalle in Sch... War auch noch rätsellastig. Wenn du es vergleichst mit Jedi Academy, da gab es kaum noch Rätsel. Jedi Knight 2 hatte noch sehr viele Rätsel, wo du die Macht einsetzen musstest. Zum Beispiel hier und da einen Hebel einsetzen und schnell mit Machtgeschwindigkeit mit Machtlaufen oder Machtspeed, wie es auch heißt, einsetzen. Was Obi-Wan leider vergessen hat in der neuen Serie. Hat er anscheinend nicht mehr. Vielleicht hat er es auch bewusst nicht gemacht. Oh ja, okay. Lauf ja auch nicht überall hin. Ja, stimmt. Fair enough. Der Colin grinst schon so verrätrisch. So, was hat Colin dazu gesagt? Ich würde gerne... Ich würde gerne... Hm? Fazit hast du... Es gab so schöne Momente. Überhaupt nicht. Ich hab's nie gespielt, muss ich sagen. Ich hab nur mal kurz geguckt. Jo, gab 85. Hab von Kollegen getestet. Fair enough. Ich fand, wie vorhin dein allererster Satz hat für mich sofort... Hättest du auch auf irgendeiner Nerd-Convention so einen Vorwurf erheben können. Also, weil ich bin ja überhaupt nicht im Star Wars-Game drin. Und deinen ersten Satz, da bin ich schon nach drei Worten ausge... Na, weißt du, da spielst du... Ich mein, muss ich das mal vorstellen, ne? Das Spiel heißt Schrauber-Xito-Laten-7. Und dann fängst du an, kommst mit dem Kryptoniten-5 um die Ecke und machst dann erstmal einen Hit-Flipspin-4-2. Also, muss man verstehen, muss man sicher nicht, nicht. Aber okay, viel Glück damit. Ja, was? So klingst du, wenn du über Flipper redest. Ja. Ja, Mann. Vor der Fertigsuppen. Und das verstehe ich noch, aber da fehlt immer noch die geheime Zutat. Glutamad. Nein, super. Das freut mich, das ist so. Glutamad, Glutamad, gut, Mann, Mann. Ist der von Coruscant, oder? Glutamad von Coruscant. Aber ich verkaufe ihn gerne. Meist bieten. Ja, aber jetzt habe ich gerade sehr laut gelacht und deswegen auf meinem Ohr nicht gehört, was denn ihr da draußen gesagt habt. Aber ich glaube, es war eine 8,4. Das ist auch sehr positiv. Und tatsächlich, glaube ich, das erste Mal über unsere Wertung. Wir haben ja eine 8,3 vergeben. Was macht man denn mathematisch jetzt? Okay, das ergibt eine 8,4. Du würdest eine 5 aufrunden, eine 0,5. Ja, guck mal hier. Gregor ist nicht nur Videospieljournalist, sondern auch Mathematikprofi. Also Leistungskurs, ne? Wahnsinn. Rad. Aber warum bist du denn hier gelandet? Moment, du hast einen ordentlichen ... Moment, warum bist du hier? Ja, also da hat er gerade für eine Note bekommen. Deshalb bin ich hier. Also hätten wir das gewusst, hätten wir dich nie genommen. Ja, wenn man sieht, plötzlich in dieser Show braucht man das alles wieder. Du brauchst ja nur 5 Punkte zum Bestehen, also alles cool. Oh, und nicht mal das. Ich verweigere die Aussage. Es fing gut an, weißt du, und jetzt sind wir wieder bei Gregor. Okay, das ist unser Gregor. Ich gebe 10 von 10. Ja, aber du hast ja eben schon Jedi Academy angesprochen. Und das war auch natürlich eine tolle Fortsetzung, weil man wollte auch irgendwie mehr. Aber am Ende muss ich trotzdem sagen, liegt mein Herz bei dem Spiel. Und ich finde auch aus heutiger Perspektive, dass es einfach mehr richtig macht. Es hatte die bessere Story einfach, die hat mehr Spaß gemacht. Und du spielst ja in dem Nachfolger dann eben, wie der Name schon sagt, einen Schüler der Akademie und gar nicht mehr Kai Katan, den Hauptcharakter von eben diesem Spiel. Und das haben, glaube ich, viele nicht so geil gefunden, weil man sich gerade, ja, total mit Kai Katan connected hat. Das einzig coole Feature war für viele, dass man jetzt auch Doppellichtschwerter und Zweilichtschwerter haben konnte. Aber ich weiß nicht, so viel hat das dem Ganzen aus, der coolen Faktor dem auch nicht hinzugefügt. Von daher, ich bin ganz klar bei diesem Spiel bestes Star-Wars-Spiel für mich aller, aller Zeiten. Riech mal Kotor? Kotor ist auch klasse, aber Kotor ist eben nicht so actionlastig. Slow-Pace, das ist, ich glaube, das ist einfach so ein bisschen nach dem Gusto, was findet man ein Rollenspiel insgesamt geil oder ist man eher der Shooter-Typ? Wie gut gefällt dir denn Masters of Terras Kasi? I don't know, das habe ich tatsächlich weder gespielt noch gehört. Das ist ein Prügelspiel. In Solo wurde das Ding noch mal erwähnt. Das hier, wie heißt sie noch mal? Ich sage mal, die Khaleesi hat gesagt, sie kennt Humphstil. Jetzt bin ich auch bei Colin, jetzt fühle ich mich auch auf dieser Convention, bevor wir hier immer weiter abdriften und ich mich gar nicht mehr als Nerd fühlen darf, weil hier viel krassere Leute wieder sitzen. Bei der Order 66 und Frame 43, da sehen wir eine Hand. Ist das eine menschliche Hand oder ist es eine rhodianische Hand? Aber wir kommen jetzt zu einem Thema, da kann man noch, noch, noch viel mehr fachsimpeln. Und zwar gucken wir uns jetzt mal an, was hat es eigentlich mit diesem verwirrenden Universum von Kingdom Hearts auf sich? Oh. Yes! Wenn ein Junge ein Schlüsselschwert in der Hand hält und seine treuesten Begleiter Donald Duck und Goofy heißen, dann kann es sich nur um ein Spiel handeln. Kingdom Hearts. 2002 begann die Action-RPG-Reihe mit einer fantasievollen Story rund um den 14-jährigen Sora, nachdem dunkle Kreaturen namens Heartless seine Heimatwelt zerstörten. Sora bereiste und erlebte dabei verschiedenste Themenuniversen, die alle irgendwie aus dem Hause Disney und Square Enix stammten. Für Außenstehende war das eine etwas bizarre Mixtur. Sie ging jedoch für eine wachsende Fangemeinde extrem gut auf. Beim ersten Teil gab es vor allem Lob für das Spieldesign, denn die Mischung aus Rollenspielelementen und Action-Gameplay ermöglichte gerade jüngeren Gamern einen weichen Einstieg in das komplexe RPG-Genre. Spielwelt und Story hatten für die Fans einen deutlich höheren Stellenwert als die komplexe Rollenspielmechanik. Und nicht umsonst gab es seitdem unzählige Nachfolger und Ableger, deren inhaltliche Zusammenhänge allerdings kaum noch jemand wirklich durchschaut. Ihr Lieben hier im Studio. Was? Wieder erklärt es mir. Die Eins von Gregor plus die Zehn von... Ich hab's gar nicht bewertet. Ich hab keine Eins gegeben, weil ich weiß, dann ist wieder meine Inbox voll mit Todesdrogen, wie bei den in den letzten Jahren. Du hättest es ja nicht sagen dürfen, äh müssen. Ich meinte aber gar nicht unsere Redaktionswertung von 6,5, sondern Kingdom Hearts generell. Also, ich versteh nicht... Für mich funktioniert das nicht, dass man alle Universen so zusammenmixt. Kann da überhaupt eine Geschichte draus entstehen, die man hier erfolgen kann? Offensichtlich ja schon mal nicht. Aber irgendwie Spaß macht. Rein grundsätzlich. Ich hab's schon damals als Rollenspiel-Fan importiert. Das ist in den USA. Du kennst natürlich die Serie nicht, hast alte Disney-Filme früher und so weiter geschaut. Ich fand den Ansatz ganz spannend, muss ich sagen, weil es einfach teilweise so absurd dann klang. Also, dass du diesen Final-Fantasy-Style und sogar Final-Fantasy-Charaktere hast, die da in der Story mit vorkommen. Und dann ist es so ein großes Crossover. Und alleine, dass du Donald und Goofy in der Party hast. Was mich damals so eher in die negative Ecke gedrängt hat, war tatsächlich das Gameplay zu dem Teil. Ich fand einfach, dass die Kämpfe viel zu will gewesen sind. Die Kamera konntest du nicht justieren. Du warst zu nah dran für mein Gefühl. Also, ich hatte kein gutes Gefühl beim Fighten. Und vor allem die KI von Donald und Goofy, die alle meine Items auf denen weggekloppt haben und mich nicht wirklich supportet haben in vielerlei Dinge. Ich hab mich so ein bisschen durchgewirkt durch das Game. Es hat den ersten Teil keinen guten Eindruck bei mir hinterlassen. Das ist das, was ich damals auch in einem der Podcasts, glaub ich, gesagt habe. Mir ging's auch spezifisch um den ersten Teil. Ich hab seitdem auch andere Games gespielt aus der Serie. Den dritten hab ich hier auf dem Sender durchgespielt beispielsweise. Das hat ja schon viel adressiert da. Aber meine Kritikpunkte aus dem ersten Teil bleiben für mich auch heute noch bestehen. Und das ist einfach in der Gesamtheit, vor allem, weil die Story mich letzten Endes dann doch nicht interessiert hat, obwohl ich eigentlich die Idee cool und spannend finde, nicht unbedingt meins. Können Sie da, der Kollege sagt, was ich gefunden habe. Oh, ich seh's, ich seh's. Ich zitiere jetzt mal, Gregor, ich bin da nämlich voll bei dir. Ich hab damals sehr gnädige 82% gegeben. Boah, sehr gnädig. Sehr gnädig. Ja, weil es eben damals natürlich diese Filmumsetzung, dieses Disney-Flair mit toller Synchronisation, mit tollem Soundtrack, das war alles schon geil. Aber spielerisch gebe ich dir recht. Ich zitiere mich eben kurz einmal selbst. Einige Mängel drücken das Epos jedoch deutlich unter die Prädikatshürde von 85%. Die unflexible Kamera sorgt regelmäßig für Übersichtsprobleme. In Kombination mit der hakeligen Steuerung werden einige Sprungeinlagen zur Geduldsprobe. Und der übertrieben hohe Kampfanteil trägt nicht grad zur Spieltiefe bei. Blindes Zuschlagen und gelegentlicher Magieeinsatz gereichen bei den verworrenen Massen Schlachten meist zum Sieg. So bleibt ein actionbetontes Abenteuer mit Macken, das seine Motivation vorrangig aus der liebevollen Inszenierung generiert. Ja, das deckt sich ja ganz gut. Aber damals hast du 82% gegeben und heute nur noch eine 6%. Was hat sich seitdem getan bei dir, Colin? Aus der Pubertät. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen ähnlich wie bei Medal of Honor. Was einen damals geflasht hat, das war damals bei King of Hearts auch gut. Das war eben diese Kombination der Welten, das Flair. Du tauchst irgendwo in eine neue Welt ein, begegnest den Figuren, die sprechen, die verhalten sich wie im Kino. Das war richtig, richtig gut. Und auch es hatte eine exzellente deutsche Synchronisation. Und das ist natürlich alles, heute 20 Jahre ist das jetzt, joa, nix Besonderes mehr. Aber was halt damals schon genervt hat, das sind halt eben diese Gameplay-Breaker, hakelige Steuerung, schlechte Kameras, nervige Kämpfe. So was altert natürlich noch schlechter oftmals. Und wenn das eine eben den Test of Time nicht standhält und das andere damals schon mies war, dann kann das im Großen und Ganzen nur zu einer Abwertung führen. Also zum Glück, wenn man's ja heutzutage nacherleben will und diese Entscheidung, das alles über x-fach Plattformen zu verteilen, du musst auch noch dieses Handy-Spin-off dann gespielt haben, um die Story komplett zu verstehen. Das sind ja mittlerweile diese Remaster-Collections, wo dann wirklich alles, alles drin ist oder du dir das als Film angucken kannst. Also wer das machen möchte inklusive Gameplay-Verbesserung kann sich dann die 1,5 plus, 2,5 plus Schieß-mich-tot-Collections dann holen. Das allererste auf der PlayStation 2, würde ich auch nur sagen, wenn du damals absolute Nostalgie hast, wirst du es wahrscheinlich heute noch mal anfassen wollen, aber lieber, wenn überhaupt, dann zu den Remakes greifen. Und der vierte kommt ja auch irgendwann demnächst. Ich glaub, man muss halt auch im richtigen Alter gewesen sein für diese ganze Story, weil die war ja, glaub ich, für Leute, die dann zum Beispiel noch keinen Berührungspunkt mit JRPGs hatten, war die vielleicht die allererste und war dann auch ganz neu und wirkte dann halt auch für uns, nachdem wir so viele Spiele gespielt haben, wirkt das halt so, ja, das ist halt so Pseudo-Deep, aber wenn man jetzt zum Beispiel 12, 13 Jahre alt zu dem Zeitpunkt war, dann würde ich auch sagen, ey, das ist eine der krassesten Storys, die man je mitbekommen hat. Auch wenn man 12, 13 geblieben ist in den nächsten 20 Jahren. Ich geh mal davon aus, die haben dann versucht, das ja auch ein bisschen so kreativ und wie kompliziert wie möglich zu machen und damit als Jugendlicher man denkt, oh, das ist eine richtig krass und tiefe Story, weshalb das so kompliziert geworden ist. Also der erste Teil, ich rede jetzt auch mit meinen Erinnerungen von vor 20 Jahren, ich meine, dass der noch nicht so überkomplex, wie es später gewesen ist. Du hattest natürlich schon eine gewisse JRPG-Verworrenheit, aber es wurde erst komplett abstrus, sobald dann die nächsten Teile gekommen sind. Und dann gibt's irgendwie, hieß es Organisation 13 und diese Person ist gleichzeitig die fünf Personen, aber dann nicht wieder diese Person. Und das ist der Bösewicht, hat seinen Namen aber umgedreht, das ist ja gut, irgendwie sowas. Das ist alles eher durch die Sequels, glaube ich, bei dem war's eher im Ansatz. Und im Grunddetail, das, was Colin auch gesagt hat, gerade die Lokalisation, ob im Deutschen oder im Englischen, originale Disney-Sprecher mit dabei gehabt, sehr, sehr hochwertiges Niveau. Das hast du in der Form, in der Qualität sonst auf Konsole auch nicht gehabt. Ja, verstehe. Die eine Sache, die ich dem Spiel gebe, ist, dass du so eine Art von Kooperation eigentlich nicht vergleichbar irgendwo gesehen hast. Das Einzige, was mir einfällt, was eh nicht spektakulär ist, ist aber nicht ganz, ist hier Nintendo mit Mario und den Rabbids. Nein, Smash Bros. Okay, du hast recht. Aber das spiel ich nicht, deswegen hab ich da keine. Aber es ist einfach, dafür muss man dem Spiel schon Respekt zollen, dass es diese komischen Sachen wirklich einfach knallhart zusammengebracht hat. Ob man's jetzt gut findet oder nicht, das fand ich schon immer faszinierend bei Kingdom Hearts. Was das wohl für ein Lizenzwirrwarr war, als da irgendeine, das muss ja eine riesige Abteilung gewesen sein, die sich die ganze Zeit nur telefoniert, hallo, können wir hier Donald Duck? Nee, da gibt's doch nicht. Das haben wir abgenut für zwei Jahre. Jo, was bestimmt viel einfacher ist jetzt. Ich denke, wie Disney heute agiert. Ich meine, dass die Serie tatsächlich eher hauptsächlich Disney gehört oder so. Aber da können die Leute in den Comments gerne das mal, die sich genau auskennen, mal ein bisschen ausführen, wegen dieser ganzen Lizenz. Das erklärt natürlich auch, warum in den späteren Teil dann weniger Final Fantasy Charaktere da sind. Zum Beispiel in Kingdom Hearts 3 hast du ja kaum noch Final Fantasy Charaktere, kein Staphyroth und so. Genau, und Kingdom Hearts 3 hat tatsächlich viele schöne Sachen gehabt, die Toy Story-Welt hat mir Spaß gemacht und du hast gemerkt, dass es so lange in Entwicklung war, weil da hast du eben eine komplette Welt um Fluch der Karibik 3 drin gehabt, aus dem Jahr von 2007 oder so. Stimmt, das war ja da überhaupt nicht mehr aktuell. Ja, aber ihr habt wieder eine bessere Wertung als wir gegeben, und zwar eine glatte 7. Wir haben ja eine 6,5 gegeben. Und für mich bleibt dieses Spiel ein Phänomen. Ich hab schon häufiger hier auf dem Sender in diversen Game Talks und so natürlich mit Leuten darüber geredet, aber jedes Mal krieg ich ein weiteres Häppchen und versteh immer ein bisschen mehr. Aber ich hab's mal versucht, mir auf YouTube so ein Law-Video anzugucken. Und kann's vergessen. Also da die Zusammenhänge mit diesem ganzen, du hast schon irgend so ein Handy-Ding, was du eigentlich gespielt haben musst, um was anderes zu verstehen. Aber das ist ja nicht, es gibt ja so viele Kleinigkeiten, die du theoretisch da zusammenführen kannst. Nimm dir mal drei Monate Urlaub und lern das. So, genau. Reines auswendig lernen. Aber jetzt kommen wir erst mal zu der absoluten Gesamtwertung mit einer 6,8. Fantastisch. Für Fans. Der Restspielprobe. Ist doch die Wertung, oder? Das ist die Wertung, ja. Das ist die Wertung. Ja, stimmt. Ja, Kingdom Hearts. Es bleibt verwirrend, aber es hat natürlich auf jeden Fall auch seine Fans. Ich hab hier, wir haben ja den Chat auch natürlich offen und sehen, was ihr so schreibt. Und da gab's dann doch auch einige, die eben geschrieben haben, für mich eine glatte 10 von 10. Also ich glaube, es gibt da auch wirklich einfach eine sehr, sehr stabile Fanpage. Ey, Martin! Martin bei uns, genau. Der hat ein Tattoo zu Kingdom Hearts. Ich würd gern mal wissen, ey, was ist da bei ihm halt also? Er war einfach besoffen. Das ist die Erklärung zu 80 Prozent aller Tattoos. Das ist schon mal Grundlage. Martin ist gleich 5 Jahre alt. Ja, vielleicht hat er auch einfach nur keine Fantasie. Vielleicht ist ihm einfach nix eingefallen. Hey, Martin, das ist ein guter, jetzt lass ihn bitte. Also für mich wär das ein Grund, mit ihm die Freundschaft zu knicken. Ich wusste das nicht, aber ich werd mit ihm noch mal drüber reden. Oha, oha. Ob er es nicht vielleicht weglesern lassen will. Würde es was helfen, wenn er sich noch ein Yu-Gi-Oh!-Tattoo dazu macht? So als Gegen. Ja, als Gegen und Yang oder so. Das Herz der Karten. Grüße gehen raus an dieser Stelle an unseren guten, geschätzten Kollegen Martin. Ich würd' aber sagen, wir springen weiter im Text und zwar zu einem Rollenspiel, das mit seinem Vorgänger die prozedurale Generierung entdeckt hat. Dann aber jetzt mit dem Teil, worüber wir jetzt reden, wieder davon weggegangen ist und sich da, oder nicht komplett, aber zumindest nicht mehr in diesen Ausmaßen, wie wir sie bei Daggerfall gesehen haben. Morrowind gucken wir uns jetzt mal. Ah. Mit Morrowind brachte Bethesda 2002 den dritten Teil der Elder Scrolls-Reihe auf den Markt und der schlug mächtig Wellen im Rollenspielteich. Morrowind punktete mit einer für damalige Verhältnisse gigantischen Spielwelt inklusive legendär schicker Wassereffekte, durch die man sich in Ego-Perspektive zauberte und kloppte. Die Story, ein Halbgott haust in einem Berg und wird durch ein Artefakt abartig stark. Zack, will er den Kaiser von Morrowind verjagen. Der Kaiser findet das natürlich doof und lässt den, beziehungsweise die Spielerin aus einem Kerker frei, in der Hoffnung, dass dieser den Halbgott umwämst. Episch. Ob man diese Mainquest aber straight verfolgt oder sich in der kargen Landschaft von Morrowind in zahlreichen Nebenquests verlor, war jedem selbst überlassen. Zudem gab's hier keine starren Klassen, sondern ein freies Skillsystem, das sich organisch entwickelte. Man entschied sich zwischen Primär- und Sekundärfähigkeiten und musste diese dann durch stetiges Anwenden steigern. So war es möglich, als Feuerballzauberndes Katzenwesen zugleich ein langes Schwert zu schwingen. Außerdem durften sogar individuelle Zauber und Rüstungen gecraftet werden. Morrowind war für Bethesda nicht nur der finale Eintritt in die AAA-Liga, die grundlegende Gameplay-Philosophie war auch eine Blaupause für ihre weiteren Rollenspielkracher von Oblivion bis Fallout 4. Ja, ein super beliebter Serienteil der Elder Scrolls-Reihe. Ich bin auch großer Fan der Elder Scrolls-Reihe und ich verstehe zum Beispiel nicht so richtig, warum dieser Teil beliebter ist als Oblivion. Zumindest hört man das häufig von Leuten, weil ich persönlich fand Oblivion besser. Aber da kann man sich ewig drüber streiten. Was verbindet ihr denn noch mit der Welt von Morrowind? Ich habe es aber mal anders so ausgeführt. Wenn ich Bethesda-Sachen spiele, Elder Scrolls ist nicht so ganz meins. Ich finde, okay, das hat natürlich dann seine Ideen und Konzepte und die Welt hängt natürlich in allen Teilen zusammen. Ich fand es immer so ein klein bisschen generik, muss ich eben sagen. Und habe die meisten dann nie komplett durchgespielt, sondern nach so x Stunden dann liegen lassen. Morrowind ist so ein bisschen ähnlich, wobei ich das mit der meisten gespielt habe, damals von den Spielerinnen Elder Scrolls-Sachen. Mir hat ziemlich viel Spaß gemacht, muss ich sagen, zu der damaligen Zeit. Einen Grund, mal die Xbox anzuschmeißen tatsächlich. Ich hatte so eine kleine Rollenspielsammlung dafür, Jade Empire oder wer kann sich noch an Sudeki erinnern beispielsweise. Oh, Sudeki aus dem Westen. Das möchte gern JRPG oder so. Aber da war Morrowind noch mit einer der stärksten. Kotor hatte ich natürlich auch dann. Und man hat es dann spätestens bei Oblivion dann gemerkt, als es rausgekommen ist, fand ich. Weil da war die Optik cooler, du hattest Patrick Stewart und so weiter. Aber was so das Level-Design, die Art, wie die Quests aufgebaut sind und so, da war Morrowind für mich stärker. Das stimmt. Da sprichst du auch genau das Richtige an, dass die Dungeons, das war ja auch ein strittiger Punkt bei Oblivion, die waren eben noch mehr generic, weil sie eben auch sich wieder mehr prozedural haben generieren lassen. Aber Colin, du hast eine Acht gegeben und ich hol dich jetzt mal so ein bisschen rein, weil es ist teilweise ja auch gar nicht so leicht, sich digital über die Ferne immer dazwischen zu funken. Was hast du für Erinnerungen zu Morrowind? Boah, das ist eine gute Frage. Also war das damals so, ich hab das auf der Konsole, also auf der Xbox eben gespielt und war völlig erschlagen davon. Mir war überhaupt nicht bewusst, dass das schon so eine PC-Legacy irgendwie hinter sich hatte. Und dann plötzlich kam da dieses Spiel mit Teil 3 und denkst du, äh, musst du erst mal googeln, was es mit den Vorgängern auf sich hat. Und es war für mich auch nach vielen, vielen Jahren der West-RPG-Abstinenz. Ich glaube, nach Dungeon Master kann ich mich gar nicht erinnern auf dem Amiga, dass ich noch mal westliche RPGs gespielt habe. Aber doch, Baldur's Gate auf dem PC versucht hat, aber irgendwie war ich zu dumm, geb ich offen und ehrlich zu. Und hab eben mehr J-RPGs gespielt. Und da war das halt so ein kompletter Gegenentwurf mit allem. Also die Perspektive, diese riesige offene Welt. Aber wenn man sich da reingefuchst hatte und irgendwie gesagt hat, okay, ich entdecke ein Rollenspiel nochmal, was so völlig anders ist als alle japanischen, die bis dahin so formelmäßig ausgewalzt wurden oder die ich zumindest gezockt hatte, dann war das auch schon richtig geil. Aber es ist bei mir auch so gewesen, ich hab später dann mehr Freude mit Fallout gehabt, was jetzt ja keine völlig andere Formel dann ab Teil 3 ist als jetzt die Elder Scrolls-Serie. Aber das war damals schon beeindruckendes Rollenspielkino auf der Xbox, definitiv. Aber ich hab's nie durchgespielt, weil's eben auch so monstermäßig groß war. Ja, das gilt, glaub ich, für viele Menschen, äh, die Elder Scrolls-Spiele sind ja auch schwierig zu definieren, wann sind die durchgespielt. Genau. Ist es die Hauptquest oder ... Was bedeutet durch? Genau, das kannst du da, ähm, auch nicht so richtig sagen. Die Trans-Dauern 10 Minuten. Ja, eben, also die Main-Quest durchzuspielen, wenn man die einmal kennt, dann geht's auch tatsächlich sehr, sehr schwer, selbst wenn man kein begnadeter Speedrunner ist. Aber darum geht's eben auch gar nicht so richtig, weil das hat ja auch eben diesen Sandbox-Aspekt und ich glaube, das macht die Spiele auch so beliebt, dass du unheimlich viel Quatsch machen kannst. Du kannst eben deinen kompletten eigenen Weg gehen und, ähm, ja, da scheinen sich auch alle so ein bisschen drauf einigen zu können, weil ihr da draußen habt da 8 gegeben, auch sehr nah an unserer 8,4. Ähm, Simon, was hast du für ... Oder wie ... Was verbindest du mit diesem Bethesda-Spielen und jetzt natürlich insbesondere mit Morrowind? Ich war nie so ein richtiger Fan, weil mir das immer zu groß war. Ich hab's aus der Ferne gesehen. Aus der Ferne heißt in diesem Fall über den nächsten Schreibtisch zu den anderen PC-Jungs bei Giga, die das dann halt immer geschrieben haben. Ich selbst hab ... Wenn ich was damit gemacht hab, hab ich fast immer irgendwelche Mods vorgestellt. Die Mod-Szene war gigantisch. Ähm, gibt's wahrscheinlich immer noch. Ähm, und viele Memes auch, die von Morrowind Skyrim, Sönder hier mit diesem Zugding, dieses Gesicht ... Um aus der Lokomotive. Ja, ne, als Drache dann oder was. Also, ich mein, da sind ja ganz viele Sachen entstanden, die bis heute Bestand haben. Aber ich selbst hab's auch, wie du, immer angespielt. Auch nicht schlecht gefunden. Ich fand die Lore immer toll. Also, nicht die Lore, das Worldbuilding. Also, hab ich in meinem Video auch, als ich die Spiele bei mir vorgestellt hab im Stream, auch schon erzählt, dass ich diese Käfer mit den langen Beinen, die einen transportieren von A nach B. Kannst du dich daran erinnern? Ja, ja, ja. Du bist quasi, ne, bist du irgendwie im fünften Stock oder so und siehst dann diesen Beatle und kannst dann da rauf und der transportiert dich woanders hin. Das fand ich geil. So diese Idee, diese Vorstellung, dass diese Viecher da über die Welt laufen und dass sich die Menschen diese Viecher zu eigen gemacht haben. Die haben nämlich wirklich halt, hab ich mir sagen lassen von meinem Chat, dass die denen quasi das Gehirn komplett aushöhlen und dann die Nervenstränge halt benutzen. Und die dann reiten. Also, ich dachte immer, das sind einfach freundliche Wesen, die sich quasi ein bisschen was nebenbei verdienen wollen. Aber in Wirklichkeit wurden die einfach versklavt. Ja, ja. Das ist irgendwie geil. Also, ich mein, die Größe halt, ne? Die haben ja mehr Platz, um dann die Münzen da reinzunehmen. Genau, ist es auf jeden Fall. Ja, diese Insel, auf der Morrowind spielt, die gibt's auch noch in einem, war das so ein Skyrim-DLC? Nee, aber bei Shivering Isles? Nee, nee, das ist es nicht. Genau, das ist ein DLC für Oblivion. Aber auf jeden Fall kam das auch für Elder Scrolls Online dann noch als Gebietserweiterung, vor gar nicht allzu langer Zeit. Also, da haben die bei Bethesda schon auch ein bisschen mit der Nostalgiekeule gearbeitet. Aber schauen wir uns doch mal die Gesamtwertung an. Mit einer 8,2 reiht sich dieses Spiel auf dem dritten Platz ein. Aber es ist schon irgendwie verdient, wenn ich das so in der Generation sehe. Der ist auf jeden Fall einer der, ich mein, wie oft der rauskam, auf wie vielen Systemen und alles. Man hat, es war ein Meme an sich schon, wenn Bethesda mal wieder irgendwo Morrowind angekündigt hat für deine Uhr oder den Mixer. Morrowind, du meinst Skyrim eher, ne? Morrowind wurde nicht so aufgepockt. Entschuldigung, stimmt, da verwechsel ich das, ne? Es war Skyrim. Sicher? Nee, es war Skyrim. Wo Bethesda dann noch irgendwann vor zwei Jahren so den Gag gemacht hat, hey, Skyrim jetzt sogar auf unserem Kühlschrank. Ja, okay, na gut, dann lass ich mal Morrowind. Ich würde da maximal ergänzen als jemand, der es auf der Xbox gespielt hat. Ich meine, es war vergleichsweise grucklig auf der alten Xbox. Auf der Xbox, ja. Aber da waren viele Sachen, ne? Ja, es war auf Bethesda eben. Ja, also gute Performance hatte das noch nie, aber dafür als 16 Times the Detail. Aber ich würde sagen, wir verlieren gar keine Zeit mehr, weil ich glaube, es ist alles gesagt dazu. Das Einzige, was man vielleicht noch erwähnen kann, ist, wir haben eben schon während die Mads lief den Gag gemacht, es ist ja bei Starfield immer noch die gleiche Engine. Zwar in einer neuen Iteration, ich glaube, sie haben auch eine Zwei jetzt irgendwie dahinter gehangen, Creation Engine, aber viele Modder haben ja viel Einblick, sagen zwar, es ist gut moddable, kritisieren aber auch so ein bisschen, dass halt das so alt ist und auf so einer alten Basis immer noch läuft, dass es natürlich schwieriger wird, und dass es nicht von allen so lang angesessenen Engines behaupten. Ich weiß natürlich nicht, gab's irgendwann bei der Unreal Engine einen harten Schnitt, weil ansonsten haben wir ja auch immer Iterationen aufgebaut. Ja klar, also die werden schon weiterentwickelt, aber das Problem ist, dass auch die Creation Engine, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber auch schon von einer anderen kommt und Coder beschreiben das so ein bisschen so als Spaghetti-Code. Also die wurde quasi nicht irgendwie aufgeräumt und dann schlau weiterentwickelt, sondern es ist ein konfuses Ding und deswegen ... Sieh da nicht dran, sonst bricht alles zusammen. Ungefähr so und deswegen, das sehen wir ja auch in diesen ganz Bethesda-Spielen, dass sie eben ganz, ganz schnell auch mal zusammenbrechen durch ihre ganzen Bugs. Aber jetzt weiter im Text und ein Spiel, wo, was ich schon komplett vergessen hatte, aber dann hab ich mir ein Video angeguckt und die Erinnerungen wurden wieder aufgefrischt und das seht ihr jetzt auch und zwar zu Neverwinter Nights. Neverwinter Nights war ein tolles Rollenspiel. Für Entwickler BioWare war es aber auch eine verdammt schwere Bürde. Denn mit Baldur's Gate 2 hatten sie zwei Jahre zuvor das ultimative Rollenspielmonument erbaut, das sie nun übertreffen sollten. Obendrein wagte BioWare nun erstmals auch den Sprung zur 3D-Technik, den andere Entwickler längst hinter sich hatten. Doch als das Spiel dann erschien, entzog es sich einfach einem direkten Vergleich mit Baldur's Gate. Denn neben einem Singleplayer-Rollenspiel wollte das Spiel noch etwas ganz anderes sein. Ein revolutionärer Rollenspiel-Baukasten für AD&D-Enthusiasten. Der sogenannte Aurora-Editor ermöglichte es plötzlich auch Anfängern auf simpelstem Wege eigene Single- und Multiplayer-Abenteuer zu bauen. Egal ob Umgebungen, Story-Ereignisse, Items oder Charaktere. Alles war freigestaltbar, genau wie beim großen Pen-and-Paper-Vorbild. Einzige Kritik? Da auch die offizielle Hauptkampagne von BioWare mit demselben Editor erstellt wurde, sah man der Landschaft die Baukastenherkunft stellenweise an. Trotzdem, schnell bildete sich eine aktive Community, die das Spiel mit massenhaft Abenteuernachschut noch lange am Leben hielt. Ja, dieser Editor war wirklich mächtig. Wir haben eben bei Morrowind über Modding schon geredet. Das brauchte man da gar nicht so, weil es halt im Spiel schon integriert war. Und das ist natürlich super stark, gerade bei sowas. Habt ihr damit rumgespielt oder habt ihr nur das eigentliche Game gezockt? Ich glaube, ich habe mehr, also auch durch den Job natürlich, weil ich in dem Bereich war, wo wir ständig sowas, wir waren dankbar für jede neue Mod, die man vorstellen konnte zu Neverwinter Nights. Ja, also auf jeden Fall, ich habe fast mehr Mods gespielt und irgendwelche anderen Quests als das Hauptspiel. Das habe ich dann ab und zu mal mit Freunden noch gespielt. Aber ich habe es auch nie durchgespielt. Aber ich meine, ich mochte das irgendwie schon. Ich tue mich aber schwer mit diesem Diablo-isometrischen, obwohl es mit Diablo natürlich wenig zu tun hat, weil Diablos Hack'n'Slay und das hier ist ja eher ein Rollenspiel. Aber in meinem Kopf war das dasselbe und irgendwie habe ich nie so den Zugriff gefunden. Jetzt erst habe ich mit Diablo angefangen. Und insofern möchte ich irgendwann auch mit Neverwinter Nights mal weitermachen. Sowas gibt es heute irgendwie gefühlt gar nicht mehr so richtig. Ja, die... Zumindest im Crowdfunding-Bereich, ne? Stimmt, okay, ja, da muss man ein Dach suchen, dann kriegt man es auch. Pillars of Eternity und der ganze andere... Tyrant? Ne, wie ist das mit Tyrant? Du weißt, was ich meine. Ja, ja, ja. Aber es gibt auf jeden Fall im Enthusiasten-Bereich. Pillars of Eternity hat draußen eine Sicht, oder? Sehr viele natürlich, ja. Aber das ist ja daran angelehnt. Ich meine, das kommt aus der Zeit, wo Bioware eigentlich nicht viel falsch machen konnte. Also, wir waren ja noch... Vorhin noch drüber gesprochen. Im nächsten Jahr danach war KOTOR. Dragon Age ist ja auch nicht so ultra weit weg. So vier, fünf Jahre noch mal extra. Dragon Age. Mass Effect. Mass Effect, ne? Ich kann mich noch dran erinnern, zumindest zu der Zeit. Ich hab solche Sachen mal angespielt auf dem PC. Mal hier ein paar Stunden, da ein bisschen was gemacht. Ähm, aber wenn, dann hab ich dann tatsächlich mehr Zeit auf der Konsole verbracht. Ja. Und, ähm, so das schwimmt alles so ineinander. So ein bisschen bei mir. Das kann ich nicht exakt sagen, so, äh, was, was so Phase genau da gewesen ist. Ich hab mich aber so in die Note reingefühlt. Ja. Im Chat steht's gerade, Tyranny meintest du. Tyranny meine ich, ja. Ähm, ja, wie sieht das den Ausbau, den Wertungs? Haben bei uns insgesamt neun abgestimmt und da waren alle sehr nah beieinander. Viele siebenen. Ähm, ja, wir haben ja auch insgesamt eine 7,6. Jetzt, äh, hab ich dir so krass zugehört, dass ich einfach vergessen habe, was ihr da draußen abgestimmt habt. Äh, kann die Regie mir das bitte noch mal wiederholen? Eine 7,5. Guck mal, das ist ja mega nah dran. Ja, krass. Dann kommen wir auch auf eine Gesamtwertung von 7,5. 7,6, da rundet man jetzt auch auf, oder was? Mann, warum moderier ich eigentlich eine Show, wo es um so Zahlen geht, Mann? Was können wir noch? Hast du was zu sagen? Never Winter Night? Gar nichts. Nee. Ich weiß, ich möchte gerne wissen, äh, Walle, was sagt ein Reinke? Der hat doch abgestimmt. Der hat doch bestimmt eine 10 gegeben, oder? Das ist so ein, so ein... Das kann gut sein. Ich hab sie gespielt, deswegen kann ich da gar nichts zu sagen. Äh, ja, da würd ich auch noch mal ganz kurz die Regie bitten, mir das zu sagen, weil ich hab mir nur die Leute notiert, die hier auch tatsächlich in der Runde sitzen gerade. Oh, ich hab den Simon gemacht. Oh, no. Der mich hat eine Acht gegeben. Ähm, ja, nicht ganz so, ähm, overhyped, aber doch... Können wir das mal ganz kurz sagen? Wie geil, da sag ich, ist das dann noch der andere? Warum ist denn da noch das eine? Ah, etwas mini. Das ist Red Alert 2. Hammer. Ich hätt mich gefreut, wenn ich Kingdom Hearts gekauft hätte und die Disc von Red Alert 2. Ach, okay, komm, schaltet die Kamera aus, bitte zeig das nicht weiter. Das ist kaum. Das ist immer da eingestellt. Leute, gar keinen Stress, das fixen wir gleich ganz in Ruhe in der Werbung. Es wird immer lustiger hier im peripheren Seen, fällt da noch alles zusammen. Aber das ist bestimmt auch gar nicht Wirtsschuld, sondern hier schmilzt einfach alles zusammen. Doppelkleber. Wie soll es ja auch seine Schulter, er hat das ja nicht zusammengeklebt. Aber warum haben... Warum ist das dahinter? Damit das einfach stabiler ist? Es ist schon mal ausgeschnitten worden, das heißt ganz einfach... Du bist doch auch ein Freund von Effizienz. Also ich meine, einfach so drüber zu pappen, ist doch am Ende irgendwie auch ganz konvikt. Ach, ich verstehe, weil dahinter ist der Magnet und dann ist doch immer der Cell. Ach so. Ach so. Natürlich. Das nächste Mal laden wir dich ein und du darfst mit so einem Senti bei so Rubbellosen die alten Malle abbilden. Ich bin voll dafür. Gute Idee, wer immer das entschieden hat. Ja, Effizienz ist king. Aber ihr merkt schon, wir haben gar nicht so viel in dieser Runde mehr zu Neverwinter Nights zu sagen, weil die Erinnerungen sind so ein bisschen weg. Wir sind hier gerade in der Runde nicht die Hardcore-Enthusiasten. Das ist natürlich auch so ein bisschen, wie das Format aufgebaut ist, dem geschulden. Natürlich gibt's die in der Redaktion, aber nicht jeder kann hier die ganze Zeit sitzen. Und die jetzt wurde schon so oft thematisiert. Wir brauchen, glaube ich, eine kurze Verschnaufpause. Ihr im Chat habt auch geschrieben, denkt an Wasser. Wir müssen uns die mal einschenken, aber ihr da draußen auch. Please stay hydrated. Und falls ihr keine Wasserflasche neben euch habt, geht doch jetzt ganz kurz zum Wasserhahn oder zum Kühlschrank. Und in einer Werbung werden wir alle mal... Was machen wir? Wir haben einen kleinen Pool da? Oh, haben wir so ein kleines, genau, so einen kleinen Kiddie-Pool, den wir voller Wasser machen können? Ja, dann müssen wir die Kategorien Hot-Tab uns ändern. Viel zu anstrengend. Werbung jetzt! Uh! Wir kommen zurück nach dieser kurzen Verschnaufpause. Ja, wie geht's euch, Leute? Habt ihr noch Energie? Ja, man. Denn ihr seht ja, wir sind erst... Wir brauchen uns. Wir haben erst sieben von 25. Wie viel ist das? Mathematisch? Jetzt kommt der Leistungskurs-Greg wieder. Moment, Stochastik müssen wir erst mal bedenken. Ich wollte gerade sagen, die Guten kommen ja noch. Ja, absolut. Also, wir hatten schon einige richtige Perlen. Und wir werden noch weitere erleben. Und jetzt kommen wir erst mal zu dem Horror-Genre. Und zwar zu einem... Das könnte dir wahrscheinlich gefallen. Habe ich gesagt, das allererste Horror, oder was? Das klang so, als würde es das erste Spiel werden, das Horror. Ach so, nee, aber dann... Aber das ist ja auch Survival-Horror. Genau, genau. Das ist was anderes. Jetzt kommen wir zu Lovecraft-Horror. Und deswegen glaube ich... Aha, da weiß ich genau, was das ist. Genau, das Simon da auch bestimmt gute Erinnerungen dran hat. Schauen wir uns an, was war denn noch Eternal Darkness? Was für eine ungewöhnliche Mischung Eternal Darkness vom kanadischen Studio Silicon Knights doch war, in dem von Nintendo selbst veröffentlichten Titel trafen schlaue spielerische Ideen auf Blut, Monster und Wahnsinn. Poe und Lovecraft hätten ihre Freude daran gehabt. Wahnsinn war wohl auch die Entwicklung, denn das Langzeitprojekt musste kurz vor Release vom Nintendo 64 auf den Gamecube umziehen und in Windeseile an die neue Konsole angepasst werden. Zum Launch-Titel reichte es nicht mehr und schließlich kam Eternal Darkness nach dem Resi-Remake raus und wurde ein wirtschaftlicher Flop. Eine Schande, denn das innovative Action-Adventure um die junge Frau Alexandra Räuvers, die den mysteriösen Tod ihres Großvaters aufklären will, ist ein ziemlich einzigartiges Spiel. Man spielt nicht nur ein Dutzend Heldinnen und Helden in verschiedenen Zeitepochen, der Schrecken, den sie erleben, soll sich auch auf die Spielenden übertragen. Fällt die Sanity-Anzeige zu tief, schockt das Spiel mit originellen Effekten, durch die der Ton verstellt, das Bild schwarz oder die Memory Card scheinbar gelöscht wird. Außerdem gibt's nicht nur stumpfe Survival-Action, sondern auch ein überraschend anspruchsvolles Magiesystem, eine komplexe Geschichte und gute Sprecherinnen und Sprecher. Ja, ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich dieses Spiel wirklich gar nicht kannte, aber das liegt auch daran, dass ich tatsächlich kein Gamecube hatte. Ich hab immer bei Kumpels Gamecube gezockt und dann auch eher so Multiplayer-Kram. Was ein interessantes Spiel, also ich finde, ich weiß nicht, ob ich's nachholen würde, aber das, was ich da an Bildmaterial gesehen habe gerade, hat mich doch irgendwie angemacht. Gibt's ein schönes Let's Play von Game One. Echt? Aber kann man das noch gucken? Klar. Das ist noch, achso, ja, also, ah! Wolfen Görnt, glaube ich, war es. Ah, ja, stimmt, genau. Die haben damals die Horrorspiele immer gemacht, oder? Ja, ja, stimmt. Es ist wirklich, es hat ein paar sehr originelle Ideen. Und ich möchte noch eine reine Sache sagen, das Problem ist nur bei diesen Ideen, dass zum Beispiel der Fernseher simuliert wird, wie er gemutet wird oder der irgendwas verstellt wird. Die Sanity-Effekts. Genau, die Sanity-Effekts. Aber die sind leider halt auf amerikanische Fernseher ausgerichtet. Und deutsche Fernseher hatten ein ganz anderes UI und Menü und so. Dadurch hat man, war so der Gag sofort weg, weil du dich fragst, hä? Was ist denn, das ist doch nicht von meinem Fernseher. Aber ich glaube, wenn du genau den Fernseher hattest, der da imitiert wird, dann wär das Hammer. Wir können ja gleich Collins Ausführungen lauschen, weil der hat bestimmt einen Fünfseiter. Ich wollte gerade zeigen, ich sehe, Herr Gäbel, Schmöck hat da schon wieder. Alles gut, ich wollte nur gucken. Ja, ich würd dann auch noch ergänzen, also so, das Ding ist, man hat natürlich auch Zeitschriftenartikel, also wenn du interessiert wirst, bei den Spielen gelesen, und da wurd's ja schon gespoilt. Das auch, ja. Und diese Sanity-Effekte, wo das Spiel anfängt und dir vor dem Fernseher suggerieren möchte, oh, jetzt, das Spiel ist so hart und so horrormäßig, dass ich selbst auch verrückt werde. Irgendwie. Ich weiß, wo das das erste Mal aufgetreten ist. A, ich hatte das schon irgendwie im Hinterkopf durch die Tests, die ich gelesen habe, und B, war das so, ich versteh das nicht. Warum wird dir das jetzt leiser oder soll mich das erschrecken? Und dann kam ein Jumpscares ab und zu mal. Ich fand's okay, muss ich sagen. Also ich weiß auch gar nicht, hab ich überhaupt eine Wertung abgegeben? Wenn dann wahrscheinlich eher weniger. Nee. Mich wundert es, dass es so enorm hoch ist. Ich weiß, das hat natürlich seine Fangemeide. Aber wie kommen wir denn auf eine Redaktionssendung von 8,8? Hat es da jemand verrechnet? Hat jemand eine 10 gegeben, ne? Oder zwei? Es haben nur sechs Leute abgestimmt, das ist tatsächlich sehr wenig. Und die meisten haben eine 8 gegeben, dann hat wohl einer eine 10 gegeben. Krass. Können wir die Person kurz outen? Ja. Wer hat die 10 gegeben? Ich kann sie outcallen. Der gute Matthias von Game2 hat die 10 gegeben. Ah. Also, ja, wenn euch interessiert, warum das so ist. Na, na, der. Na gut, das ist halt eine Aufnahmeleiter, ne? Kein Redakteur. Das ist eine unlimative Liste. Das ist hart, das ist hart. Spiel mal gegen ihn, Mario. Was hast du in deiner Zeitschrift in den Wertung vergeben? Ach was. Ja, aber schreibt ihm, Lieben, doch mal auf Twitter, falls euch das interessiert. Dann kann er euch da in 280 Zeichen erklären, wie es zu dieser 10 kam. Aber das ist auch ein bisschen unfair. Es ist schwierig, natürlich. Wenn man hier nicht in der Runde sitzt, hat man ja gar keine Plattform, sich ja ordentlich zu rechtfertigen. Ja, aber, ich weiß nicht, erzählt mir mehr. Aber das Spiel, wie gesagt, ich hab's nie gespielt. Und Colin hat das die ganze Zeit in der Hand. Wir wollen jetzt endlich den Artikel von früher hören, mein Lieber. Also, wir haben damals 90 gegeben in der Maniac. Was hab ich gegeben? Acht oder sieben jetzt? Ich weiß es gar nicht, Valentin, was auf dem Zettel steht. Ja, das war halt ... Das Spiel hat sich immer schon schwer getan. Das ist ja auch superlange in der Entwicklung gewesen. Und Silicon Knights, der Entwickler, der war damals ja nicht so ein beschriebenes Blatt. Nintendo natürlich als primär immer noch japanischstämmiges Unternehmen. Da waren halt Retro-Studios, machen plötzlich Metroid. Aha, okay, da sind wir mal gespannt. Silicon Knights machen ein Horrorspiel. Okay, alles klar. Und durch diesen Ansatz ja auch so in verschiedene Figuren zu schlüpfen, in verschiedene Epochen, um diese Geschichte quasi zu erleben, war das auch immer im Vorfeld, wenn das auf Messen gezeigt wird, dachte man, hä, was soll das mit der Römer und die Skelette? Dann ist da irgendwie ein Dude, der da mit einer Fackel in einer ganz anderen Epoche ... Also, das war sehr eigen. Und das war halt primär durch die Story und durch die originellen Ideen mit diesen Sanity-Effekten natürlich ... Das war charmant, das war aber so ein bisschen so der ... Das war ja das, was auf der Packung klebte. Naja, es hatte halt insgesamt einen schönen Mix wirklich aus Rätseln und Action. Das war schon sehr ... Es war ungewöhnlich, aber es war eine gute Mixtur. Es war technisch schon damals nicht so state of the art. Es war halt nur okay, wahrscheinlich eben auch der unglaublich langen Entwicklung geschuldet. Aber es ist schade, dass es so ein bisschen so eine Stilblüte, ne? So ein bisschen so eine Fußnote des Horrors geblieben ist. Ich hab's seitdem aber auch nicht mehr gespielt. Deswegen würde ich mich auch total interessieren, ob mir das 20 Jahre später irgendwie mehr oder weniger Spaß macht. Deswegen hab ich die Acht so ein bisschen gefühlt für mich hingeschoben. Müssen wir mal nachholen zu zweit oder so, ne? Weil ich hab auch schon alles vergessen jetzt, was damit war. Ich auch. Also ich mochte immer, dass diese Zeitsprünge da waren und es immer um das große galaktische Böse sozusagen geht in Form von diesem Cthulhu-Mythos. Das fand ich immer sehr schön, weil eben die anderen Spiele haben dir halt Zombie-Hunde gegeben und ein Haus so. Dann hat sich alles daran orientiert. Silent Hill hat noch mal einen ganz anderen Psycho-Weg eingeschlagen. Und die waren ... Es gab andere Spiele auch, aber wenige, die Lovecraft genommen haben als Grundlage. Und das war lange eben nicht so populär wie heute. Jedes zweite Horrorspiel, irgendwo taucht noch mal Lovecraft los. Ja, stimmt. Keine Ahnung, warum das so war, aber ich fand's, das hat's für mich herausgestellt, neben all den Sachen, die eben schon erwähnt wurden. Das war letzten Endes sowieso ganz gut für Nintendo. Das war die neue Nintendo-Härte auf einmal. Stimmt. Der Hort von Resident Evil, der Vierer wird ja auch dafür gemacht. Null ist dafür rausgekommen, Resident Evil 1, Eternal Darkness. Also, Nintendo hat sich eigentlich beschweren können. Das war Image-Förder. Das Ding ist nur, ich höll's gar nicht auf, über Nintendo zu reden, weil das hat damit nichts zu tun. Aber Nintendo hat immer nur einmal pro Jahr irgendein Spiel rausgehauen, wo jemand den Kopf abhauen wird. Und das war dann, seht ihr, wir sind doch auch wie PlayStation. Und das hat mich immer genervt, weil die hätten einfach mal auch mehr daraus machen sollen. Du 64. Also, einmal im Jahr, guck mal, wir machen doch auch solche Spiele. Und der Rest war dann wieder Nintendo mit Schnurri, der irgendwie Kuchen backt für die Truller. Nein, so war's nicht, die Truller hat gebacken. Aber hat die Prinzessin den eigentlich jeweils gebacken oder hat sie ihn gekauft? Ja, bei Paper Mario backt. Toast machen's. Für ihn. Okay. War eine sehr schöne Szene. Da bin ich als alter Mann emotional richtig. Du hast doch Hunger gehabt. Jetzt stellt sich die Frage, wir hatten ja im Jahr vor Metal Gear Solid 2 gehabt, da gab's ja auch so einen Insanity-Moment. War der überraschender als jetzt bei Eternal Darkness? Weil ich zum Beispiel, ich war zu dem Zeitpunkt viel zu jung. Ich kannte das Spiel tatsächlich nur durch die RTL 2 News, die dann nach Dragon Ball liefen, auch vor Dragon Ball, ich weiß nicht mehr genau. Und da wurde auch schon gesagt, ja, dieses Spiel, das hat diese ganzen Insanity-Momente. Warum spoilt man diese ganzen Sachen? Weil das Spiel sonst nichts hat. Ist es so? Nein, ich weiß nicht mehr. Anscheinend hat's ja sehr viel. Da haben ja Leute Zehner vergeben hier. Ja. Nein, das war ein gutes Spiel. Du musst den Leuten ja erklären, was ist so ein Insanity-Effekt. Ja, aber hast du ... Also das war ... Ja. Und da gab's viele. Also da waren ja wirklich ... Ich meine, da waren halt ... Es gab's ja nicht nur, wie du gesagt hast, plötzlich, hä? Wieso geht der Ton aus? Wieso wird da ... Obwohl mein On-Screen-Display vom Fernseher, wenn das Volume ausgeht, sieht ganz anders aus. Da sind das plötzlich so grüne Streifen. Ich weiß gar nicht mehr was, aber das war ja eine Fülle von Sachen, die auch teilweise deutlich subtiler waren. Also das ging ja auch gar nicht um sich immer wahnsinnig zu erschrecken, sondern einfach nur mal kurz, hä? Und irgendwann hast du natürlich so einen Trichter, weil du denkst ... Oder du hoffst vielleicht auch. Das wär richtig geil, glaub ich. Stell dir mal vor, die würden die Sanity-Edition von Morrowind oder von irgendeinem Elder Scrolls-Spiel in der ersten Iteration machen. Wo du denkst, ist das ein Bug oder ist das ein Sanity-Feature? Ist das Spiel wirklich abgestürzt? Dann lohnt es sich, panisch zum Reset-Schalter zu gehen. Weil so was war da halt auch drin. Und das war so nett. Aber das war nicht übertrieben häufig. Cyberpunk war's ein Feature. Nee, genau. Heutzutage nennst du es Early Access. Ja, genau. Das wurde einfach ungebrandet. Ihr da draußen jedenfalls habt eine 7,7 mit euren Votings generiert. Und damit, lieber Wirt, was für eine Gesamtwertung kommen wir? Und wo reiht es sich ein? Oh, du machst es aber hier auch richtig spannend. Relativ weit oben. Ja, krass. Was? Was? Nein. Ja, nein. What the fuck. Okay, diese 10 ist doch gewichtiger, als ich gedacht hätte. Weil diese 8,8, die die Redaktion gegeben hat, die bannert er natürlich ordentlich rein. Auf jeden Fall. Oh Mann, jetzt denke ich gerade, da gehe ich meine 10er durch und denke, ob ich dafür Ärger kriegen werde. Mal gucken, warten wir ab. Ja, aber wir haben es ja gemerkt, hier hat jeder mal eine 10 vergeben. Es hat auch jemand halt, jeder hat irgendwie einen Liebling und das finde ich auch völlig gerechtfertigt, dafür dann mal die Maximalwertung rauszuhauen. Ich glaube, das macht ihr draußen da im Chat auch fleißig und das ist auch völlig legitim. Aber kommen wir jetzt zu einem komplett anderen Genre und zwar zu dem Genre der Echtzeitstrategie, die damals groß war und aktuell jetzt ja nicht mehr so krass groß wie damals. Aber um welches handelt es sich? Ja, ihr könnt es wahrscheinlich schon guessen da draußen. Warcraft 3, Reigns of Chaos. Es gibt Videospiele, die geben sich nicht zufrieden mit dem Status quo, sondern trauen sich bewährte Serienelemente mutig umzukrempeln. So war es auch bei Warcraft 3. Nicht nur, dass man plötzlich nur noch eine begrenzte Einheitenzahl zugleich befehligen konnte. On top wurden auch simple, aber wirkungsvolle Rollenspielelemente in das Spiel integriert. Es gab vier Fraktionen, die sich unterschiedlich spielten und über jeweils drei Helden verfügten. Wer Erfolg haben wollte, musste schon früh mit seinem Helden und einer Handvoll Einheiten die Karte entdecken und Kämpfe bestreiten. Denn erst durch die damit gesammelten Erfahrungspunkte und Skills wurden die Helden zum entscheidenden Faktor in den Schlachten. Basisbau und paralleles Erkunden waren also die beiden Schlüssel zum Erfolg. Für Story-Liebhaber gab es zudem noch eine packende Singleplayer-Kampagne obendrauf, die mit konkurrenzlos guten, vorgerenderten Cutscenes protzte. Und mit dem Map-Editor wurde die perfekte Grundlage für ein langlebiges Strategiespiel geschaffen, dessen Ruhm erst durch den Remaster Warcraft 3 Reforged einen hässlichen Kratzer im Lack bekam. Ich hoffe, ihr da draußen habt jetzt nicht die Zahlen für Reforged gegeben, wenn das eure einzige Erinnerung dran ist. Ich glaube aber nicht. Ich habe auch wirklich, wirklich viele Szenen im Chat gesehen. Es ist wirklich ein Klassiker in der Echtzeitstrategie, immer noch saubeliebt, wird auch immer noch gespielt und vor allem hatte das auch eine grandiose Modding-Szene. Es gab wirklich tolle Mods. Ich glaube, die Mods tatsächlich dann auch mehr gespielt als das eigentliche Spiel. Auf LAN-Partys, diese ganzen Tower-Defense-Sachen und so, da gibt es herrlichen Kram. Das verbinde ich zumindest damit, aber wie sieht es bei euch aus? Ja, das war in dem Jahr, wo es rausgekommen ist, wollten die natürlich bei mir im Internetcafé spielen und das war so der meistbespielte Titel. Ach, du hast bei einem Internetcafé gearbeitet? Ja. Zwinker, zwinker, ne? Nein, aber natürlich genauso, solche Titel sind natürlich die, die dann im Netzwerk gespielt werden und sowohl auch klassische Matches wurden da häufig gemacht, als auch eben viel mit den Mods dann irgendwann angestellt. In dem Jahr, glaube ich, war es noch nicht so weit, aber das war ja der Ursprung von Dota oder so, oder Defense of the Ancients besser gesagt. Genau, ja. Die Ur-Mods oder so, die Ur-Map, die da gespielt wurde. Und ich kann mich erinnern eben, dass das so wirklich fast dauerbelegt war. Fast alle Plätze, da wurde Warcraft hauptsächlich in dem Jahr gespielt. Und selbst ich als Echtzeitstrategie-Agnostiker, der eben eher von außen dann betrachtet hat und nicht wirklich groß Interesse hatte, da zu spielen. Ich konnte schon sehen, die Leute, die da involviert sind, da dauert, bis ich deren Aufmerksamkeit habe. Ja, ja. Wie sieht's bei euch aus? Ich hab's damals auch auf LANs gespielt, aber überwiegend die ganzen Mods. Da hattest du diese Hero-Sachen gehabt, du hattest Tower-Defense gehabt, natürlich auch, wie du gesagt hast, der Urgestein für Dota, beziehungsweise der Startpunkt. Und für mich war das Spannende damals, die drei verschiedenen, oder das waren drei verschiedene, ganz verschiedene Parteien. Also ich kannte es halt, kommen wir da von Command & Conquer gegen. Du hattest Nott und GDI, die waren sich schon recht ähnlich. Du hattest dann irgendwann in der Alarmstufe Ruhr 2, da hattest du die Sowjets und die Alliierten. Die waren sich schon weit auseinander. Aber dann kam hier noch eine dritte Partei dazu, wo ich sagen muss, okay, die haben wirklich drei grundverschiedene Parteien gehabt, beziehungsweise Fraktionen, die dann auch sich verschieden gespielt haben. Weil bei Command & Conquer ist es ja so, okay, das Bauen der einzelnen Gebäude ist ja immer gleich. Aber bei Warcraft ist es halt so, da baust du auch ein bisschen anders. Die Gebäude werden anders aufgebaut. Und das fand ich halt spannend. Hat mir aber zum Beispiel nicht gereicht, um dort dann hängen zu bleiben. Ich weiß ja noch, die Nachtelfen hatten ja diese bewegten Gebäude gehabt, beziehungsweise die Bäume, die sich dann auch bewegt haben, wo ich dachte, okay, das ist cool, das ist wie bei Herr der Ringe. Weil zu dem Zeitpunkt hatte ich keinen näheren Vergleich gehabt. Ja, stimmt. Und die Story, die Story war für mich auch ganz krass, wo dann am Ende Arthas dann ankam und, ja, die ganzen Cutscenes und wir dann zu Frozen Throne kamen und so. Genau, und das ... Sag bitte dreimal Frozen Throne. Frozen Throne, Frozen Throne, Frozen Throne. Ah, okay. Oh, not shit. Ja, aber du sprichst es schon an, das Warcraft-Universum, die Lore an sich, ne, wir haben das erfolgreichste und meiner Meinung nach auch beste MMO daraus dann auch später geboren bekommen. Final Fantasy XIV? Genau, das meine ich natürlich. Nee, also ich meine, das ... Ja, jeder, glaube ich, kennt davon irgendwas. Das ist wirklich eine bedeutende Marke. Aber das war jetzt ja ein klassischer PC-Titel. Und Colin ist ja schon eher so ein Konsolero-Typ. Und da will ich jetzt einfach auch mal wissen, hast du irgendwelche Berührungspunkte damals damit gehabt? Hast du vielleicht deshalb irgendwie dem einen PC besorgt? Nein. Ich hatte so gehofft, dass du einfach ... Danke für den Beitrag. Ich wusste das natürlich auch. Ja? Die CGI-Filme, die waren geil. Die haben auch mir gut gefallen. Oh ja, tatsächlich. Das kann Blizzard ja bis heute wirklich fantastische Trailer und CGI-Filmchen kreieren. Ich hoffe mal, dass deren Human Resources so gut werden wie die CGI-Abteilung. Ja, aber jetzt will ich von euch mal wissen, was glaubt ihr denn, was ... Also, du darfst nichts sagen, wie er wird, weil du weißt es schon. Ich möchte einfach mal ein Guess. Was glaubt ihr, wo reiht sich das jetzt ein in der Platzierung unserer Tabelle, die wir gerade hier haben? Das wird die Eins, eindeutig. Also, es wird schwer, das auch von der Eins runterzuballern. Es ist halt auch mega einflussreich geworden, ob man es jetzt mochte oder nicht. Ich war zumal nicht so der Mega-Fan von, aber was es für MOBAs und so einfach gemacht hat, das kannst du eigentlich gar nicht hoch genug werten. Ja, weil ihr da draußen habt das Gleiche vergeben wie wir, eine 8,7 und damit bekommt es die Gesamtwertung. Mathematik-Genie-Valentin, 8,7 und damit erreicht es natürlich den allerersten Platz auf dieser Tabelle. Jetzt müssen wir jetzt den Zeitpunkt, da kann sich noch einiges bewegen, je nachdem, welche Spiele uns vorher aufgestanden wird. Wir vorstellen. Ja, vielleicht kommt jetzt schon das Spiel, was dieses Spiel wieder verdrängen wird. Wer weiß, es gab auf jeden Fall ein, wenn ich mich nicht, wenn ich mich richtig erinnere, gab es ein lustiges und spielbar dazu, welches, äh, jede, soweit ich weiß, aus Frust abgebrochen hat. Oh. Was war's? Schauen wir mal rein. Okay. Ich weiß, was es ist. Unser nächster Halt führt uns auf die paradiesische Isla Delfino, auf der auch Mario und Peach im heißen Sommer 2002 ein paar Sonnenstrahlen genießen wollten. Doch in Super Mario Sunshine, dem einzigen Gamecube-Ableger der Reihe, landeten der Klempner und seine Freunde nicht im erwarteten Urlaubsparadies, sondern mitten im Chaos. Und oh Schreck, Mario wandert sogar in den Knast. Die schwere Anklage, er soll weite Teile der Insel verschmutzt haben und wird zum Großreinemachen verurteilt. Dabei half ihm der Dreckweg 0817, ein sprechender Wasserspritzroboter, dessen Handling Mario Sunshine spielerisch einzigartig machte. Das sprechende Mehrzweckgerät war nämlich nicht nur zum Graffiti entfernen und Gegner wegbrausen gut, sondern ermöglichte Mario auch ein völlig neues Bewegungsrepertoire. Auf dem Weg hoch in die Lüfte schränkte ihn nur der begrenzte Wassertank ein und die Kamera, die leider öfter mal so wirkte, als hätte sie ein störrisches Eigenleben. Und obwohl Mario Sunshine im Vergleich zu den Einserstrebern Mario 64 und Mario Galaxy bei vielen eher das ungeliebte Sandwich-Kind der Familie war, so war er doch ein wichtiger Teil, der Mario-typisch durch kreatives Level-Design und poliertes Jump'n'Run-Gameplay überzeugte. Ja, es war natürlich ein mieser Bait, dass das jetzt vom Thron schlagen wird, weil wir haben, das wusste ich ja vorher, nur eine 6,7 vergeben. Bei euch sieht das aber vielleicht völlig anders aus. Wir werden gleich erfahren, was dabei rauskommt. Aber jetzt möchte ich mal die Reihenfolge etwas ändern, weil ich sehe Colin da schon wieder so schön ins Heft blicken. Jetzt will ich mal wissen, Colin, du hast es ihm gegeben. Warum? Ja, hier bin ich tatsächlich mal abgewichen von dem, was wir damals hatten. Ich habe geguckt, 93 hat es damals. Alter, das war wieder klar, ne? Aber sonst hätte es Ärger mit der Community gegeben, ne? Wenn ihr dann niedriger an den Internet-Tippen habt. Ja, genau. Ja, hallo, Grüße gehen ins Internet-Café. Ja. Mit euch Braudis da. Wir haben da nicht Spiele bewertet, nur gezockt. Ja, das ist richtig. Ich glaube, das ist etwas, was damals ... Also, für mich hat das damals schon gut funktioniert, dieses neue Feature mit dem Dreckweg 0815, oder wie das Ding ist, oder 0816, diese verschiedenen Einsatzmöglichkeiten damit zu sprühen, damit aber auch diese Hover-Fähigkeiten zu haben. Das hat schon Ideen reingebracht, die richtig cool waren. Und richtig geil fand ich auch diese Bowser-Levels, die es dann da ja auch gab, die eher so diese traditionellen, super kniffligen Hindernis-Parcours waren und weniger in dieser Welt drin waren. Aber man muss auch sagen, das Ding ist einfach nicht so unglaublich gut gealtert, wie das ja so oft ist, wenn irgendwelche ... Das ist so, wenn wahrscheinlich ein Schachspiel, plötzlich noch Upgrade-Figuren bekommt und fahrbare Untersätze, dann sagt man vielleicht da, sagt man, oh, geil, Schach auf einem neuen Level. Aber irgendwann die Geschichte zeigt, oh, hätt's eigentlich gar nicht gebraucht, hat vieles schlechter gemacht, das Balancing war nicht so gut. Und für mich ist tatsächlich auch in Erinnerung geblieben, am meisten noch dieser absolute Qual-Level, bei dem Ede dann eben auch das unspielbar gemacht hat, beziehungsweise abgebrochen hat, wo man diesen fürchterlichen getimten Parcours an diesem Hafen oben mit Wasser und wieder runter und dann wieder hoch und einen Schalter drücken und einen Yoshi und wieder hoch und ... Irgendwie so. Es war einfach zu viel. Aber damals war das frisch, neu, sah gut aus und hat für den Moment super geblendet. Aber 93 ... Aber Olli Schultes, mein Kollege, Grüße gehen raus, der hat die Wertung zu verantworten. Also ... Schmoll und Schmäbel war das. Sunshine ist eh immer so ein Gegenstand von vielen Diskussionen. Einfach, wenn du im ganzen Mario-Kosmos dich da umschaust. Das Ding ist, dass du gerade was Super Mario Junker Runs angehst, einfach enorm hohe Ansprüche hast, durch viele Titel rausgekommen sind. Ob sie im 2D-Bereich sind oder das, was auch Colin erwähnt hat. Ich fand auch speziell die Bonus-Level, die auf das Jetpack verzichtet haben. Und ich will jetzt nicht das Jetpack an sich verteufeln, weil das ist eigentlich eine interessante Idee. Aber wie sie ins eigentliche Hauptspiel eingebaut wurde, inklusive der wirklich grauenhaften Kamera, also die dann nie richtig was eingefangen hat, wie du das einfangen wolltest, trotzdem filigrane Sprünge und Jackpad-Flüge usw. machen muss. Und deshalb haben mir die ohne Jetpack-Level viel mehr Spaß gemacht. Und deshalb ist auch Mario Galaxy so geworden, wie es geworden ist. Ich hab damals einfach irgendwie, ich hab mich darauf gefreut, ich hab's innerhalb von drei Tagen durchgespielt und alles da so eingesammelt, was man da so einsammeln kann. Und danach blieb so ein Gefühl, eigentlich muss ich's nie wieder anfassen. Und sowas hab ich bei keinem Mario gehabt. Okay, das passt, ja. Und es gab ja das Remaster vor einiger Zeit in der Mario Collection, die Switch. Ich glaub, die hat zumindest ein paar Sachen adressiert, zumindest was hier so Steuerung und anderes Zeug da angeht. Wobei, nee, es ist, glaub ich, sogar ein bisschen schwieriger geworden, weil du hast ja keine analogen Trigger mehr auf der Switch. Das war nämlich auch eine Sache, die analogen Gameplay-Buttons, dass du was anstellen kannst. Und so insgesamt, also dadurch, dass du vor allem dann drumherum immer so herausragende Titler hast, und Galaxy war einfach, was dann ein paar Jahre später rausgekommen ist, wirklich eine Offenbarung gegenüber dem, ist Sunshine einfach mir nicht gut im Kopf hängen geblieben. Das war für mich dann auch eine der ersten richtigen Nintendo-Enttäuschungen, muss ich sagen. Ah ja, interessant. Absolut, Mario zu verkacken ist ja auch was ganz Besonderes. Das muss man ja auch erst mal schaffen, weil die's ja immer gut gemacht haben. Und das Spiel hat eigentlich, jetzt, wenn ich drüber nachdenke, nur geile Ideen. Also Ideen, wo man sagt, na ja, das ist Nintendo. Wenn die ein neues Feature wie diese Wasserspritze und dann machen die da fünf, sechs geile Sachen draus. Und dann, dass das dann nicht funktioniert, deswegen kann ich auch, wundert mich gar nicht, dass das trotzdem gute Wertungen bekommen hat, weil A, ein Fan ist dann auch noch euphorisiert, und B, ja, das ist auch geil. Aber man will's halt irgendwie auch nicht wahrhaben. Man kann's sich irgendwie nicht vorstellen, man denkt, das liegt an mir. Ich mach was falsch. Nein, Miyamoto, es liegt nicht an dir. Ja, aber ... Da waren ja auch die ganzen mehr für den Cutscenes, ne? Also, ich hab das auch jetzt vor einigen Jahren gespielt mit der Collection und hab zum ersten Mal Mario Sunshine gespielt. Und ich war einfach geschockt, was für merkwürdige Zwischensequenzen dabei waren, wo Mario am Anfang auf die Insel kommt, will Urlaub machen mit Peach und landet dann plötzlich im Gefängnis. Im Knast! Ja, und dann kommt dann plötzlich diese Maschine, diese Spritzmaschine, und spricht dann mit ihm und erzählt dann die gesamte Geschichte. Ich denk so, das ist doch kein Mario-Spiel. Die Spritzmaschine? Ich weiß nicht, Dreckweg nur nach 17 oder so. Ja. 17 oder 16, egal. Aber ich find das auch blöd, dass Mario da von seinem realistischen Setting dann einfach so abgerückt ist. Was eine Schweinerei. Ich geh nicht mehr in Urlaub, aber ... Ja. Ja, aber ich mein, wie viel weirder ist das als sonst der Kram? Also, es ist ja ... Es ist eine richtige Cutscene mit Geschichte, mit Text und so weiter. Ach so. Sonst war's ja immer so ein Stan-and-Oli-Film. So, aha, uhu! Und dann so, oh, wurde entführt. Und sind weg. Aber Mario spricht ja natürlich nicht, ne? Alle anderen sprechen. Alle anderen sprechen. Das ist es ja noch. Ja. Aber man muss ... Sorry, ich muss ... Man muss da fair sein. Also, ein bisschen jetzt. Es ist immer ... Ich find mit dem Abstand und dem, was danach kam und was davor war und eben dieses Einordnen von Features, die neu waren zu ihrer Zeit, ja, das ist im Nachgang immer deutlich leichter. Aber das war damals in vielerlei Hinsicht ... Das war ja nicht nur der Dreckweg. Es waren dann so Sachen wie diese ganze Inszenierung mit einer richtigen Story, die viel mehr war als Super Mario 64. Das war ja für Mario damals, von Mario 64 kommt, auch ein Riesenschritt nach vorne in vielerlei Hinsicht. Also, neu. Und wie gesagt, in India weiß man oft, dass neu nicht immer besser ist. Das ist aber auch nicht alles schlecht. Und vielleicht vieles davon wirkt manchmal so ein bisschen weird und denkt man, hä, braucht's das? Reduziert euch doch mal wieder auf das Relevante. Aber deswegen, das war und ist ja kein schlechtes Spiel. Es ist nur eben nicht mit diesem Mut, den sie bewiesen haben, haben sie es eben nicht geschafft, so zeitlos gut das, was sie ursprünglich mal etabliert und perfektioniert zu haben, in diesem Bereich auch noch zu machen. Das ist deswegen heute, wird das gerne mal ein bisschen schlechter gemacht, als es damals auch zu Recht nicht war. Ja, verstehe. Klingt jetzt ein bisschen weird, aber weil die alle so drauf einpöbeln, das find ich unfair. Ja, also ich mein, Innovation ist ja auch immer Risiko und das kann dann halt auch ein bisschen, ja, also muss ja dann nicht immer perfekt werden. Und das hat seine schwierigen Momente, aber wohl auch seine guten. Also deswegen, da gibt's auf jeden Fall noch mehrere Sichten drauf. Und ihr da draußen habt eine glatte Sieben vergeben, also nah an uns dran. Und an dieser Stelle, ich hab's eben schon angeteast, möchte ich auf jeden Fall diese Folge mit Etienne. Das unspielbar von Game Two schaut da sehr gerne mal auf dem Channel vorbei. Hat er wirklich abgebrochen? Also er hat das unspielbar abgebrochen? Ja, jetzt hab ich blöderweise natürlich das schon gespoilert, dass das das Ende ist. Aber trotzdem lohnt es sich, immer noch zu gucken, weil man fühlt halt komplett beim Zusehen, dass das wirklich einfach auch eine fiese Stelle ist. Also ich glaub, der Tim hat's damals rausgesucht für Eddie, ich bin mir aber auch nicht mehr ganz sicher. Und das, ja, war einfach frustrierend. Und das frustriert einen schon beim Zusehen, aber es ist unglaublich unterhaltsam zugleich. Von daher schaut da mal vorbei. Aber was haben wir für eine Gesamtwertung? Und wo reiht es sich nun ein? Verdammt. Verdammt. Aber gut gemeint. Leider kickt es Warcraft nicht vom Thron. Knapp. Aber ja, interessantes Spiel auf jeden Fall. Und ich finde trotzdem, was Colin gesagt hat, konnte ich schon auch verstehen, weil es gehört ja auch einfach belohnt, dass da mal was versucht wurde. Und ein Franchise auch einfach sich mal was getraut hat. Wie oft kritisieren wir hier in so einem Game Talk, dass das langweilig ist, weil Morph the Same und die machen ja nie was Neues und so. Ist natürlich schön, aber es war jetzt ein Punkt, den wir angemerkt haben. Das hat ja sonst niemand groß los dazu gesagt. Das Gameplay muss auch stimmen. Und das war leider nicht voll da, wo es sein sollte. Ja. Ja, aber springen wir weiter im Text, weil ein Spiel, was mir sehr, sehr gut in Erinnerung geblieben ist. Und ich glaube, ich muss mich da auch gleich rechtfertigen. Ich habe eine sehr hohe Wertung gegeben, aber ich finde schon immer noch zu Recht. Vor allem habe ich die Story bewertet. Schauen wir uns mal an, wie denn Mafia vor dem Remake eigentlich in der Ursprungsvariante aussah. Ein dreister GTA-Abklatsch mit Mafia-Setting. So haben bestimmt einige im Jahr 2002 gedacht, als Illusion Softworks die Spielerinnen und Spieler in die fiktive Stadt Lost Heaven entführte. Aber die Unterschiede zur Grand Theft Auto-Reihe waren gravierender, als es die ersten Trailer vermuten ließen. Denn mit Mafia servierte das tschechische Entwicklerstudio ein deutlich lineareres Spiel als die Kollegen von Rockstar. Die Stadt war zwar im späteren Verlauf frei befahrbar, diente jedoch vor allem als Kulisse, um eine dichte Story und klassische Mafia-Action zu ermöglichen. Das Spiel setzte zudem auf mehr Realismus als GTA. Wer beim Autofahren zu doll aufs Gas drückte, endete in einer Verfolgungsjagd mit der Polizei. Ähnlich war es beim Ballern. Wer die Waffe nachlud, bevor das Magazin leer war, verlor die restlichen Patronen vom Clip. Serviert wurde das Ganze mit einer auffallend detaillierten Grafik und schicken In-Engine-Cinematics, die den Konkurrenten GTA zumindest inszenatorisch alt aussehen ließen. Mafia konnte sich insgesamt genug vom omnipräsenten GTA-Franchise absetzen. Auch wenn die kulissenhafte Stadt von vielen kritisiert wurde, war das Spiel ein voller Erfolg. Kein Wunder also, dass erst vor zwei Jahren ein aufwendiges Remake veröffentlicht wurde. Ja, der GTA-Vergleich liegt natürlich nahe, aber ich finde ihn auch gleichermaßen schwierig. Der ist daneben, finde ich. Genau, ich finde ihn auch daneben, weil im Endeffekt, was hat es gemeinsam eine Open World und du kannst da halt so fahren und es erzählt irgendwie eine Geschichte. Aber was GTA ja auch viel ausgemacht hat, war auch der Sandbox-Aspekt. Du hattest so unfassbar viele Möglichkeiten und das sollte man bei dem Spiel nicht erwarten, sondern das will vor allem seine Story erzählen. Und die erzählt es, finde ich, sehr, sehr gut. Die ist auch gut geschrieben und eben, es war auch vor allem damals für seine tollen Gesichter bekannt, dass die eben, und das habe ich auch noch genauso in Erinnerung, natürlich ist das jetzt sozusagen nicht mehr gut gealtert, man kennt mehr, aber man kann es schon noch, glaube ich, fühlen. Wir haben ja gehört, du kannst dir das Remake ja angucken mittlerweile. Ich habe es jetzt tatsächlich noch mal nach den vielen Jahren gespielt, habe es damals zum Release durchgezockt, für den Future Club jetzt noch mal ein bisschen angefangen gesehen, scheiße, das ist wirklich ordentlich gealtert. Der Vergleich mit GTA ist natürlich naheliegend, wie du auch schon gesagt hast. Ich fand aber auch schon immer gerade, weil das eigentlich ein eben storybasiertes Spiel ist, es benutzt die Open World eben als Kulisse. Und das ist auch vollkommen okay, dass es dir mal die Gelegenheit gibt, von Punkt A zu Punkt B zu kommen, mit ausmodellierten Straßen und so weiter, aber dann geht es auch tatsächlich in den richtigen Action-Shooter-Level zum Beispiel rein, dass du auch aussteigen kannst und richtig, also wie so, du könntest auch Max Payne-Gefühl da oder sowas da mitbekommen, wenn dann nicht diese Bindeglieder dazwischen wären. Ich konnte mich ganz gut fallen lassen in das Spiel damals, also ich war auch beeindruckt, wie gut das auf dem PC ausgesehen hat, es war teilweise hammerhart, muss ich sagen. Also für mich damals jedenfalls auch mit Maus und Tastatur und so weiter, das Spiel, auch die Shooter-Level, das Autofahren war teils realistisch, aber grauenhaft scheiße. Ich kann mich ja nicht, ich musste einmal in dieses Gebiet fahren, was eher oben auf dem Berg lag und mein Auto ist einfach nicht eine Steigung von 20 Prozent hochgekommen. Bin rausgestiegen, war zu Fuß schneller. Aber so war das damals wahrscheinlich. Und wir alle haben doch noch Narben von diesem verdammten Autowettrennen, was man machen musste. Also ich habe bis heute noch eine der schlimmsten Rennsequenzen in allen Spielen und das richtig mehr irgendwie so reingekrampt wurde und Schwierigkeit auf tausend, das hat nur generiert. Ich wette, da haben die meisten Leute aufgehört. Und das war gar nicht so früh, das war so erst... Das war so sechster, siebter Level, will ich sagen. Also schon, wenn du denkst, jetzt will ich es aber auch durchspielen, dann hat dich das echt zurückgehalten. Das wäre was für unspielbar, dieses dämliche Rennen. Ohne Abkürzung, weil es gab ja da noch eine Abkürzung, womit du es machen konntest. Und Dankeschön, noch mal Computerbildspiele, die mir dann das verraten haben. Sonst hätte ich es auch nicht geschafft. Es gab tatsächlich ein Mini-Unspielbar. Ich glaube, Chris und Sebastian haben es damals hier auf dem Sender gemacht. Also nicht so diese geschnittene Version von Game Two, sondern man konnte sie live dabei beobachten, wie sie gelitten haben. Also schaut auch da gern noch mal rein. Ja, aber das war natürlich tatsächlich einfach zu schwer und hat, glaube ich, sehr, sehr viele frustriert. Aber so was war einfach für mich, zumindest in meiner Erinnerung, ist das nicht Kern des Spiels. Klar ist es hängen geblieben, weil es zu schwer war. Aber diese Zwischensequenzen waren für die damalige Zeit einfach schon next level. Und, ähm, weiß ich nicht, so klar, GTA hat auch das schon gar nicht schlecht gemacht. Ja, aber der Dritte hatte ja gar nicht so viel Story und der Hauptcharakter war ja quasi gar nicht repräsentativ. Exakt, das kannte man nämlich von vorher. Genau, das kam ja nämlich erst mit Vice City dann, dass das wirklich auch eine richtig geile Geschichte wurde, finde ich. Ja, genau. Ich will das gar nicht so, aber ... Aber die hat's bei, also über Vice City werden wir auch eben mehr als genug sprechen, ist trotzdem noch eine enorme Diskrepanz, wenn du dir die Cutscenes bei Mafia anguckst. Es war ja auch, es war schon ein Showcase für den PC. Ich hab jetzt keine Ahnung von der PS2 und den Xbox-Versionen, die später gekommen sind, ob die dann auch so brillieren konnten. Aber damals konntest du schon so als PC-Besitzer angeben, damit, guck mal, nur wir haben erst mal Mafia. Ja, also als PC-Besitzer kann man generell viel angeben, aber du hast da natürlich definitiv einen Punkt. Ja, lass uns vielleicht ganz kurz über das ... Wobei, ich darf den guten Kolle nicht vergessen, weil es ist oft schwierig ... Okay, will er gar nicht. Keine Meinung. Schwierig, sich digital einzubringen und dazwischen zu grätschen. Nee, dann sag ich, was ich eigentlich auch sagen wollte. Lass uns noch mal ganz kurz über das Rebake reden, was jetzt vor ein paar Jahren rauskam. Habt ihr das gezockt? War das nötig? Nur ein paar Stunden bisher? Ja, es war nötig. Ich hab aber jetzt das nicht so lang gezockt, um zu sagen, das hat das Gefühl wieder komplett repliziert. Es ist natürlich die Grafik um einiges besser gewesen. Und ich hab auch alle anderen Mafia-Teile durchgespielt. Also ich hatte auch mit dem Zweier durchaus meinen Fun gehabt. Und auch der Dreier, wobei der mir ein bisschen zu sehr in diese Management-Ecke angegangen ist. Der hat mich nichts abgeholt. Ja, also das war schon der Schwächere insgesamt. Obwohl der Story-Technisch ein paar interessante Sachen hatte. Aber ich hatte trotzdem nicht das Gefühl damals, wie beim ersten Mafia beim Durchspielen, wenn ich die Story eingenommen habe. Ohne spoilern zu wollen, weil wir ja auch noch das Remake und so weiter da haben. Insbesondere im zweiten Teil die Callbacks an den ersten Teil, die dann gekommen sind. Also es hat für mich das alles schon sehr schön verzahnt. Irgendwie hat's mich aber jetzt nicht bei dem Remake so gepackt, dass ich dann wieder volle Pulle durchspielen wollte. Eigentlich dachte ich, oh geil, endlich nach 20 Jahren wieder Mafia. Und irgendwie bin ich nicht so richtig dazu gekommen. Ich möchte nur noch eine Sache sagen. Ich weiß nicht, ob's ... Nee, ich mach's so, dass es kein Spoiler ist. Aber wenn ich mich nicht total täusche und vielleicht den Teil verwechsel, weil der erste Mafia-Teil hatte ein unfassbar krasses Ende, wenn du, also quasi, was so nach den Credits noch mal passiert, passiert noch mal etwas, was das ganze Spiel noch mal so ändert. Das hat mich total verwirrt zurückgelassen, sag ich jetzt mal. Wie gesagt, ich will jetzt gar nicht zu viel spoilern, vielleicht irre ich mich auch, aber ich glaub, es war der erste und nicht der zweite. Ja, du siehst sehr deutlich die Verbeugung vor allen großen Mafia-Filmen, die da drin sind. Ja, aber wie gesagt, es lohnt sich so, aber am Ende, das hat sich was getraut, was ich ganz selten gesehen hab bei Spielen. Du merkst, dass daneben auch so ein bisschen der Videospiel-Halb mit GTA noch mal zusätzlich plus dem Erfolg von Mafia dazu geführt hat, dass wir auch viele Videospiel-Umsetzungen von alten Mafia-Filmen bekommen haben. Da hat irgendwann die Godfather- und Scarface-Spiele oder so. Aber ist ja auch gut. Ja, was, das geht schon okay. Das ist schon ein gutes Genre, kann man schon machen. So, ihr da draußen habt eine 8,2 gegeben und seid damit wieder recht nah bei uns dran. Und es reiht sich schön im Mittelfeld ein. Und während Wirt da so schön unsere Spiele hin- und herschiebt, noch mal auch für euch der Reminder, trinkt doch noch mal ein Glas Wasser. Das kann man heute an solchen Tagen wieder gar nicht zu viel machen. Eine 8er. Ja, das ist ein starkes Schwimmlecher. Das muss man jetzt hier, wir sind zwar noch nicht ganz auf der Hälfte, aber man kann's einfach auch mal sagen, 2002, das war ein schönes Jahr. Ich hab gute Erinnerung auch daran. Die Scheiße musste man ja auch kaufen. Also, du kannst die Spiele ja auch ... Du kannst hier nicht irgendwie für 5 Euro beim Steam-Sale zusammengrabbeln. Naja, wie viel davon sind im PC? Das kannst du wieder wegrechnen. Ja, das waren noch andere Zeiten damals. Alles umsonst! Ja, kommen wir von einem Story-lastigen Single-Player-Spiel zu einem weiteren, wie ich behaupten würde, LAN-Party-Garant oder Internet-Café-Garanten. Battlefield 1942. Als Battlefield 1942 auf den Gaming-PCs dieser Welt eintraf, war es ein beliebter Multiplayer-Shooter, der gut bis sehr gut wegkam in der Spielepresse. Auch die verschiedenen Besonderheiten wurden durchaus anerkannt. Aber wie wegweisend dieser Weltkriegsshooter für das Shooter-Genre wirklich war, kann man eigentlich nur aus heutiger Sicht bewerten. Durch die offenen Level, in denen man in beliebiger Reihenfolge Flaggen eroberte und über die Zeit halten musste, durch die freie Fahr- und Flugzeugwahl, durch die überzeugende Physik und nicht zuletzt durch die extrem hohe Spielerzahl entstanden am laufenden Band Hollywood-reife verrückte Kampfsituationen. So was bekam man damals in keinem anderen Shooter. Und durch diese sogenannten Only-in-Battlefield-Momente, die ja mittlerweile zum Schlagwort der EA-Marketing-Abteilung geworden sind, erlebten Spieler und Spielerinnen alle ihre ganz individuelle Weltkriegsschlacht. Der Matchverlauf war meistens unvorhersehbar und Battlefield 1942 war quasi ein Schlachtfeld als Spielplatz. Und diese Philosophie ist auch bis heute das Alleinstellungsmerkmal einer der erfolgreichsten Spielereien überhaupt, die seitdem ganze 13 Ableger bekommen hat. Damals natürlich der absolute Wahnsinn. Und es hat dann natürlich auch weggeflasht, weil's neu war, in diesem Scale mit Leuten, mit so vielen Fahrzeugen und so zusammenzuspielen. Und ja, 20 Jahre ist es her und wir haben tatsächlich vor zwei Jahren auf der LAN-Party ja auch nochmal schön hier das Spiel rausgekramt. Geht immer noch. Ja, dennoch hat man auch da gemerkt, natürlich waren, was irgendwie so, man ist so Convenience-Sachen gewohnt, vieles hat sich auch clunky angefühlt. Ganz viele wussten nicht, wie man aussteigt, wie man irgendeine Klappe öffnet. Oh, die Landung, ne? Die Landungsboote. Genau, das könnt ihr euch bitte auch nochmal bei uns angucken. Also wirklich diese Landung, das war, glaube ich, auch ein Best-of von damals. Das war ein herrlicher Moment, wie irgendwie alle, das hätte so cool sein können, alle stürmen aus den Landungsbooten. Und alle, wie kommen wir hier raus? Simon wollte seine Kameraden schützen. Nein, das ist ein MG, die schießen auf euch. Lasst die Klappe oben. Das war das schönste Chaos, aber genau das kann auch das Spiel und das ist ja auch die Dynamik, durch die Battlefield groß geworden ist. Und das scheint unsere Redaktion absolut so zu sehen und zu belohnen mit einer 9,4. Ey, ich glaube, jetzt gerade sagt es im Chat auch einer, die haben ja damals auch was super Geniales gemacht. Die haben diese Wake-Island-Demo rausgebracht und jeder konnte sehen, das Spiel macht so viel Spaß. Du konntest ja allein diese Wake-Island-Demo, kannst du 100 Stunden spielen. Es ist einfach, da haben sie alles richtig gemacht. Ich hab kein Battlefield mehr so häufig und wirklich mit so einer kindlichen Freude fast schon gespielt, weil alles so neu war. Alles war zum ersten Mal da, wie Battlefield 42. Für mich war das eine klare Zehn. Vor allem die Modder-Community hat ja richtig viele Sachen rausgehauen, weil da war ja die Geburtsstunde von Desert Combat. Und Desert Combat hat ja dafür gesorgt, dass dann das Setting von Battlefield 2 dann halt diese moderne Kriegsführung hatte. Also da waren halt sehr viele Ursprünge. Du hattest ja auch so einen Star-Wars-Mod gehabt. Du hattest nachhinein noch ... Stimmt. Hier, ähm ... Wie hat man das nochmal genannt? Add-ons hat man noch rausgehauen. Road to Rome, da hattest du neue Fahrzeuge gehört, das Secret Rap of WW2, wo du dann auch diese experimentellen Waffen da hattest, wie Jets, Jetpack und so weiter. War zwar alles abgefahren, aber trotzdem hatte dieses Spiel so viel Potenzial gehabt, du hattest so viele Sachen gehabt. Du bist mit einem B-17 durch L&Main geflogen, hattest Leute auf dem Flügel gehabt, die dann von dort aus abgesprungen sind, weil theoretisch nur drei Leute in diesem B-17 sitzen konnten. Aber es war cool, dass das ging. Ja, das ist ja das Coole, dass es einfach ging. Das war einfach ein Riesenspielplatz für ganz viele Leute. Du hattest theoretisch auch gute Bots gehabt. Also wenn du jetzt nicht irgendwie auf einer Lahn bist, hast du immer noch eine gute Zeit gehabt, irgendwie diese Maps zu spielen und dann auch irgendwie ein bisschen zu trainieren. Und auch Flugzeugfliegen war so befriedigend, weil du konntest ... Ich hab wirklich lange trainiert, bis ich dann halt irgendwie so in den Flugzeug fliegen konnte. Und es hat echt Spaß gemacht. Und erst Jahre später hab ich herausgefunden, es gibt ein U-Boot. Dieses verdammte Spiel hat ein U-Boot. Nein! Es hat ein U-Boot. Wie kann ich das nicht wissen? Und nicht zu vergessen, ey, du startest dieses Spiel. Da kommt erst mal diese Katschen, da rollt dieser Panzer rein und dann hörst du halt diese Musik so ... Das prägt sowas von ein. Ich liebe es. Ich freu mich jedes Mal, wenn neues Battlefield angekündigt wird. Und dann denk ich mir so, jetzt spür doch mal verdammt dieses Theme ab! Und das haben die bei Battlefield V nicht gemacht. Da habt ihr es verkackt am Anfang, EA. Ja, ist aber auch besser, damit man das gar nicht verbindet mit sowas Geilem. Kam irgendeins der nachfolgenden Battlefields an dieses Gefühl ran? Battlefield 2, muss ich sagen. Battlefield 2 hab ich absolut geliebt, ja. Also Battlefield 2 war im Prinzip, finde ich, sehr, sehr vergleichbar, nur halt mit neuerer Grafik. Ja, und die Ausrüstung. Stimmt, die Ausrüstung. Das war mein Problem. Ich mochte diesen Desert Combat irgendwie nicht in meinem Battlefield. Ich mochte die Mod, aber ich hätte lieber irgendwie ... Das war noch alles nahbarer. Die Waffen waren noch einfacher, verständlicher. Nee, bei Desert Comet und auch da bei 2 ist dann irgendwie die Leute ständig in Jets rumgeflogen irgendwie. Ich fand das ... Der gute Berti, der für uns in der Regie sitzt, der hat mir auch grad mal eine nicht wichtige Information gegeben. Aber ich versteh total, dass er auch mal seine Meinung hier sagen will, weil er schreit Battlefield 4 und das ist auch ... Nachdem es gepatcht wurde, sagt er noch mal jetzt hier gerade dazu. Und das musste ich einfach mal weitergeben, weil da gibt's natürlich nicht nur unterschiedliche Geschmäcker, sondern es gab auch einfach viele gute Battlefield-Spiele. Nur haben wir die halt in den letzten Jahren leider einfach nicht mehr gesehen. Und wenn man sich jetzt echt überlegt, das ist 20 Jahre her und wir haben Battlefield 1942 und jetzt haben wir 2042. Toll, 100 Jahre später. Mathe-Leistungskurs. Aber, ja, guck mal, ich hab nicht Rechnung gelernt hier in der Show. Nee, aber das ist ja unglaublich. Was ist denn aus dieser wunderschönen Serie geworden? Das ist ja ein trauer Spiel vor dem Herren. Damals war halt alles neu. Heute musst du das Neue noch mal neu erfinden, damit's irgendwie neu ist. Das ist ein sehr dummer Satz, aber ihr wisst, was ich meine. Du musst halt immer noch einen draufsetzen. Und das geht irgendwann halt nicht mehr, ohne dass du wieder Leute verprellst. Und Battlefield V hat halt so viele Bugs gehabt, da haben sich ja die Leute endlos bestellt. Ja, aber das hält die Frage. 5 war immer noch besser als 4. 4 war es chaotisch, wo du einfach so ein Hochhaus einstürzen liest und der gesamte Server sagt, ja, stürzt auch das Server einfach ab. Ja, am Anfang halt. Das ist wenigstens konsequent. Das ist wenigstens konsequent. Der Server stand im Haus. Wenigstens alle leicht. Das würde ich verstehen. Ich hatte bei Battlefield V einen Moment, der mir gezeigt hat, wie schwach dieses Spiel designt ist. Weil ich war in irgendeinem von diesem neumodischen Panzer und es war so diese Wüstenmap in der Stadt und dann war da einfach so ein Hügel und scheinbar war dahinter der Startpunkt. Ich wusste überhaupt nicht, wie die Map funktioniert. Und es kamen keinen Witz. 40 Mann im Laufe einer, weiß ich nicht, 10-Minuten-Session, kamen die alle über diesen Hügel und ich hab sie einfach alle weggehauen mit dem Panzer und hab irgendwann gedacht, okay, die scheinen gar nicht anders, die kommen nicht an mich ran. Die können quasi ... Ich hab einen Spot gefunden, wo das Spiel halt einfach kaputt war. Und sowas darf halt nicht sein in einem Multiplayer-Titel, weil das wird so abused, dass keiner mehr Bock hat. Ich sag noch, Bad Company 2 war, glaube ich, so das letzte Battlefield, was noch richtig gut war. Weil du hattest, du dann auch ... Ach, ich bin grade ... ... der neu eingeführt war mit zerstörbare Umgebung. Das war so geil. Und die zerstörbare Umgebung, die hast du in Battlefield 2042 nicht mehr so wirklich. Also, früher war's halt so, okay, Battlefield-Map startet, oh, clean und so weiter, und Battlefield-Map endet. Dann denkst du einfach, totale Zerstörung, das sieht geil aus. Und bei Battlefield 2042 denke ich so, okay, diese Container da, was bestehen die? Bestehen die aus Adamantium oder was? Gehen sie nicht auseinander? Und es gibt aber da ja so Wände, da kannst du ein Loch reinschießen, aber das ist immer das gleiche Loch, also viel erkennbarere ... Bad Company ist einfach Hammer. Guckt euch mal in dem neuen Battlefield, die haben ja diesen Retro-Kram, wo sie die, ne, mit der Engine, die alten Sachen rausholen, wo sie auch die alten Fehler reinprogrammiert haben oder beziehungsweise übernommen. Also, was ganz cool ist, weil man denkt so, ach, das ging da noch nicht oder so, ne? Und ich hab's damals geliebt, heute ist es sehr simpel, aber Bad Company 2 hat so einen Spaß gemacht. Und dieser Modus, der Rush-Modus, ich weiß nicht, aber der war so durchdacht. Mit dem Gold, ne? Mit dem Gold, mit den Goldkoffern und du sprengen musstest. Genau. Das Schöne daran war, dass du halt ... Das ganze Team hat sich auf einen Punkt fokussiert und es war eben nicht so wie Battlefield normalerweise ist, so Riesen und ganz viele Sachen, sondern es war so, okay, das ist die Aufgabe, verteidig das. Und die anderen, das ist die Aufgabe, zerstör es. Und das hat dem Ganzen einen ganz anderen Kick gegeben. Ganz kurz, Colin ist übrigens mittlerweile einfach gegangen. Der holt seine Battlefield-Sammlung. Nee, ich will schon seine Meinung hören, aber ich glaube nicht, dass der Colin ein großer Battlefield-Spieler ist. Würde ich jetzt auch mal vermuten. Ach, stimmt. Da kommt schon was. Doch, doch, doch. Oder wirklich seine Sammlung. Welche Konsolen in der Fade kamen? Nein, ich muss grad sagen, ich hab euch fasziniert zugehört von euren ganzen Anekdoten und Erfahrungsberichten. Und da muss ich sagen, ich neide es euch, tatsächlich. Weil das ist mir als strikt ein Konsolenspieler, der ganz, ganz selten mal solche Erlebnisse hatte, ganz punktuell und immer ganz schlecht war, weil ich halt mit dem Arbeitsgerät nicht so gut klarkam oder auch komme. Ja, schade, hab ich was verpasst. Hab ich echt was verpasst? Das ist ein Spaß, den hast du halt nicht mehr. Naja, aber Colin, das wird ja nicht die letzte Jahr gewesen sein. Da laden wir dich dann auf jeden Fall ein und dann holst du das einfach nach. Das kriegen wir verpasst. Nein, geh nicht. Er ist schon wieder weg. Also, ich weiß nicht, ich hab zehn Minuten Battlefield 3 gespielt. Reicht das? Ja, mit dem Singleplayer. Ja, das erste Battlefield mit Singleplayer-Kampagne war das. Aber schau doch mal gerade da, nur auf das Bild. Der Moment, wenn man das eins vor diesen Schiffen platt gemacht hat, wenn endlich die Bomben eingeschlagen sind und man's auch geschafft hat mit den Bombern. Ey, das waren alles so coole Momente. Ich kann da gar nicht ... Ha, diese Flugzeugträger und alles. Vor allem dieses Spiel konnte überraschen. Jedes Match konnte durch diese Sandbox-Elemente halt wirklich auch anders sein. Es konnten lustige Dinge passieren. Wir jetzt haben es schon angesprochen. Leute konnten auf Flügeln stehen. Dadurch wurde die Spielerschaft natürlich auch kreativ. Und das hat diese Matches einfach super unterhalts. Wir hatten ja eine Stunt-Crew bei Giga Games. Nicht wirklich. Die Wingwalkers. Oho. Mit eigenem Logo. Hat der auch Jacken? Nein, im Spiel. Aber ich habe tatsächlich für die Flieger da habe ich Wingwalker-Skins damals noch im Max-Bereich gebaut. Ja. Weil das eine einfache Sache war, die ich noch hingekriegt habe. Und dann haben wir da Videos gedreht. Und das Geile ist, was bei uns gut war, Musik, der Skin und der Schnitt. Was scheiße war, alles andere. Weil wir halt keine Ahnung hatten, nix konnten. Also das Video ist scheiße, aber sieht immer noch gut aus. Da habe ich auch meine ersten Musikvideos geschnitten. Also zu Battlefield gecaptured und dann geschnitten. Ja. Ja, später kam kaum das Spiel bei mir. Warst du wieder dein Wingwalker? Nein, ich wollte immer einen. Ich wusste nicht mal, dass es die gab. Ich sage mal so, auf dem USB-Stick, den wir verkauft haben, ist ein Wingwalker-Video drauf. Das, was wir damals gemacht haben. Ja, aber da war überall ACDC, musste ich alles raus. Das ist quasi nur das Video. Aber man sieht, wovon ich rede. Ja, das muss ich mir nochmal reinziehen. Aber ich muss erst mal euch da draußen loben. Weil man sagt ja immer, die Leute haten oder die verzerren die Wertungen. Nee, ich bin sehr stolz auf euch. Denn ihr da draußen habt eine 8,6 gegeben. Und damit so diese Redaktions-Hype-Wertung. Auch einfach wieder so ein bisschen so, wir treffen uns da wieder in der Mitte. Und ich glaube, das passt dann im Prinzip auch viel besser auf unsere Tabelle. Weil sonst, niemand weiß, was hier noch kommt. Aber sonst wäre jetzt eigentlich schon klar, dass Battlefield uneinholbar wäre. Ja, aber Moment mal. Was haben denn die Leute jetzt gegeben? Eine 8,6. 8,6. Wo kommt das denn? Ja, aber das ist doch lächerlich. Hey, Moment, Moment. Da kommt das ja wohl nach ganz oben. Ja, pass auf. Aber was ist davon die Mitte? 9,4 und 8,6? Das ist 9. Es ist mir auch nicht egal. Es wird eine 9. Aber sonst hätten sie auch eine 9,4 gegeben. Dann wäre das schon so. Dann könnten wir jetzt aufhören. Dann wissen wir, das ist der krasseste Titel. Es kommen noch Spiele, die haben Potenzial. Ja, so ein, zwei Titel sehe ich auf jeden Fall. Lass uns darüber nachdenken, wenn wir hinkommen. Trotzdem sind diese Wertungen halt nicht irgendwer den Hahn herbeigezogen. Die Leute, die wissen schon, was die da tun. Wie ist das eigentlich sortiert? Nach Release-Datum? Release-Datum. Ja, das hätte ich vielleicht zu Beginn sagen sollen. Auch schön, das natürlich am Ende der Sendung noch mal aufzugreifen. Das ist schon am Ende. Wir sind nicht am Ende, meinst du? Wir sind gerade mal bei der Hälfte. Ja, das ist völlig richtig. Wir sind auf der Hälfte. Genau, natürlich nach Releases sortiert. Ja, also ich glaube, wir könnten eine ganze Sendung nur über Battlefield füllen. Aber ich glaube, das meiste ist dazu gesagt. Wenn ihr nicht noch, weiß ich nicht, doch eine letzte Anekdote loswerden wollt, dann würde ich auch langsam weiter im Text. Hey, Stalingrad. Da war eine damals in Stalingrad. Da war eine richtig geile Sache. Da war eine Flagge und die war vor einem Haus. Und ich bin jedes Mal, erst, hast du gesehen, da sind welche im Haus, weil du schon die Heads irgendwie bobst hast, die Köpfe sich bewegen sehen hast. Und eine Granate rein. Alle wuseln durch, alle explodieren. Dann springst du hechend durchs Fenster und machst genau dieselbe Scheiße, bis der nächste Typ dich aus dem Ding rausholt. Und immer im Betrieb diese Flagge zu schützen. Alter, ich hab bestimmt, ich hab Stunden über Stunden in diesem dummen Haus verbracht. Das war einfach nur halt, ne, drei Räume so ungefähr. Alter, ich hör jetzt auf. Aber das ist der Grund, weshalb man auch 2042 hassen kann, weil so viel Liebe und Leidenschaft in dieses Spiel reingeflossen, Battlefield 1942, so viel Erinnerung. Und dann denkt man sich so, ja, es sind jetzt 20 Jahre vergangen, es ist 2042, wir sind jetzt 100 Jahre weitergegangen, wir haben jetzt eine Zukunft, in der nahen Zukunft spielen wir das alles. Das wird doch geil sein, wie damals. Ist es nicht. Also wir haben mit dieser 42 irgendwie gelockt und konnten es halt überhaupt nicht aufrecht halten. Also was Anu kann, können wir auch. Aber vielleicht ist die Zukunft doch einfach verbuggt. Wir sehen ja gerade, die Welt geht zugrunde. Wer weiß, das ist dann alles verbuggt. Ich hab keine Ahnung, aber ich will auf jeden Fall eins wissen. Und zwar, was hat es eigentlich mit diesem ominösen Titel No One Lives Forever 2 auf sich? In so vielen Beiträgen hab ich schon davon gehört, dass das ein ganz, ganz tolles Spiel sein soll. Ich hab's nie gespielt. Jetzt schauen wir uns mal an, was das eigentlich genau ist. Und dann will ich hier vor allem von den Beteiligten wissen, warum das denn eigentlich so gefeiert wird. Bereits im Jahr 2000 erschien mit No One Lives Forever ein guter Singleplayer-Shooter mit Schleichelementen, der ähnlich wie die Austin Powers-Filme den James-Bond-Kosmos genüsslich durch den Kakao zog. Doch erst mit dem zweiten Teil aus dem Jahr 2002 lief die Reihe zur Höchstform auf und findet sich daher in der heutigen Top-Liste wieder. Geheimagentin Kate Archer musste erneut die fiktive Geheimorganisation Harm zur Strecke bringen. Die Klischee-Schurken hatten natürlich einen geheimen Unterwasserstützpunkt und Frau Archer wurde mit einem Haufen Gadgets ausgerüstet, um der Schurken Herr zu werden. Und wie es sich für Geheimagenten gehört, musste sie sich meist lautlos und unerkannt durch die Levels bewegen. Kate konnte zwar auch wild herumballern oder sich mit dem Katana durch die Levels schnetzeln, aber das brachte einen selten weiter. Größter Pluspunkt am Spiel waren jedoch die kreativen, teils verrückten Level und Missionen. So gab es zum Beispiel eine Verfolgungsjagd mit einem französischen Pantomime, während man auf dem Dreirad hinterherfuhr, das wiederum von einem kleinen, wütenden Schotten angeschoben wurde. Oder man kämpfte gegen Ninjas im Auge eines Tornados, während einem wortwörtlich das Dach wegflog. No One Lives Forever 2 hatte einfach alles. Spaßiges Shooter-Gameplay, ganz viel Abwechslung und vor allem Humor. Monolith gibt uns endlich Teil 3. Ja, da haben wir es gehört, offensichtlich sehr kreatives Missionsdesign und eine ordentliche Prise Humor ist das Geheimnis, warum Leute auch heute noch von diesem Spiel erzählen und eben einen dritten Teil auch gern hätten. Ja, auch eben, weil ich glaube, die rechte Lage ist so durcheinander, dass wir auch keine Neuauflagen oder Sequels bekommen haben. Also irgendwas ist da im Argen leider so eine Serie, die daran jetzt gescheit ist. Ich weiß, zu der damaligen Zeit, in der Mats wurde es ja auch schon ausgeführt, für diese leicht parodistische Touch, so ein bisschen dieses Austin Powers fast schon 70s mit dabei. Ja, total. Die Mission mit dem Pantomime, die hier auch noch mal ausgeführt wurde. Der Titel wurde immer recht hoch gehalten von den Leuten, aber eben auch von einer relativ kleinen Fangemeinde dann umso stärker vermisst. Absolut, ich kann das auch nur, ich schätze es sehr für seinen Humor, ich fand das früher schon immer toll, weil Spiele nicht immer so einen Humor hatten, das war eher noch ein bisschen reduzierter als heute. Heute gibt es da ein Genre für, damals war das über ein Shooter mit Humor, mir fällt fast keine andere ein. Schmor. Schmor, Schmor. Ja, wäre Duke Nukem so was? Ja, genau. Aber das war schon wieder so Blumper-Archuhumor halt. Genau, und das war einfach, das war einfach schöner Agentenhumor, könnte man es vielleicht nennen. Also wir haben es halt also parodiert, weil so Austin Powers ist ja schon eine Parodie von James Bond und hier ist es halt auch noch mal eine Parodie von James Bond, spielt auch in den 60er, 70ern, aber es war ja nicht nur die Parodie, die lustig war, sondern das Gameplay hat ja auch gestimmt, das war zum Teil auch so ein Rollenspiel und es war ja nicht nur Ballern, sondern du musst sie auch schleichen und halt die ganzen Leichen verstecken, in der deutschen Version nicht, da hattet ihr Rucksäcke gehabt, hier verstecken musste, total merkwürdig war und dieses Rollenspielprinzip war ja halt einfach so, je öfter du etwas gemacht hast, desto besser wurdest du ja auch, also du musstest dann auch Unterlagen untersuchen und irgendwann war es halt so, wenn du die oft gemacht hast, ging es dann auch viel schneller und das musstest du in den Missionen öfters machen und du hattest auch verschiedene Gadgets gehabt, die Gadgets waren toll, ne? Zum Beispiel die Katzenbombe, die dann irgendwie drückst drauf und das ist halt so eine kleine Katze, die läuft dann irgendwo hin und explodiert, du hast dann so James Bond-technische Gadgets gehabt, wie halt so eine Lippenstiftkamera und so und viele andere Sachen, wo ich einfach nur sagen kann, das war ziemlich cool, also es ist nicht nur ein lustiger Shooter gewesen, sondern es war auch ein guter Shooter gewesen, es kam zwar noch ein Add-on, so ein Standalone-Add-on mit Contract Jack, das war einfach nur Shooter und das war einfach zum Beispiel komplett schlecht, kein Humor und Kate Archer ist halt einfach ein richtig guter Charakter gewesen zu dem Zeitpunkt. Colin. Ich hab da gar nicht viel hinzuzufügen, ich erinnere mich nur an eine sehr tolle Liebeserklärung von Game-Two-Redakteur Christoph Mayer, auch ein hervorragender Aufnahmeleiter, by the way. Hallo Matthias, wenn du das hörst. Nein, genau. Und der hat es auch in den höchsten Tönen. Ich glaube, die Mixtur von allem, die hast du letztendlich dazu zu so einem Kritiker- und Fanliebling gemacht, aber das war eben kein absolutes massenkompatibles kommerzielles Wunder. Und das ist sehr, sehr, sehr schade. Gibt's ja so ein paar Monolith-Spiele, ein hervorragender Entwickler, die aber immer so ein bisschen das Pech hatten, tolle Spiele zu machen, aber die aus Gründen, ja, vielleicht nicht so bei der Masse angekommen sind, über einige dürfen wir hier leider nicht reden. Okay, das sind die deutsche Version von 4.2 haben die auch gemacht, das Monolith, ne? Oder? Sind das andere? Nee, 4.2 haben die auch gemacht. Also 4, 3, 4, 4, 2 und 4.3 haben die auch gemacht. Von John Carpenter. Ja, genau, zum Beispiel und auch noch anderes, über das wir nicht reden dürfen. Aber ist egal, ich hätt's nicht sagen sollen, du bist einfach selber hervorragender Entwicklung. Tron hat die auch gemacht. Gönn dir, ja, ja, gönn dir, ist alles gut. Gönn dir dein Wein. Bist zu Hause. Ja, du bist zu Hause. Das sollen alle fünf gerade sein. Stell dir einfach vor, die Kamera ist nicht an. Wenn's rot ist, ist es vorbei. Aber es scheint auch damals vielleicht schon ein kleiner Geheimtipp gewesen zu sein. Weil, wenn ich hier auf die Liste gucke, wir haben ja wirklich, also bei einigen Titeln haben fast 20 Leute abgestimmt, hier jetzt aber nur fünf. Und auch im Chat eben bei der Abstimmung, auch wieder sehr fair von euch Leute, hab ich sehr viel, keine Zahlen dann eben gelesen, sondern hey, hab ich gar nicht gespielt und so. Woran kann das gelegen haben? Hat sich das irgendwie, wo das nicht gut beworben? Oder hat die Leute damals das Setting nicht interessiert? Ich glaub, damals war Humor in Spielen einfach nicht so populär. Die Leute wollten wirklich ballern und geile Grafik haben. Und nicht irgendwie ... Ballern! Das war nicht erwachsen genug vielleicht. Ich mein, ich theoretisiere noch. Das meinst du, Colin? Ja? Ja, ich glaub, genau so ist es. Weil wenn man diese Figuren gesehen hat, die Standbilder, die haben halt nicht unbedingt ausgesagt, dass dahinter wirklich, wie Vivi jetzt ja auch gesagt hat, nicht nur Humor und eine tolle, tolle, tolle Verpackung, sondern auch ein richtig gutes Spiel mit Raffinesse und Ideen steckt, sagt man vielleicht, oh nee, ich will eigentlich richtig cool ballern. Und dann ist da plötzlich so ein Typ, ein komischer, bärtiger Schotte. Und da ist wirklich ... Ja, aber der war auch geil. Ein kleinwüchsig. Boah, nee, ist nicht meins. Also ich glaub wirklich, dass sich das ein bisschen im Weg stand, leider, weil es nicht die Chance bekommen hat, im Spiel zu glänzen bei vielen. Ah, ja. Valentin, kannst du mir sagen, mit wie viel Abstand zu Battlefield 1942 da so rausgekommen ist? Ja, das kann ich dir sofort sagen. 200 Jahre später. Battlefield 1942 ist am 10.09. rausgekommen und das Spiel am 30.09., also 20 Tage. Ja, eventuell eine Korrelation. Ja, alle waren beschäftigt. Ja, aber da hast du auch noch Kohle für eine Sache. Ja, das kommt auch noch dazu, klar. Da hat man sich eher so alle zwei Monate mal ein Spiel gekauft. Internet zuhören, kannst du nicht downloaden, ne? Ja, aber dafür konnte man doch ins Café gehen. Ja, genau. Videothek? Was sagst du? Videothek? Oder so, oh stimmt. Ja, ich hab mir tatsächlich auch mal früher in der Videothek noch regelmäßiger Spiele geliehen, vor allem, um sie einfach nur mal kurz auszuprobieren. Wenn kein Kumpel oder so das hatte, dann war das die einzige Chance, ohne direkt das ganze Taschengeld zu verbraten. Okay, aber ich hab echt was gelernt, weil ich wusste einfach sehr wenig über das Spiel. Und ich glaub, ich werd mir auch noch mal den schönen Beitrag von Kollege Christoph Mayer angucken, um dann alles darüber zu verstehen. Und bitte mal einen dritten Teil. Also, das kann man echt langsam fordern. Mach doch einfach ein Remake, fang das noch mal neu an. Ja, aber rechte Probleme. Hast du ja von... Ja, aber da kann man ja, wenn's um Geld geht, finden die Leute doch meistens immer einen Weg. Also, das kann doch nicht das... Irgendwie muss da doch... Ist aber die Frage, ist da nicht viel Geld zu verdienen oder ist es halt eben nur so ein... Weiß ich nicht, ey, die remaken und remastern doch alles. Also, warum nicht? Das stimmt, aber warte, sonst passiert was wie beim 13er Remake, ne? Also, warte, bevor wir uns noch was Schlimmes wünschen. Das weiß ich, ja, okay. Aber ihr da draußen habt gesagt, für uns als Kollektiv ist das eine 8,1. Und das ergibt lieber Wirt mit unserer 8,6. Eine 8,4. Und das, da haben wir jetzt, ähm, ja. Oh, guck mal, schwierig. Da ordnet sich das aber schon recht hoch. Zwei Vierer haben wir. Tja, was machen wir hier? Ich würd dann sagen, alphabetische Reihenfolge, oder? Ja, es ist ja egal, es sind ja beide auf Platz vier. Egal, wo du es hinpackst. Haben wir das nicht immer nach, ähm, da gab's auch so einen Modus. Das ist wie bei der Olympiade. Pack die drüber. Das ist beides. Hier, guck dir doch den armen Kerl an. Der ist doch völlig verzweifelt. Stell's einfach so hin, wie du willst. Stell die in meine Clothes, das kann sich doch niemand angucken. Also, wenn jemand bei Olympia die gleiche Weite springt, die legen sich da auch nicht im Kreuz auf den... Ey, gleich fängt das Board an zu brennen. Ja. Ich seh's schon passieren. Also, Devil McRae. It was me. Ja, schön. Okay, Leute. Ähm, wir haben noch einen langen Abend vor uns, denn wir haben ja immer noch, sind immer noch erst beim Platz 13. Es ist, äh, ich glaub, wir reden auch tatsächlich ein bisschen zu lang über die Spiele, aber das liegt natürlich auch daran, weil wir in diesem Jahr so unfassbar gute Spiele haben, über die es auch einfach richtig viel zu erzählen gibt, viel Erinnerung zu teilen. Und jetzt kommt mal, ähm, ein Colin-Spiel, behaupte ich jetzt einfach, weil es ist eine klassische Konsolen-IP, und zwar Burnout 2. Burnout hatten wir ja schon im Jahr 2001 gelistet, aber erst Burnout 2 war der eigentliche Game Changer, weshalb die Arcade-Racing-Reihe auch ein Plätzchen im Jahr 2002 ergattert hat. Im zweiten Teil hielt nämlich der Modus-Einzug, an den man sich heute primär erinnert, der Crash-Modus. Dessen Inhalt war ein typischer Fall von dumm, aber schlau. Ihr müsst mit eurem Auto auf einer vielbefahrenen Straße mit ordentlich Karacho in andere Karren reinbrettern. Rums. Wer dabei die größtmögliche Massenkarambolage auslöst, darf sich feiern lassen. Es war ein Zerstörungsfest, bei dem auch die ansehnliche Physik besonders zum Tragen kam. Das Ganze ähnelte zudem schon fast einem Puzzlespiel, in dem man sich mit Freunden um die größtmögliche Chaos-Karambolagen-Kombo bettelte. Obendrein gab's schicke Optik, eine konstante Framerate und kleine Überarbeitungen am Gameplay, die primär auch das Geschwindigkeitsgefühl einzahlten. Fertig war ein solider Arcade-Racer, der bestimmt etlichen Pubertierenden ein perfektes Ventil für ihre Zerstörungswut bescherte. Ja, Burnout 2, Point of Impact. Und ich weiß gar nicht, Colin, ob ich dir da grad Unrecht getan hab oder nicht, aber ich hab auf jeden Fall mitbekommen, dass jetzt einige Hardcore-PC-Sachen die ganze Zeit am Start waren und du dich da eben auch ein bisschen zurückgehalten hast. Was hast du für eine Verbindung mit diesem Spiel? Ich hab die Verbindung, dass ich mich erinnern kann, beim ersten Teil, da kamen die Entwickler, Criterion, haben so eine Pressetour gemacht zum ersten Teil in die Redaktion. Und da hat man schon gedacht, oh, das ist cool, das ist irgendwie cool mit dieser Grafik, dieses Wumms, Kabums, Kabums, das war nett. Und das war auch ein sehr ordentliches Debüt. Und der zweite Teil war dann eben richtig geil. Also, weil der wirklich dann so diese Mischung aus Partyspiel, aber auch dieses unglaublich, das, was heute vielleicht auch nicht mehr so spektakulär aussieht, da muss man sich auch wieder so ein bisschen zurück in die Zeit brachen, dass es eben nicht nur spielerisch cool war, hier mit diesen Crashs und Karambolagen um Punkte irgendwie zu wetteifern, sondern dass das einfach großartig aussah. Diese Zerstörung in Zeitlupe, da fliegt noch was, da schiebst du noch was rein, dass man das einfach gerne angeguckt hat, weil's toll war. Und da hat der zweite Teil einfach einen richtigen Riesensprung nach vorne gemacht. Der dritte war dann, glaub ich, noch mal geiler. Ja. Das war auch so der Höhepunkt. Aber das war halt auch, das war eine erfolgreiche Serie, die war eine Zeit lang richtig, richtig angesagt, haben so tolle Spiele gemacht, kommerziell erfolgreich. Ja, und ist dann irgendwann so ein bisschen in der Versenkung versackt und entschwunden, ne? Irgendwie auch schade drum. Also, ja, schöne Sache. Ja, Criterion ist ja quasi zum Need-for-Speed-Dienst angetreten danach, weil EA sich das alles sowieso vereinbart hat. Aber Colin hat's auch eigentlich ganz schön ausgeführt. Also, gerade Teil 3 ist meines Erachtens der beste Arcade Racer, also einer meiner absoluten Favoriten. Beim 2 hast du schon gemerkt, das gute Fundament vom ersten sah eh schon richtig toll aus. Der Crash-Modus hat's noch mal richtig auf die Spitze getrieben, was einfach super fun war. Ja, ich hab ihn absolut geliebt, ja. Die kleinen Puzzles oder so zu lösen oder wie krieg ich noch mal ein bisschen mehr Geld raus, wenn ich da den in den Kotflügel fahre oder so. Das hat man also immer wieder mal probiert. Aber auch das eigentliche Fahren, also ich muss jetzt auch wieder sehr, sehr weit zurückdenken, weil ich auch viel, viel mehr Burnout 3 gespielt habe. Ich meine auch, dass das normale Rennen selber, beim ersten hatte ich noch häufiger das Gefühl, wenn diese Situationen gekommen sind, oh, ganz schnell Kreuzungen, Ausweichen und so weiter, das war schwieriger, ne? Hier haben sie es zumindest vielleicht ein bisschen fairer oder in der Form vielleicht die Strecken ein bisschen besser designt. Ich meine, dass ich da auch auf jeden Fall mehr Spaß beim klassischen Autofahren hatte, was da einherkommt und es sah immer noch toll aus. Und wie gesagt, er hat das Fundament dann dafür gelegt, dass das beste Feature dann in Teil 3 eingeführt wurde mit den Takedowns selber. Das hat's nämlich erst richtig rumgemacht. Es auch. Ich liebe den Dritten. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich hab eine prägende Erinnerung. Ich weiß noch nicht, ob's der erste oder zweite war. Und zwar, wenn du ganz, ganz schnell gefahren bist, was dann ja schnell passiert ist, weil du ja einfach die ganze Zeit auch extra Geschwindigkeit kriegst, dann hat sich so ein bisschen, ich glaub, die Musik und alles hat sich so ein bisschen reduziert und du hattest dann irgendwann auch akustisch diesen Tunnelblick. Und dann aber, wenn du irgendwo reingecrasht bist, dann ist alles auf einmal wieder zurückgekommen und du warst plötzlich wieder so völlig aufgeschockt in der Realität und hast diesen Crash so wahrgenommen, hab ich das damals so empfunden, wie ein echter Crash halt wäre, ne? So ad hoc und brutal. Und das haben die wahnsinnig gut vermittelt. Also, das muss man echt sagen. Ich kenn keine Reihe aus ... Ja, nee, mir fällt keiner ein, die das so gut gemacht hat so früh. Mhm. Naja, wollt ich nur noch sagen. Da kann ich mich sehr dran erinnern noch. Hast du eine Verbindung zu Bernard Generell oder speziell sogar zu diesem Teil? Nur Paradise gespielt. Okay. Den Schlechtesten. Ja, geil für dich. Ja, gut. Du sagst, der Schlechteste im Chat hat jemand geschrieben, das ist mein Lieblingsteil. Ja, das gibt's ja immer. Es gibt ja alles welche. Nein, Paradise ist nicht superschlecht oder so, aber man muss schon Bock haben auf das eher moderne, mittlerweile Open-World-Autorennen. Ja, okay. Ich hab lieber ... Also, Bernard kannst du ja wirklich mit den älteren Need for Speeds eher vergleichen. Du hattest dann eher diese abgesteckten Kurse, die du gefahren bist, von Punkt A nach Punkt B. Und dann bist du innerhalb von Straßen und Hochhäusern oder mal Landstraßen gefahren. Mhm. Und das fand ich persönlich cooler, als jetzt, komm zu Paradise City und hier ist noch mal Avril Lavigne. Ja. Aber dafür war die Underground-Reihe dann ziemlich cool. Die dann, glaub ich, nächstes Jahr anfängt. Need for Speed, meinst du? Ja. Ja, ich moch das Most Wanted-Remake. Ja, Mann. Need for Speed, Most Wanted. Das Remake mach ich. Aber ich fand den 2005er-Remake. Zu dieser ... 2005 Most Wanted. Also, ich mochte Hot Pursuit am liebsten. Aber das ist auch so ... Das ist so verschiedene ... Most Wanted-Rennen. Underground stehen für völlig unterschiedliche Sachen. Insofern ... Ja, aber zu diesem Open-World-Ding, was du gerade gesagt hast, da ging's mir halt auch bei Underground und Underground 2 so, dass ich Underground 1 auch besser fand, weil's einfach nur abgesteckte Strecken hatte. Und diese Open-World hat's halt null gebraucht. Ja. Deswegen kann ich das schon fühlen, was du da eben zu Paradise eben auch gesagt hast. Nicht alles in diesem Genre braucht dann direkt auch wieder so eine freibefahrbare Stadt oder so. Absolut. Habt ihr gespielt einen besseren Soundtrack? Burnout 2, 3? Oh, schwierig. Ich hab ab 3 hab ich eigene Soundtracks auf der Xbox reingepackt. Das war geil. Wow. Mhm. Und die sogar mit der Slowmotion angepasst wurden, die eigenen Sounds. Du konntest auf der Xbox ja MP3s installieren von deinen CDs. Ja, das Spiel hat selber geslowmo'd. Das war nicht schade, das geht leider mit der 360-Fassung nicht. Hm. Das ist cool. Das ist echt cool. Hab ich auch nie probiert. Ihr da draußen habt im Spiel eine 7,5 verpasst. Uh. Und das liegt vielleicht auch daran, weil den Dritten dann glaub ich doch mehr einfach auch noch in Erinnerung haben. Aber wir wissen es am Ende nicht genau. Jedenfalls ergibt das, mein lieber Wirt, eine 7,8 und es reiht sich hinter Mafia ein. Ah ja, interessant. Ja. Oder? Okay, das war, wenn ich mich nicht irre, das erste Rennspiel dieses Jahr, oder? Ja, und wir haben schon Oktober? Haben wir? Meintest du nicht so? Wir waren im September. Nee, das kam jetzt am 3. Oktober raus. Ja. Guck mal, wie viele Spiele wir noch haben. Wir kommen jetzt alle in der 2. November, Dezember, ne? So war das ja. Ja, ja, aber trotzdem. Ja. Weihnachtsgeschäft. Ja, ist ja immer noch so, aber trotzdem. Heutzutage weicht man ja so einigen Spielen. Also denkt man so, oh Gott, Red Dead Redemption 2, komm, wir müssen früher raus. Aber heute kommt ja auch einfach super viel Kram raus. Also so, ne? Über das gesamte Jahr. Genau, so viel Kleinkram, den es damals noch gar nicht gab, weil heute die Spieleentwicklung einfach auch für weniger Personen einfacher geworden ist. Aber bevor wir uns mit dem Weihnachtsgeschäft des Jahres 2002 beschäftigen, würde ich sagen, trinken wir alle noch mal einen Schluck, gehen kurz in die Werbung, verschnaufen und sehen uns hier gleich wieder. Willkommen zurück hier zum Spieljahr 2002 beziehungsweise der Sendung, die das Ganze bewertet. Und wir konnten alle noch mal ein bisschen durchatmen. Wir haben auch wirklich schon großartige Spiele heute gesehen. Aber was folgt denn jetzt? Ein Spiel, welches, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil damals in meiner Erinnerung, ehrlich gesagt, sehr, sehr verschwommen. Aber das ist ja das Schöne, dass wir dafür hier immer eine zusammenfassende Mats haben, die uns das allen noch mal erklärt. Schauen wir uns mal an, was ging eigentlich immer mit Timesplitters 2? Oh ja. Wenn ihr in einem Shooter erst mit modernen Sturmgewehren herumschrotet und im nächsten Moment in einem Western-Setting landet, wo euch nur noch ein oller Revolver zur Verfügung steht, dann seid ihr in der verrückten Welt von Timesplitters 2 gelandet. Entwickelt wurde die Reihe von ehemaligen Rare-Mitarbeitern, die auch am legendären Goldeneye mitgewerkelt hatten. In Timesplitters 2 musste man pro Level verschiedenste Missionsziele erfüllen, die sich zudem je nach gewilltem Schwierigkeitsgrad ausweiteten. Das Spiel erfüllte obendrein einen Wunsch, den die Fans schon lange hegten. Einen Splitscreen-Multiplayer. Angesichts mangelnder Online-Funktionen auf Konsolen war das natürlich ein bedeutendes Upgrade, das in diesem Fall zu einem ganz speziellen Erlebnis wurde. Denn wenn sich ein Elvis-Double, eine Ente und ein Lebkuchenmann gegenseitig mit Blei vollstopfen, dann könnte man genau das als das typische Timesplitters-Chaos bezeichnen. Eine Eigenheit, die Fans auch heute noch vermissen. Ob der angekündigte Nachfolger aus dem Hause Diebsilver an diese Erfolge anknüpfen kann? Wir bleiben gespannt. Ja, Splitscreen, Koop-Shooter-Action. Simon, du hast eine Neu gegeben. Ist das auch ein Punkt, der dich vielleicht daran abgeholt hat? Ja, natürlich der Humor, aber für mich auch im Singleplayer. Ich mochte diese Zeitreisegeschichte total gern. Und dann war's auch lustig. Das war einfach in dem Jahr irgendwie zwei, aber eigentlich war das seltener. Das hat mich immer direkt geprägt. Aber das meiste war natürlich der Multiplayer-Modus. Man hat natürlich schnell gehört, das ist von den Leuten hier, von Rare und so, irgendwie Leute, die GoldenEye auch gemacht haben. War das auch so? Und dann hast du natürlich dann auch wirklich das gespielt. Und es gab immer den Streit, spielen wir Halo oder Timesplitters. Weil ich hatte immer die Xbox mit Halo und die hatten dann irgendwie eine Playstation mit Timesplitters. Und die haben natürlich immer Timesplitters geübt, weil die zusammen abhingen und kifften. Und ich war zu Hause und hab ganz seriös Halo gespielt. Und dadurch wollte ich immer Halo. Und es war immer diese, komm, wir spielen eine Stunde das und dann das. Und wenn sie verloren haben, war immer klar, okay, wir spielen gleich Timesplitters. Das hat mich immer genervt. Und dann gibst du eine Neuen? Nein, weil es war ja wirklich toll. Also dadurch hab ich's kennengelernt. Ich hab das selbst gar nicht erst entdeckt, sondern ich hab's wirklich erst entdeckt, als die das dann immer gespielt haben. Ja, also ein schönes Spiel, wirklich ein schönes Spiel. Okay, ist zum Beispiel an mir völlig vorbeigegangen, weil's halt, glaub ich, nie für PC erschienen ist. Das ist bei mir genauso. Genau, reiner Konsolenshooter. Ist das deswegen vielleicht auch was, wozu der gute Colin hier an der Stelle wieder ordentlich viel Preis geben kann? Ach so, wahnsinnig viel kann ich da auch gar nicht zu ergänzen. Wir haben ja vieles in der Matz gehört. Es erinnert tatsächlich frappierend in vielerlei Hinsicht an die Rare-Vorgänger. Wir haben's in der Matz schon alles gehört. Und das war aber auch gut so. Der erste Teil war ja schon nett, und der zweite war einfach viel besser. Und es war eben wie eine Kombination, wo sowohl der Story-Modus cool war und Spaß gemacht hat, als aber eben vor allem, du hast's grade schon gesagt, Simon, auch der Multiplayer war richtig top. Und wenn man sich dann jetzt eben zum Beispiel im Vergleich Vierer-Splitscreen von Times Square 2 anguckt und Vierer-Splitscreen von GoldenEye, da sieht man schon ganz klar, was besser gealtert ist. Ist auch ein bisschen unfair, der Vergleich natürlich, von den Generationen. Aber das war flutschig, das war humorig, das war schnell, hat sich supergut gesteuert. Also, das war eine richtig, richtig geile Fortsetzung. Der dritte Teil, glaub ich, der hat's dann ja ... Das war nicht mehr ganz so gut, ne? Mhm. Also, ich kann mich dran erinnern, Multiplayer, mein ich, so gut wie gar nicht gespielt zu haben, aber ein Kumpel und ich haben uns bei der PS2-Version abgewechselt. Aber was war denn im Internet-Café? Hattet ihr da nicht ein Fernseher? Nee, das hat ich privat gespielt mit Leuten. Ich find's nur traurig, dass du den nicht im Multiplayer grade ... Ach so, nee, da hab ich mit den Kids dann Super Mario Kart gespielt oder so was. Ja, ist auch wahrscheinlich besser. Dann ist das vielleicht nicht das Richtige für die jungen Leute. Vielleicht nicht ganz das Richtige. Hättest du voll Ärger gekriegt, ne? Du hättest mit denen ganz vielen dürfen. Natürlich, ich pack da auch keine solchen Shooter da rein. Ich mein aber, aus den Gründen, die ihr ausgeführt habt, alleine, dass es eben die spielerische Nähe und wie das Schussgefühl und alles gewesen ist, hab ich auch gratis kürzlich noch mal gemerkt, weil ich hab's mir vor zwei, drei Wochen gekauft. Das war im Angebot für ein Euro irgendwas im Xbox-Store. Sag, komm, pack mal rauf, ne? Kann man auf der Series X spielen. Und dann merkst du eben wieder sofort, scheiße, spiel sie genau wie GoldenEye. Für einen Konsolenstudio damals gibt's kein besseres Lob. Das stimmt tatsächlich. Also war das jetzt scheiße, spielst du wie GoldenEye so nice? Oder spielst du wie GoldenEye so ... Der gute Scheiß. Ja, der gute Scheiß, okay. Ja, ihr da draußen fand das auch nicht schlecht. Ihr habt eine 8,2 verteilt. Und mit unserer 8,4 ist die Rechnung sogar für mich einfach. Mit der 8,3 ... Oh, jetzt haben wir wieder so einen Fall, das ist mit Colonel Darkness. Wie haben wir das denn eben noch mal gelöst? Du hast einfach das übereinandergeguckt. Haben sie wieder kreuzen? Nein. Nee, nee, bitte nicht. Pack's einfach runter. Guck mal. Pack's einfach wirklich drunter. Hatten wir das nicht ... Dann bin ich kurz ... Hatten wir nicht, Valentin oder auch Gregor, für alle, die in der ersten Folge dabei waren, hatten diesen Fall doch schon in der allerersten, in der 2000er-Folge. Haben wir da nicht irgendwie gesagt, Community oder Redaktionsvote gilt im Zweifelsfall? Also, was höher ist jeweils ... Ja, da wüsst du mich jetzt echt kalt. Ich hab's ehrlich gesagt ... Doch, da war so was. Ich denk da die ganze Zeit drüber nach und ich hab's auch vergessen, wie wir es gelöst haben. Vielleicht weiß es der Chat noch ... Ja, ich hätte olympische Regelung gedacht oder so was. Gleiche Note, gibt's zwei dritte Plätze und dann wieder einen fünften zum Beispiel. Ah, okay. Also, in dem Fall, wenn's hier zum Beispiel ... Also, es wird ja erst kritisch, wenn's tatsächlich gleiche Note beim ersten Platz gibt. Mhm. Dann kann man noch mal sagen, ob's dann Stechen oder whatever gibt oder was unsere Regularien war. Bis dahin ist es relativ egal. Aber ist das nicht eigentlich auch relativ egal, weil ... Ich hab grad gesagt. Also, nee ... Nein, nee. Alles gut, lass dich doch nicht von uns. Ja, jetzt wurde mir auch noch was aufs Ohr gesagt. Ich war ein bisschen verwirrt grade. Ähm, ja, springen wir einfach weiter. Es scheint egal zu sein. So viel hab ich mitgenommen hier grade. Ja, weil, guck mal, da kannst du einfach sagen, ja, hier, zweimal Platz vier und dann hast du Platz sechs. Ja. Absolut. Da sollen sich kommende Generationen drüber strahlen. Ja, das ist das Problem von Zukunfts-Valentin. Genau. Oder wenn ... Machst du noch ein React zu der Sendung oder so? Nee, ich hab ja schon die, quasi meine Bewertung hab ich ja schon als Video gemacht. Ah, smart. React vorher gemacht, find ich gut. Hm. Ja, ich war ein bisschen. Ich hab manchmal ... Es kommen auch noch Spiele, wo ich den Chat ... Ein, zwei, drei Spiele hab ich den Chat voten lassen, weil ich wirklich gesagt hab, okay, ich möchte eine Wertung abgeben, aber ich hab die Erfahrung nicht mit dem Spiel. Und dann hab ich das genommen, was quasi rauskam. Ja, aber dann hat ja quasi jetzt der Chat doppelt gevotet. Ja, aber mein Chat, der ist ja quasi wie ... Das sind ja komplett andere Leute. Das ist der Wurmfortsatz aus meinem, äh, äh ... Aus meinem Rechnen. Oh, sehr gut. Nee, das ist im Chat, das ist ein Pre-Act, wenn man vorher reactet. Oh, ja, stimmt. Können wir das einfach mal so auf Band machen und dann kann man Sachen dazu schneiden. Pre-Act. Ja. Okay, Leute, aber ich hab das Gefühl, zu diesem Spiel möchte auch eigentlich gar niemand mehr etwas sagen. Von daher, wir haben noch eine lange Liste vor uns und schauen uns jetzt einfach mal an, was Contra Shattered Soldier ... Jawohl. Was ist das eigentlich wahr? Contra Shattered Soldier hatte im Erscheinungsjahr einen schweren Stand. Hersteller Konami hatte die einst glorreiche Run-and-Gun-Marke zu PlayStation 1-Zeiten mit diversen Gurkenepisoden konsequent Richtung Bedeutungslosigkeit gewirtschaftet. Da wirkte die Rückbesinnung auf klassische Serientugenden erstmal wie eine gute Idee. Andererseits war die Bezeichnung Retro Anno 2002 im Gegensatz zu heute eher schon ein Synonym für veraltet und Oldschool-Ballereien in konsequent flacher Ausführung entsprechen nicht gerade der angesagte heiße Scheiß. Sei's drum. Heute wissen wir es besser. Das PS2-exklusive Geschrote trumpt nämlich in Sachen Level-Design, Abwechslung und Boss-Gegner-Wahnsinn ganz groß auf. Untermalt von einem treibenden Industrial Metal Soundtrack aus der Feder von Silent Hill-Komponist Akira Yamaoka peitschen euch die japanischen Entwickler durch ein knallhartes, aber perfekt designtes Action-Inferno. Und Perfektion ist das Hauptmotto, denn nur wer alle vorgegebenen Abschussziele wegballert und maximal selten stirbt, erhält ein gutes Ranking. Und nur dann werden die späteren Levels überhaupt freigeschaltet. Zurecht gilt Shattered Soldier heute bei nicht wenigen Kontra-Konnoisseuren als bester Teil der Serie, auch wenn die traditionelle Spreadgun fehlt. Ja, 7,8 haben wir als Redaktion verteilt. Ich hab's runtergezogen, es tut mir leid. Shame on you. Du hast was gegeben? Eine Sechs. Ich konnt's ruhig. Das war Simon. Ja, ich weiß, man muss auch mal eine schlechte Wertung geben können. Aber ich bin mir nicht ... Ich glaub, da hab ich's vertippt. Ich würde sagen, da hab ich's ne falsche Wertung. Dann gibt die doch Battlefield oder Kingdom Hearts oder so. Aber ich merk, da hat jemand einen ordentlichen Invest in das Spiel. Colin, erzähl doch mal, warum hast du eine neue gegeben und was fühlst du dabei? Ja, ich muss ganz ehrlich, das ist eins von den Spielen, die ich damals, glaub ich, hab ich 81 oder 82 gegeben für den Test. Und heute hab ich dem mehr gegeben. Weil das wirklich ... Ähm, damals, das kam einfach zum falschen Zeitpunkt, wie wir's grade auch schon in dem exzellenten Off-Text gehört haben. Grüße gehen raus an den, der's geschrieben hat. Ähm, das ist ein ganz, ganz tolles Spiel, was heute noch exzellent spielbar ist. Weil es einfach 2D-Run-and-Gun aus meiner Sicht in Perfektion ist. Nicht nur, weil eben das technisch gut genug ist, um einigermaßen gut gealtert zu sein. Ähm, unglaublich abwechslungsreich, geil durchkomponiert mit 3D-2D-Ebenen. Alle paar Minuten passiert irgendwas Neues, Riesengegner, das ist völlig absurd. Äh, es ist perfekt durchchoreografiert von der Trefferzone-Abfrage. Ähm, da ist nichts Unsauberes. Die Steuerung ist präzise as hell. Die Waffen sind von vornherein darauf aufgebaut, dass du ... Und das haben auch viele damals nicht gut gefunden. Es gibt keine Container, die du aufsammelst. Die Spreadgun zum Beispiel gibt es eben nicht mehr. Stattdessen hast du von Anfang ... Es gibt auch keine Smart-Bombs. Es gibt überhaupt keine Cheatings, keine Tricks, keine whatever. Sondern du hast ein vorgefertigtes Waffensystem. Und alles ist dafür gemacht, auf Perfektion zu gehen. Du musst die Levels perfekt auswendig lernen, indem du stirbst, probierst, immer besser wirst. Du musst perfekt spielen, die Waffen im richtigen Moment wechseln, einsetzen, bla, bla, bla. Um dann alle vorgegebenen Ziele im Level erst mal zu treffen. Nämlich erst, wenn du das schaffst, möglichst wenig stirbst. Eigentlich, das heißt, quasi nie, keine Continues nimmst. Dann kommst du erst weiter. Und das war damals alles so unnachgiebig und bizarr. Und damals war Retro eben auch noch nicht cool. Sondern damals war Retro irgendwie ... Ey, was ist das denn für ein Oldschool-Spiel irgendwie? Das war 2002 irgendwie noch nicht cool. Und heute hat es aus meiner Sicht die Chance ... Also, wenn man es heute spielen würde, würde man merken, wie gut es ist. Weil du es so auf Perfektion spielen kannst einfach. Für Speedruns vielleicht weniger, weil es dafür zu wenig Flexibilität lässt. Aber es ist einfach nur für mich mit das beste Contra. Weil es heute noch für mich genauso viel Spaß macht wie damals. Und wie gesagt, dieser Metal-Soundtrack. Dieser Soundtrack von Yamaoka. Bei dem Wechsel. Guckt's euch bei YouTube an. Wir haben's eben gesehen mit dem Snowboard. Ich bin auch sofort vorbei. Ich kann meine Gedanken noch schlechter fassen als sonst. Es liegt vielleicht auch ein bisschen in meiner Konstitution und nicht am Glas Wein vor mir. Was ich sagen wollte, ist, dieser Snowboard-Level. Davor ist ein Kampf mit dem Helikopter. Und dann geht der Helikopter kaputt. Und er ... Nein, da bricht was weg. Und die springen auf so ein Snowboard. Und da gibt's, glaub ich, so zwei Hi-Hat-Schläge. Und dann schrotet die Gitarre einfach nur so ein simples Zwei-Ton-Riff durch, während du da runterfährst und ballerst. Und das ist einfach nur geil. Es ist ... Ah, ich liebe es so unfassbar, dieses Spiel. Das ist wirklich ... Das kannst du auch in zehn Jahren noch spielen, weil es einfach damals perfekt war. Programmiert, super. Und das wird ewig geil werden. Gebt ihm eine Chance. Gönnt euch. Es ist herausragend. Zurück ins Funkhaus. Colin, es schmerzt mir so im Herzen. Du bist so euphorisiert und es klingt so schön. Und die Community hat dir ordentlich Contra gegeben. Oh! Mit einer 5,5. Wow! Ja, weil ihr's nicht gespielt habt. Weil ihr's nicht gespielt habt, Leute. PlayStation 2 exklusiv 2002. Ihr habt Simon in seinem Bericht zugehört, in seinem Solo-Street. Ja, vielleicht. Wenn Simon in 6 geht, passt's ja. Nein, alles gut. Wann war das Voting zu? Aber kann es sein, dass man es verwechselt hat? Kann das sein, dass die Leute, die jetzt auch eine schlechte Wertung geben, das mit einem der anderen Contras verwechseln, die halt nicht gut waren? Naja, das Ding ist, wenn du das Spiel nicht kennst, oder es ist kein Looker, nennen wir's mal so. Die haben dann versucht, dann mit Polygon-Grafik da noch mal sich ein bisschen zu modernisieren. Aber es ist eben eins der Spiele, die visuell, sagen wir mal, am wenigsten gut gealtert ist aus der Serie. Spielerisch absolut. Und ich flichte bei vielen Teilen Colin bei. Mir war's zu hart. Das geb ich auch ganz gerne zu gewissen Teilen. Ich bin dann eher bei Superprotector da mehr geblieben. Aber das ist natürlich auch das wesentlich simplere Spiel. Musik fantastisch. Also absolut genial, der Soundtrack. Aber du musst auch die Standfestigkeit haben. Und wenn Leute das jetzt sehen, vielleicht auch dann, wie du gesagt hast, noch mal ein bisschen zusammenmischen mit den ganzen anderen beschissenen Kontras, die drumherum erschienen sind, dann könnte ich mir diese Wertung erklären. Aber eine 5,4 ist schon. Also ich hab eine 6 gegeben. Dadurch kann ich sagen, ich glaub, ich hab das auch ein bisschen vermischt mit anderen Titeln, die halt nicht mehr so gut waren. Aber ich weiß auch, dass ich's gespielt hab. Und wirklich, es war mir zu schwer. Ich mochte die Super Nintendo Protectors, aber hab darüber hinaus jetzt auch nicht so viel mit dem Genre zu tun gehabt. Insofern glaub ich auch, dass viele einfach auch das nicht gespielt haben, dieses bewertet haben, könnte ich jetzt sagen. Bestimmt. Das war einfach Super Protector, das kann man ja sagen damals. Das war ja, das war Triple A, ne? Das war super, ich liebe es auch, gar keine Frage. Und dann haben sie's auf der PlayStation 1, haben die ja drei Teile ausgelagert Konami und hat diese Serie komplett kaputt gemacht. Und dann kam im Shattered Soldier wieder japanische hauseigene Entwicklung. Und das war in vielerlei Hinsicht so sperrig, auch durch den Schwierigkeitsgrad, dass ich absolut nachvollziehen kann, es ist ein Run and Gun nur damals gewesen. Es ist superschwer. Hä, wo ist der Party-Spaßfaktor von Super-Pro-Botector hin? Dass man da wirklich so ... Das ist relativ spröde und abschreckend in vielerlei Hinsicht. Aber die haben sich da was bei gedacht. Und wenn man dem die Chance gibt oder wenn es bei einem Klick macht, dann ist das halt so ein Ding, was einen motiviert, bis du's wirklich auf Perfektion durchgespielt hast. Und gerade auch im Koop. Also, mich hat zu der damaligen Zeit, ich hab das mit einem Kollegen gespielt, rauf und runter nach Feierabend, bis wir dann irgendwie im Koop-S-Ranking das ganze Spiel durch. Und ja, es ist Geduld, ja, es ist auswendig lernen, aber es macht so einen unglaublichen Spaß. Ich kann's aber niemandem verdenken, wenn man da sagt, ey, da werd ich nicht mit warm. Also, aber wenn ihr euch gerne in was reinbeißt und auf eine geile Erfahrung und geile Lernkurve habt, dann ist es auf jeden Fall aus meiner Sicht ... Das ist vielleicht auch, dass die Leute sich da dann nicht durchbeißen konnten oder so, weil ich muss leider ... Wir sind hier ein faires Format, wir sind transparent. Ich muss die Aussage leider entkräften, dass die Leute es nicht gespielt haben und abgestimmt haben, weil, ich hab grad aus der Regie gehört, es haben sehr, sehr wenig Leute abgestimmt. Ah, okay, also haben auch nur die, die es kennen. Das spricht schon eher dafür, dass dann tatsächlich die Leute, die es gespielt haben, gewartet haben und die anderen nicht. Oder dass nur ein kleiner Teil unehrlich ist der Community. Oder so, so kann man's auch interpretieren, aber ja, ich weiß nicht, vielleicht war's den Leuten zu hart. Also, ich versuch grad, so für mich so ein bisschen herauszufinden, woran's liegt, weil ich ... Ich bin nicht sauer, ich bin nur enttäuscht. Hast du Hardcore Uprising gespielt? Hab ich auch gespielt. Das war auch gut. Ich fand's super damals. Ey, das war auch richtig gut. Das war nur ein bisschen langsam. Das fand ich ein bisschen ... Das war sehr, sehr langsam. Aber Contra ist schneller. Ja, Stranger Soldier ist schneller. Und Contra 4 war auch super gut, weil man auch schon wieder sagt, ey, Leute, ihr bringt Contra 4 supergute, super von hier ... Wie hieß es nochmal? Way forward hießen die Entwickler, ne? Und ihr bringt es nicht in Deutschland, nicht nach Europa. Wo man ... Wie blöd könnt ihr sein, Konami? Ey, wirklich, Konami ist die Firma, die selber schuld ist, dass sie in der Games-Welt von Hero jetzt wirklich below zero ist. Und sich nur noch ... Ihr seid selbst schuld. Ihr habt einfach eure eigenen Marken gefickt. Ja, ja, ja. Yu-Gi-Oh! Das sind harte Worte. Ja, ja, natürlich. Jetzt fack mal drauf. Hey, ja. Genau, was haben wir dafür ... Ich glaub, das Spiel werd ich mal nachholen. Aber sorry, Kole. Du musst nichts verschieben, oder? Ich muss nichts verschieben. Alles gut. Also, wenn du jemanden suchst, der mit dir Contra Shedded Soldier mal spielt, wär ich auf jeden Fall dabei, wenn es geht. Ja, komm, machen wir. Ja, oder wir machen hier das komplette Let's Play. Und Kole guckt dann das dabei zu und leidet. Ja, jetzt wär auf jeden Fall leidend. Ja. Ey, aber Leute, ich bin ganz ehrlich. Mich hinterlässt das trotzdem traurig, nach so einer euphorisierenden Ansprache. Ich mein, ich hab ja selber meine Special-Interest-Lieblinge wie Star Citizen und so, dass auch vielleicht nicht viele so mögen oder so verteidigen. Aber deswegen fühl ich so was. Aber von einem, ja, von einer 6,7, glaub ich, mit Sicherheit sagen zu können, dass wir jetzt wieder zumindest über die ersten drei Plätze gleich reden werden. Und zwar kommt jetzt, da haben, glaub ich, schon viele im Chat auch drauf gewartet, Scarface the Game. Mhm. Ach so. Neon an den Fassaden, 5-Wave-Mucke, die aus dem Autoradio knallt und Kriminelle, die mit dem Drogengeschäft den großen Wurf landen wollen. Mittendrin in diesem Gewusel der Kleinkriminelle Thomas Vercetti, der sich die Gangster-Karriereleiter hocharbeiten will. Und damit herzlich willkommen in GTA Vice City. Nach dem eher modern gestalteten GTA 3 packte Rockstar die brillante GTA-Formel in ein nostalgiegetränktes 80s-Gewand. Großes Vorbild war dabei der Film Scarface, was auch direkt in der ersten Mission klar wurde, in der man einen feindlichen Gangster mit einer Kettensäge töten sollte. Zugegeben, sowohl grafisch als auch gameplaytechnisch konnte Rockstar in Vice City keine allzu krassen Neuerungen präsentieren. Immerhin konnte man nun verschiedene Häuser erwerben und darin auch seine Autos parken. Wirklich sauer waren die Fans deswegen aber nicht. Denn manchmal braucht es eben nicht mehr als GTA-typisches Gameplay-Chaos, welches von 80er-Hits wie Afrika von Toto musikalisch untermalt wird. Oder? Ey, GTA Vice City, es ist so ein herrliches Spiel. Natürlich gibt es auch noch Scarfest the Game, das wirklich so heißt, ist aber Colin winkt. Colin will sich unbedingt melden. Ich muss noch mal ganz kurz, ich will mich gegen die Regie und gegen den Chat, ich muss aber noch mal kurz sagen, auch im Forum natürlich. Meta, kommst du nicht mit Meta-Critic? Nein, 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 überhaupt nicht. Ich mach's ganz schnell. Rockerpiece TV, unser Forum, wenn ihr noch nicht da seid, geht rein, da könnt ihr euch natürlich wunderbar auch außerhalb des Chats austauschen über die Themen der Sendung. Da gibt's auch einen Thread zum Spieljahr2022 und da ist ein treuer Kern unserer Community, die immer abstimmen zu jedem Spiel auch, also ihren eigenen Untervote machen. Hier, das ist übrigens bei Contra Shattered Soldier rausgekommen. Ähm, da steht da nicht gespielt. 100 Prozent? 100 Prozent, ja, Abschied gestimmt, haben es nicht gespielt. Das heißt, niemand der Leute im Forum haben's gespielt. So viel dazu. Holt es nach, ihr werdet es liebe Grüße gegen den Forum. Tendenz steigend, investigativer Journalismus. So, dann reden wir mal über gute Spiele. Ja. Nein, ey, GTA, weiß jeder, wird wahrscheinlich seinen Teil jetzt dazu sagen können, ich bin mit GTA 3 zu der Reihe richtig gekommen, weil ich die Vorgänger nicht wirklich gemocht habe in dem 2D-Stil und das war einfach das perfekte Spiel für mich. Ähm, weiß, äh, Miami Vice ist eine meiner Lieblingsserien, ich guck die alle paar Jahre komplett durch, hab die komplett im Set daheim und das ist eben Miami Vice plus Scarface The Game. Ähm, ich kenn die Stadt heute noch auswendig, ja? Das war das Gute damals bei den älteren GTA-Städten. Die waren eben zwar groß, aber jetzt nicht so groß, dass du das GPS oder so was brauchst, wie bei moderneren Sachen, ne? Ich hab durch das GPS ab GTA 4 so ein bisschen die Bindung verloren zu den Locations, dass ich dann sagen konnte, einfach guck, oh, ich guck hin, ich weiß genau, wo ich bin, ich muss da hinfahren. Ja, stimmt aber, ja, genau. Man verliert so, ist zu groß dann irgendwann. Und was da wieder typisch, wie bei GTA 3 weitergeführt wurde, die Charakterisierung, dass du mit Tommy Versetti dann auch einen rätseligeren Protagonisten hast, ähm, dass die, die ganzen Story-Party dazukommen, wenn wir weitergetrieben werden, wieder sehr spaßige Auftraggeber, die dazugekommen sind. Und man alleine damals auf der PS2 die US-Version importiert und 200 plus Stunden und ich glaub auch noch mal so viel in die Xbox-Fassung dann investiert, als die dann reinkommen, ist mein Bruder auch dann. Ähm, ist mein, so, Herzens-GTA, würde ich persönlich sagen. Ja. Und du konntest Motorrad fahren, war geil. Ich auch komplett, also, ähm, ich bin ja nicht in den 80ern groß geworden, aber ich konnte in meiner Kindheit damit die 80er zumindest ein bisschen nacherleben und bin vor allem auf die Musik auch aus der Zeit total aufmerksam geworden. Der, äh, die, äh, weiß nicht, der 80er-Pop, der begeistert mich einfach. Flash FM, was war das für ein großartiger Sender. Also, ich kann diese Lieder nur deshalb teilweise mitsingen, und, ähm, das hat natürlich diesen ganzen Flair perfekt gemacht. Es gab ja auch diesen Club, da, es war sehr immersiv, wie die Leute dazu abgegangen sind, die ganzen, dann fährst du da, äh, gerade da, rechts war der Club und hier fahren die Leute mit den Rollschuhen lang, die ganzen Klischees. Aber es war halt auch einfach spielerisch, es waren coole Missionen. Klar, man kennt auch da, ähm, diese legendäre kleine Helikopter-Mission, die, äh, die man ja in Miami wirklich erkennt, wenn man da ist. Exakt, man erkennt's ja tatsächlich wieder. Und, ähm, aber genau, auch da gibt's ja diese legendäre Mission mit dem kleinen Helikopter, die so schwer ist, aber ... Typ, Nummernpad benutzen. Damit kannst du die Helikopter viel einfacher steuern. Ach, echt? Ja, auf jeden Fall. Die Mission ist gar nicht so schwierig. Du meinst, das kleine Flugzeug ist in San Andreas. Nee, nee, die kleinen Helikopter, wo du dann die TNT-Stangen dann hast. In diesem Gebäude, ne? Hier, Baustelle war es. Genau, die Baustelle. Ey, das war bei uns spielbar auch gewesen. Ja, wirklich? Das war mein Vorschlag für Nils oder Ede. Ich weiß nicht, wer von beiden. Aber so schwer ist es auch nicht. Du denkst es, und es ist eigentlich auch nicht schwer, aber wenn du's dann spielst, allein die Steuerung, du musst es eigentlich auswendig wissen, wo du lang musst. Und das dauert. Ey, pack die San Andreas-Mission rein, mit dem ferngestauten Flugzeug bei uns spielbar. Ja, oder was war mit dem Zug, ne? Ach so. Das ist ja das. Oh, you had to do. You had to follow the train, CJ. Follow the train, CJ. Und ich hab beim fünften Mal immer noch nicht kapiert, was ich falsch gemacht hab eigentlich. Ja, das ist unglaublich. Aber eben, das kam ja gar nicht, also der Abstand zu GTA 3 ist ja gar nicht so groß, aber ich finde, es hat sich vor allem storytechnisch sehr weiterentwickelt, weil da fand ich GTA 3 noch verhältnismäßig schwach, zumindest eben zu dem, was wir dann da bekommen haben. Und klar, es hat sich sehr viel inspirieren lassen und sich dann doch sehr viel auch von Scarface einfach genommen. Aber das war überhaupt nicht schlimm, fand ich. Also, das hat einfach super funktioniert. War das Ray Liotta als Sprecher? Ja, ich glaub tatsächlich, ja. Stimmt. Nee, ich wollte auch nur noch ganz kurz ... Auf jeden Fall war das auch fasziniert. Es ist ja immer eine gute Gelegenheit, hier in diese Zeitreise zu machen, im Jahr 2022, in dem Vice City kam. Ich hab noch mal zurückgedacht. Und heute wissen wir natürlich alles, GTA größtes Franchise so mit überhaupt, oder eines der größten, wichtigsten Games-Franchises überhaupt. Damals war mit GTA 3 ja quasi gerade so die ... Da haben sie das Tor zu 3D und richtig, richtig Größe aufgemacht. Aber die wussten halt schon im Vorfeld genau, was sie für ein absolutes, potenzielles Monster mit Vice City ranzüchten. Ich erinnere mich da nämlich, und ich halte mich jetzt sehr kurz, ich hab die Geschichte bestimmt auch schon mal erzählt, aber die ist so sinnbildlich für Rockstar. Und alles, was auch danach kam, wurde mal eingeladen zu einer Pressetour zu Vice City. Und man wusste zu diesem Spiel quasi überhaupt nichts. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt damals war auch noch kein einziger Screenshot veröffentlicht. Es war eine riesige Geheimniskrämerei. Und die haben ein paar Journalisten weltweit eingeflogen. Drei aus Deutschland, drei Redaktionsteams. Ich hatte das Glück, dass ich mitfliegen durfte für die damals, für die M-Games. Und der Trip als solches war schon top, weil wir eigentlich, wir waren vier Tage in Miami. Den ersten Tag waren wir nur auf einer Shooting-Range. Den zweiten Tag Jet-Ski fahren im Hafen von Miami. What the fuck? Wir haben nicht, also wirklich, Wir haben nur gefeiert, gechillt. Das war super krass. Und dann ging's halt, am letzten Tag war dann die große Enthüllung. Und dann war klar, Leute, ihr werdet gleich alle weltexklusiv das erste Mal was sehen. Und wir sagen euch, ihr seid ja, ihr seid drei aus Deutschland. Wir haben das alles unterteilt, auch für die anderen Länder jeweils drei. Ihr kriegt alle fünf oder sechs exklusive Screenshots. Und das war's dann im Prinzip auch. Und ihr seid in exklusiven Infogruppen. Und ich hab so gedacht, okay, jetzt bin ich ja mal gespannt. Und der eine Kollege war in der Gruppe Waffen. Und ich war in der Gruppe Fahrzeuge. Was? Wirklich. Und die haben gesagt, Leute, am besten sagt ihr den anderen nichts. Denn das könnt ihr selber wissen. Aber das ist eure Exklusivgeschichte. Und dann war der Termin irgendwie in diesem super Luxushotel, in dem wir auch gewohnt haben. Colin, 16 Uhr, ab oben ins Penthouse. Und wir haben mich da hochgefahren, irgendwie Türen gingen auf. Ich glaub, da war sogar Dan Hauser persönlich oder so, der da saß. So, wir zeigen dir jetzt irgendwie 90-Sekunden-Gameplay von Vice City. Und man sitzt dann da, man saugt es einfach nur auf, 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 auf. Und dann sagt die so, es gibt jetzt übrigens ein Motorrad und, ich glaub, ein Boot. Ich weiß nicht mehr was. Also drei, vier Fahrzeuge genannt. Und das war's. Und man sagt, ja, okay. Und wie heißt der Charakter? Können wir nichts zu sagen. Wir haben nichts dazu gesagt. Gar nichts. Wahnsinn. Es bestand aus 90 bis zwei Minuten Gameplay. Aber auch ohne jetzt, völlig ohne Kontext. Ich hab vier Autos, also Fahrzeuge genannt bekommen. Fünf, sechs Screenshots. Und dann zu Hause, das macht eine Story draus. Und dafür haben die mich um die halbe Welt gekarrt. Aber es ist irgendwie aufgegangen. Das war der anspruchsvollste Job, den ich dann vom Schreiben her jemals machen musste mit. Und der andere hat's genauso gemacht. Er hat dann irgendwie, und es gibt auch irgendwie Trommelwirbel, riesenlang Text, Seiten, lange Intro für eine Panzerfaust. Oder was auch immer die Waffe da war. Aber diese Geheimniskrämerei und diese Verkultung. Und ey, wir hauen so auf die Kacke. Kostet Scheiß, was die Welt kostet. Also das war damals schon da. Aber das ist ja ganz neue Dimension. Es ist ja 2-2, genau. Alles danach kam ja sozusagen mit Vice City. Aber die wussten halt schon ganz genau, ey, wir kriegen die Kohle wieder rein. Wir machen das einfach so. Und wir haben sie alle aus der Hand gezogen. Wir wussten, ey, klar, das ist potenziell das wichtigste Spiel des Jahres. Da hast du dann problemlose 8-Seiten-Preview, wo dann 4 Seiten, wir waren in Miami. Wo hast du Schrift? Diesen Ort wird es geben. Diesen Ort wird es vielleicht auch geben. Könnte dieser mit dabei sein. Ey, dann ist alles so im Konjunktiv. Und Mix ist wirklich eine Info. Such den Test bitte raus. Oder ich möchte das lesen. Aber wer dem guten Colin jetzt unterstellen will, dass ihn diese tolle Reise irgendwie beeinflusst hat, das stimmt nicht. Weil wir alle haben eine 10 gegeben, außer Colin. Der hat eine 8 gegeben. Was? Ja, entschuldige mal. Hier muss man doch fairerweise sein. Natürlich war es das, was es ist. Aber wenn man jetzt objektiv sich spätere Teile anguckt, dann ist halt ähnlich wie bei ... Wo hatten wir das denn noch? Spätere Teile sind einfach besser geworden. Also ich find, bei aller 80er-Jahre-Nostalgie und bei aller Liebe und Ausnahmewirkungen, die Vice City damals hatte, die will ich ihm ja nicht nehmen. Aber wenn man das aus heutiger Sicht ein bisschen guckt ... Tut mir leid, falls ich's kaputtgerissen habe im Schnitt. Aber ich find, 8 ist völlig angemessen. Ja, das stimmt. Aber wir bewerten's ja nicht aus heutiger Sicht, sondern wie wir's damals empfunden haben in der Sendung. Ja, der eine sagt so, der andere bewertet so. Ja, aber Kontra mit 6, ne? Ja, das stimmt. Selbst wenn du da so die Käsekästchen machen würdest, aber den Soundtrack drunter legen würdest, dann wär das immer noch mindestens eine 8 von 10. Ja, das stimmt. Das macht ja so viel. Jeder hatte diesen riesen Soundtrack mit den 5 CDs oder so. Ja, die verdammt 7, glaub ich's. Man hat so gerne auch zugehört und auch die Radioprogramme ... Da hat das richtig angefangen, dass diese Popkultur-Welt so richtig aufgesaugt hat. Egal, was du gemacht hast. Bist du Auto gefahren, hast du irgendwas gehört. Dann die Cutscenes, die waren auch cooler. Ich hatt die GTA-Radios mir ins richtige Autoradio gepackt zum Hören. Super-Nerd. Ja. Ich hab's mir auch als CD-Superbox gekauft. Ist okay, Colin. Nee, 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 komm, nee, nee. So leicht lass ich mich jetzt hier nicht vom Buch sagen. Oh, ich glaub, die Verbindung unterbricht dich. Du krisselst ... Man muss ja fairerweise sagen, dass das einfach in mancherlei ... Also, das war halt die Summe ... Das war mehr als die Summe seiner Teile. Das hat da natürlich tierischen Spaß gemacht. Aber vieles davon war auch einfach die Schusssteuerung. Viele Sachen waren einfach noch nicht ... Die hätten damals schon ausgefeilter sein können, aus meiner Sicht. Und da muss man schon sagen, als Gesamtkunstwerk ist Vice City natürlich außergewöhnlich gewesen. Aber wenn man genauer reinguckt, hat das schon auch genug Anlass zur Kritik gehabt. Was aber in der Masse und dieser ganzen Gesamterlebniswelt, die man da hatte, vielleicht auch dem einen oder anderen unwichtig war. Aber mich hat das teilweise auch schon abgefuckt oder genervt. Oder dann ist mir so als Malus mitgegangen. Absolut. Da möchte ich kurz zustimmen. Das war auch mein Hauptkritikpunkt bei den ersten GTAs. Das wurde ja mit vier dann besser, dass man Deckung hatte. Oder war das später sogar? Nee, die haben die Laufsteuerung auf jeden Fall mit dem Vierer enorm angepasst. Also die Missionen haben wir nicht mehr abgefuckt, wenn du gemerkt hast, oh fuck, das ist eine Ballermission in irgendeiner dummen Gegend, wo ich irgendwie mit der Kamera und den Hindernissen und den Ballern ständig Probleme hab. Aber das hat man halt irgendwie ignoriert. Es war halt irgendwie einfach nicht wichtig, so wie du gerade meintest. Aber da hast du schon einen Punkt. Nee, das stimmt auch. Ich weiß auch gar nicht, warum jetzt kurz so schlechte Stimmung war. Ich find das völlig legitim. Wir haben uns ja auch krass nostalgisch verklärt, da jetzt unsere Hype-Wertung abgegeben. Ich finde, da muss man keine 10 geben. Absolut nicht. Das hatte mehrere kleine Schwachstellen. Also ich fand's auch sehr frustrierend, dass es zwar einen Helikopter gab, aber der so von der Höhe so ganz merkwürdig beschränkt war. Also es war, es fühlte sich einfach nicht realistisch an. Gerade auf der zweiten Insel, wo du ja Hochhäuser hast, da merkst du, du kommst noch nicht mal ein Hochhaus hoch. So, sie haben da die Dächer nicht modelliert, was auch immer da die Limitationen waren. Ich hab die Engine hätt's einfach nicht. Oder die Engine oder so. Aber das waren auch so Punkte, die sind schon damals aufgefallen. Also natürlich gibt's auch da Kritikpunkte, aber ich glaube, es hatten einfach unfassbar viele Menschen damit eine gute Zeit. Und das gilt auch für euch da draußen. Ihr habt eine 9 gegeben, damit auch nicht ganz so krass wie wir, eine 9,4. Und damit darf, wird jetzt auch hier präsentieren, was es letztendlich wird. Dritter Platz mit einer ... Nein. Nein, ach, guck mal, was für ein Bait. Eine 9,2. Nein, es hätte natürlich gar nicht das dritte Platz werden können. Das haben wir, glaube ich, alle schon ein bisschen im Vorfeld vermutet, dass Vice City da ganz, ganz weit oben landen wird. Aber erster Platz, sag mal vor, 1942, irre Sache. Ja, lieber 1984 statt 42, ne? Das auf jeden Fall. 11 Prozent der Stimmen im Forum. Ich hab grad noch mal geguckt. Ihr sagt doch bitte im Forum. Das Forum ist egal. Nee, nee, ich sag nur, die haben auch 8 gegeben. Und es gibt auch Leute, ich will's ja nicht verschweigen, die sogar nur 7 gegeben haben. Ja, und das ist auch völlig legitim. Ich finde, du musst dich gar nicht recht. Das stimmt auch. Im Chat bestimmt auch. Genau, im Chat sicherlich auch. Sonst wär's ja da nicht zu einer 9 gekommen. Wir sind mit unserer 9,4 auch ganz schön krass unterwegs. Ich möchte mal alle bitten, aus wirklich persönlichem Interesse, du hast es schon angehört, aber es ist vielleicht ohne gegangen, könnt ihr alle mal bitte dieses Preview von Colin raussuchen und ihr auf Twitter irgendwo unter diesen Ankündigungen... Und verlinkt uns alle. Ich würd's so gerne das mal sehen. Nicht, weil ich mich über lustig machen will, sondern weil ich die Situation so gut kenne und das super gerne wissen würde. Was hat man daraus gemacht? Das klingt wirklich sehr, sehr spannend. Ich hab das bestimmt noch, Simon, ich werd, ähm... Guck mal, in der Jahresübersicht, so was haben wir ja damals noch gemacht, vielleicht find ich da das noch gutes Preview. Die Erklärung, du warst jetzt fünf Tage weg mit Anreise oder so was, ja? Deine Arbeitskraft ist fünf Tage ausgefallen, das musst du jetzt füllen. Und man hat vorher ja so viel Freiraum gehabt im Heft, die haben dann sicherlich zusammengesessen, nee, wie viel kann man da machen? Vier, fünf, sechs, wie viele Seiten sollen wir machen? Man weiß ja nicht, was... Wir haben das Cover schon fertig, das Cover ist schon fertig, ne? Ne, Cover-Story, auieiei, naja. Ja, aber jetzt, wo wir die ganzen anderen GTAs auch kennen, würdet ihr mal noch sagen, es ist für euch das Beste? Oder hat da schon eben, was ja Colin auch gerade vorgebracht hat, dass die Neueren auch natürlich was Cooles hinzugefügt haben, was dem Spiel jetzt noch fehlen würde? Es ist mein emotionaler Favorit eben immer noch. Rein objektiv gesehen, ich hab mir Zeit gebraucht, um mit San Andreas ein bisschen warm zu werden, weil einfach das Setting mir direkt von Anfang nicht zugesagt hat. Aber nachdem ich damit warm geworden bin, ist es das beste klassische PS2-Ära-GTA, weil es einfach so umfangreich so groß ist. Allein diese RPG-Elemente, wo man dann dicker wurde oder stärker, oder? Das war San Andreas. Ja, wir reden ja von San Andreas. Also, sobald du auch einmal dann wirklich das enorm riesige Gebiet abreisen kannst oder mit den Düsenjets fliegst oder Area 51 oder whatever, dahin gehst, und du kannst nichts gegen GTA V sagen. Also, GTA V ist schon seit zehn Jahren Vierer, weil ich den den Immersivsten fand. Ich möchte mal ein bisschen Liebe haben für den Vierten, genau. Ja, genau, ich liebe den Vierer. Nico Bellic ist einer meiner Lieblingskarakter. Trevor ist ein geiler Charakter, aber der ist halt ein Arschloch. Aber Nico Bellic ist eigentlich ein netter Kerl, der einfach nur die Karten nimmt, die ihm gegeben werden. Und das, fand ich, war immer eine große Stärke, wenn sie so Underdog-Stories erzählt haben von jemandem, der kein Arsch ist. Also, das fand ich bei GTA immer cool. Das war früher nicht so, aber wurde immer mehr zu dieser Underdog-Story so ein bisschen. Ich mochte natürlich auch GTA IV, wobei es da auch ein paar legitime Punkte und so weiter gibt, da spielte man deutlicher diese, wie nennt man's so schön, ludonarrative Dissonanz, ne? Wo dann Nico Bellic, der sympathische, gute Charakter ist, der dann versucht, sich irgendwie auch mit anderen Leuten zu daten und alles, und dann hast du aber immer noch die Massenmörder-GTA-Hauptfigur-Problematik im Gameplay. Ja, oder halt Roman am Handy, der einen immer in die Scheiße reinhält. Ey, also, wie gesagt, ich wollt das nur noch mal sagen, weil mit der Vierte irgendwie ist es immer zu wenig. Den vergessen die Leute sehr, sehr gerne, weil der Fünfte so krass groß ist und der Dritte ist so memebar und war schon damals auch groß. Vielen war das ein Schritt in eine zu andere Richtung, glaube ich. Das hat viele verwirrt, aber ich fand gerade das gut, weil es realistischer war, immersiver. Ja, auch so eine richtig geile Refuge-Story. Also so eigentlich vor seiner Zeit so, ne? Da fand ich echt, ey, lass ich nix drauf kommen. Genau, und da gibt's, glaube ich, auch eine Menge Meinung drüber. Ich seh auch im Chat, wie da alle schon ihre Reihenfolgen, wie sie GTA raten. Deswegen packt das doch bitte auch sehr gerne mal ins Forum oder auf Twitter oder in die YouTube-Kommentare. Aber jetzt müssen wir langsam weiter im Text, weil der Abend ist nicht mehr jung. Ja, was haben wir denn noch auf dem Zettel? Das ist von einem viel. Von einem, ähm, ja, Spiel, was, glaube ich, wirklich jeder kennt, zu wieder eher, würde ich zumindest, als so eine Special-Interest-Nummer bezeichnen. Schauen wir uns mal an, was war Age of Mythology? Was macht ein Entwicklerstudio, wenn es gerade mit Age of Empires 2 einen der Meilensteine für das Echtzeit-Strategie-Genre angeliefert hat? A, man bringt einen Nachfolger, der die Schwächen von AOE 2 ausmerzt und verbessert. Oder B, man schweißt den ganzen Mittelalter-Philiphants aus dem Fenster und lässt Ägypter, Griechen und Nordländer mit Minotauren, Mumien und weiteren sagenhaften Viechern aufeinander einprügeln. Die Ensemble-Studios haben sich für B entschieden und so entstand mit Age of Mythology ein recht ungewöhnlicher geistiger Nachfolger zu Age of Empires 2. Dabei blieb das Grundspielprinzip bestehen. Man kloppt Ressourcen, baut Gebäude, rückt in den Zeit voran und baut eine Armee, mit der man im besten Fall die gegnerische Basis zu Kleinholz verarbeitet. Auch die Singleplayer-Kampagne war gewohnt voll mit interessanten Missionen und Story-Twists. Dabei gab es zwar weniger Völker als bei AOE 2, diese hatten allerdings durch die Götter einen erhöhten Wiederspielwert. So entschied man sich nicht nur zu Beginn für ein Volk und einen Schutzpatron, sondern musste auch bei jedem neuen Zeitalter zwischen mehreren Optionen wählen, die natürlich unterschiedliche Vorteile brachten. Und on top gelang Ensemble mit Age of Mythology der Wechsel zu einer durchaus ansehnlichen 3D-Optik. Also auch wenn Age of Mythology nie Age of Empires 2 vom Olymp der Echtzeitstrategie stoßen konnte, so bleibt es doch für Genre-Kenner eines der besten Strategiespiele aller Zeiten. Krass, also ich hab gerade gesagt, als dieser Satz gefallen ist, bestes Strategiespiel aller Zeiten, und ich hab gesagt, echt, und du sagst? Ja. Ja, okay, dann erklär uns mal warum, weil es haben auch bei uns nur drei abgestimmt. Viel haben das tatsächlich nicht gespielt. Ich hab's nicht besonders viel gespielt, aber ich hatte sehr viele im Freundeskreis, die das gespielt haben. Und da gab's dann schon diese Features, die dann, ja, wir erwähnen immer gern Command & Conquer, weil das dann spielt, weil Command & Conquer dazukommt, weil du hattest ja diesen Schutzpatron, du hattest, könntest die Götter aussuchen, und die hatten dann verschiedene Fähigkeiten, die du dann auch einsetzen konntest auf dem Spielfeld. Also bei Command & Conquer Generals war's ja diese Generalsfähigkeiten, dass du links an der Leiste dann halt zum Beispiel Minenfelder abwerfen konntest oder Artillerie. Und das hat Age of Mythology schon dieses, oder Mythology, in dem Jahr schon eingeführt. Du hattest dann verschiedene Fraktionen, zwar weniger, aber dann halt auch gebalanceder und dann halt auch diese mystischen Fraktionen gehabt. Und das war dann zu dem Zeitpunkt was anderes. Ich fand das auch persönlich besser als Empire Earth, weil Empire Earth war dann zu sehr wie Age of Empires, versuchte mehr in die Zukunft zu gehen und hat sich dann irgendwie letztendlich nicht viel geändert. Und das ist dann halt so stetig in dieser mythologischen Zeit geblieben und wirkte in sich dann auch stimmiger und sah optisch auch besser aus. Okay, interessant. Weil ich hab's tatsächlich nicht gespielt und generell recht wenig davon auch gehört. Deswegen find ich sehr interessant, dass du sagst, in deinem Freundeskreis haben eben das superviele total geliebt und so. Bei uns hat das irgendwie keiner gespielt. Da hat sich, glaub ich, Age of Empires einfach noch über Jahre getragen. Habt ihr damit irgendwelche Berührungspunkte? Wir hätten einen Rage of Mythology auf dem Sender haben sollen. Das haben wir wahrscheinlich anders ausgesehen. Nee, gar nicht. Never played it. Ich hab's mal gespielt, aber mir hat das eigentlich zugesagt. Aber ich hab die ganze Age-Reihe nie wirklich gespielt. Ich hab die erst jetzt, ja, mir so angelesen, sag ich mal. Und durch unsere Formate auch kennengelernt. Und auch selbst mal gespielt. Aber ich fand offengesagt dieses Mythologische interessanter als dieses Historische. Ja. Weil's irgendwie ein bisschen mehr Fantasy war. Ja, wir haben hier tatsächlich heute mal das Problem in der Runde, dass tatsächlich ja eigentlich niemand sitzt, außer eben das, was du grad schon so zusammenfassend gesagt hast. Wer weiß die Leid auch nicht zu dem Spiel. Genau, der wirklich viel mehr dazu sagen könnte. Von daher können wir natürlich noch so ein bisschen eure Chat-Nachrichten kurz reinwerfen. Aber trotzdem würd ich sagen, das macht ja auch überhaupt keinen Sinn, wenn wir jetzt zwanghaft hier zehn Minuten über Age of Mythology reden. Was ich schon mal sagen kann, ist, dass ihr nachgegeben habt. Also das Gleiche wie wir, das heißt, da sind wir uns offensichtlich einfach sehr einig. Und damit wissen wir auch schon, wo auf der Tabelle sich das Ganze platziert wird. Kann das schon mal in Ruhe da einsortieren. Und vielleicht, ich weiß nicht, Colin, treibst du dich gerade noch im Forum rum? Hat da vielleicht jemand eine Lanze für Age of Mythology gebrochen, den du zitieren könntest? Äh, da hab damals die schöne Wikinger und Nithöger und Ragnarök war geil. War ich kein großer Fan von, hab es halt gespielt, weil das irgendwie mal plötzlich zwischen anderen Spielen auf meinem Tisch lag. Wunder, RTS und Mythologie gleich Herz sagt Underwood. Ja, guck mal, aber ... Also doch, einige, die, er hier, oder Tendo, Age of Mythology, bestes Spiel der Age-Reihe. Gebt ihm eine Definitive Edition und ich weine vor Freude. Ach, krass. Das ist schon dann ein Fanliebling, aber auch so ein bisschen nischig. Das kennen dann nicht alle, aber die, die es kennen, die scheinen es ziemlich abzufeiern, oder? So wie Contra. Oder Battle Realms, was du irgendwie auch nicht reingeschafft hast. Ja, aber wie gesagt, wir können einfach echt nicht mehr viel an dieser Stelle dazu sagen. Deswegen, wir haben ja noch einiges auf dem Zettel. Und jetzt geht's weiter mit Ratchet & Clank. Wenn ein sogenannter Lombax auf einen kleinen Roboter trifft, weiß man mittlerweile sofort, von welcher Spielereihe die Rede ist. Ratchet & Clank. Gehypt war der Titel damals allemal, denn mit Insomniac Games wurde das Spiel von einem Entwicklerstudio entwickelt, welches sich mit dem Spyro-Franchise unter Plattformer-Fans schon einen guten Ruf erarbeitet hatte. Ratchet & Clank sorgte aber für eine frische Brise im 3D-Plattformer-Genre, denn neben den Nahkampfelementen wurde eine riesige Palette an Schusswaffen in das Spiel gepackt, die dem Spiel im direkten Vergleich zu Spyro deutlich mehr Dynamik verlieh. Der Fokus lag damit zwar mehr auf den Kämpfen, aber die Spielwelt musste dabei nicht den kürzeren ziehen. Im Gegenteil, das lineare, aber doch sehr offene Level-Design bekam viel Zuspruch und auch für das Balancing wurde der Titel gefeiert. Und wie wir ja mittlerweile selbst auf der PlayStation 5 noch sehen können, geht die damals gestartete Erfolgsgeschichte des Duos immer noch weiter. Ja, Simon und Gregor, ich hab beide eine 7 gegeben. Was verbindet ihr mit dem Spiel? Habt ihr das damals irgendwie viel gezockt oder auch nur angezockt? Was kann man darüber sagen? Es ging bei mir. Also ich weiß nicht mehr, ob ich damals im Original komplett durchgezockt habe oder nicht. Ich weiß, dass ich zur damaligen Zeit mir gefühlt Jack & Dexter, sehr gut. Also das erste Jack & Dexter hab ich sehr ausführlich gespielt und war ein bisschen enttäuscht vom Zweier, wie viele andere auch, der ja ein bisschen mehr so in diese düstere Action-Richtung gegangen ist. Und da empfand ich Ratchet & Clank als erste wieder wie so ein, ach, so ein schönes, modernes PlayStation 2 Jump'n'Run. Fühlte sich eben ein bisschen an Jack & Dexter nah dran an, mitten im Hauptcharakter und einem Sidekick, die gemeinsam unterwegs gewesen sind. Aber schon im ersten Teil hab ich das Gefühl, das hast du bei den späteren Ratchet & Clanks ja auch gesehen, sehr, sehr schöne Charakterisierung. Grundsätzlich das Gameplay mit dem Jump'n'Run plus Hauen plus Ballern hast du ja auch nicht so häufig. Also das war schon mehr so ein Run and Gun, wie sie es zusammengeschraubt haben. Es müsste auch der Teil gewesen sein, der 2016 dann remaked wurde für die PS4 inhaltlich. Also ich hab's auch nicht mehr so genau im Kopf, der wurde ja auch noch mal neu aufgelegt. Erst richtig zum Fan der Serie bin ich auf der PS3 geworden mit A Crack in Time, das ist eines meiner Lieblingsjump'n'Runs aus der damaligen Ära, aber das konntest du auch schon in Teilen dar spüren. Ich mein, du hast die großen drei auf der PS3, Jack & Dexter, Ratchet & Clank und Sly Cooper. Ach, Sly Cooper, war das nicht dieser Waschbär, der klaut? Der bibische Waschbär? Mhm. Das, was sie immer machen. Das, was sie immer machen. Ja, wollte ich grad fragen. Hat man geklaut, du hast aber nicht Mülltonnen geklaut in Mülltonnen. Du hast irgendwie irgendwie die richtigen Sachen geklaut, ne? Du hast dir eine Mülltonne angemietet. Nein, du bist richtig auf Raubzüge und so. Ja, wenn ich viel Geld hast, kannst du größer in Mülltonnen. Das waren die drei großen Seen. Und alle drei Entwickler machen ja mittlerweile, die backen ganz andere Brötchen. Ich hab immer Probleme gehabt, dazwischen zu unterscheiden zwischen Jack & Dexter und Ratchet & Clank, weil beide eben, wie du meintest, so dieses Duo-System mit Humor und cartooniger, kindlicher Grafik hatten. Ich hab jetzt erst richtig angefangen mit Jack & Dexter, Ratchet & Clank mein ich jetzt mit dem Rift Apart. Der ist toll. Der ist toll, ne? Aber den hab ich vor allen Dingen nur aus Interesse wegen der Technik. Ja, das ist so. Weil ich einfach wissen wollte, wie das funktioniert. Und ich mag irgendwie, bei Jump Runs, da ist nicht so das Herz. Da komm ich nicht so rein, ne? Diese Run-Gun-Sachen, irgendwie ist das nicht meins. Deswegen hab ich auch, glaub ich, nur eine Sieben gegeben. Ja, ich fand's aber, ich mein, wenn ich's sehe, find ich's gut. Aber ich hab's halt dann doch nicht gespielt. Das ist, im Nachhinein, muss man sagen, wahrscheinlich hat Ratchet & Clank wirklich verdient, die Standfestigkeit gehabt, bis ins Heute dann übrig zu bleiben. Die anderen Seeren sind ja irgendwann mal ausgeflattert. Genau, ja. Oder es wurde ja auch, Sly wurde abgegeben. Sly Raccoon hat nicht überlebt. Ja, es gab ja noch mal einen Teil auf der PS3, glaub ich. Gags leider auch nicht. Wer? Gags. Ach, Gags, Mann, ja, hier, der Salamander, ne? Enter the Gecko. Fand ich einen sehr coolen Charakter. Enter the Gecko. Ja. Fand ich auch sehr cool. Ratchet & Clank ist cool. So. Ja, die Leute da draußen finden's sogar besser als wir mit einer Acht. Seid ihr ja echt stabil dabei? Wir haben nur eine 7,5 gegeben. Acht mal eins, tut mir leid. Ich hab den Betrag falsch gemerkt. Und damit kommen wir zu folgender Platzierung, lieber Wirt. Was für eine Zahl ergibt dieses mathematische Problem? Ich muss wieder schieben. Ich muss wieder schieben. Schiebung. Schieben. Dann sag ich schon mal die Zahl. Eine 7,8. Dann müssen wir uns das geschieben. Benutzt beide Hände. Nämlich nicht an. Und damit, ja, Platz 12 teilt es sich mit Burnout 2. Das ist wirklich der undankbarste Job. Beim nächsten Mal sollten wir vielleicht einfach digital irgendwas haben. Ich hab nichts dagegen. Aber es ist der undankbarste Job, diesen Scheißer hin zu verhandeln. Das ist doch immer ein Glücksrad. Vielleicht muss ich nur beim nächsten Mal ein hübsches Kleid anziehen oder so. Und so eine kleine Musik. Ja, ja. Weißt du auch, wie lange du Zeit hast? Da kriegen wir alle hübsche Kleider an. Das find ich schön. Gefällt dir das eigentlich, dass Kingdom Hearts immer weiter nach unten ist? Das ist fantastisch. Leider eben nicht ganz, ganz unten. Ja, das ist leider Contra. Oh Mann, das mit Contra. Es tut mir wirklich leid. Ich fühl mich so richtig verantwortlich dafür. Pass auf, wir machen ... Ich hab die Idee, pass auf. Wir machen bei gleicher Wertung ein Volk im Alphabet. Also, um gegen 10, ne? Jetzt 10, ja. Okay, dann ist ... Ja, weiß ich. Können wir machen? Komm, nächster Titel. Nächster Titel. Nächster Titel. Okay, und weiter geht's hier an dieser Stelle jetzt mit Metroid Prime. Yes! Ja! Es ist ein Trauerspiel. Da die Fans seit der Ankündigung 2017 noch immer vergeblich auf positive Neuigkeiten zu Teil 4 warten, blicken wir heute auch mit einem weinenden Auge auf den ersten 3D-Ausflug von Samus Aran zurück. Metroid Prime. Das Wörtchen Prime im Gamecube-Titel fügte dem Franchise 2002 aber nicht nur eine grafische Dimension hinzu, sondern veränderte mal eben die komplette Spielperspektive. Man könnte Metroid Prime als waschechten Ego-Shooter bezeichnen, bei dem man sich allerdings zwischen Laufen und Schießen entscheiden musste. Ihr habt richtig gehört, das ging nicht gleichzeitig. Und ganz im Sinne der 2D-Vorgänger stand auch hier die Erkundung im Vordergrund. Erstmals konnte Weltraumheldin Samus ihre Umgebung abscannen, um mehr über die Gegner und deren Schwachpunkte herauszufinden. Aber auch über die Spielwelt erfuhr man auf diesem Weg mehr. Die sah nicht nur ziemlich nice aus für damalige Standards, sondern bot auch akustische und musikalische Schmankerl. Metroid-Veteran Kenji Yamamoto sei Dank. All diese Faktoren machten den ersten Teil der Spin-Off-Serie zu einem Videospiel-Highlight, das man sich durchaus auch heute noch reinziehen kann, wenn man das nicht bereits getan hat. Ein kompletter Perspektivewechsel, der dann geglückt ist. Also krasses Risiko eingegangen, aber irgendwie abgeräumt. Das ist ja auch mal was. Absolut. Na, also bevor wir alle jetzt lang drüber reden, Colin darf gern seinen Test mal vorlesen. Ja, ist ja schon parat und rausgesucht. Ja, das ist natürlich eine meiner schönsten Erinnerungen, die ich jemals haben durfte an ein Spiel, was ich testen durfte. Weil es auch, glaube ich, die zweithöchste Wertung bekommen hat damals, die ich jemals als Tester der Prozentzahlen verteilen durfte, vergeben habe. Und das waren satte 94 Prozent. Geil. Ja, für, so fängt mein Meinungskasten an, Vorhang auf für das bislang ausgereifteste Spielerlebnis der 128-Bit-Generationen. Metroid Prime bietet schlichtweg alles, was man von einem zeitgemäßen Titel erwarten darf. Blablabla, 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 blablabla. Aber das hatte es auch. Das Ding, das kam ja auch so, also aus dem Nichts will man nicht sagen, aber hier wieder selbe Situation. Ewig lang in der Mottenkiste gewesen, das Metroid-Franchise. Dann ausgelagert an ein amerikanisches Studio. Ab und zu sieht man mal irgendwie die Screenshots. Man weiß überhaupt nichts, wird das klappen, kann das klappen, keine Ahnung. Ja, Nintendo kann, wenn jemand 2D zu 3D kann, dann ist es natürlich Nintendo. Haben sie mit Zelda bewiesen, haben sie mit Mario bewiesen. Aber jetzt ein anderes Studio, von dem man auch nicht so wahnsinnig viel mitbekommen hat. Und dann kommt da diese Bombe an, die es wirklich schafft, wie eben schon Zelda und Mario, alle Tugenden von Metroid plötzlich in die dritte Dimension zu hieven. Perfekt angepasst an die Steuerung des Cube-Controllers und an die Möglichkeiten. Anspruchsvoll, auch nicht, die Laufwege waren sehr, sehr lang, aber insgesamt ein so außerordentliches Spielerlebnis. Vor allem ist mir da in Erinnerung geblieben, die Sprungsteuerung. Die war so gut. Also, Springen in 3D-Spielen, also in Ego-Perspektive, irgendwie von Plattform zu Plattform. Das war damals alles andere als so eine Selbstverständlichkeit. Das hat in vielen Spielen überhaupt nicht funktioniert. Ich erinnere mich nur zum Beispiel an Turok, mit Grausen. Da konntest du es eigentlich nur mit der eingeblendeten Minimap irgendwie so antizipieren. Oh, ich springe einfach, die Minimap, ich springe einfach an der 2D-Kante ab. Egal, was der Raum mir sagt. Und da ging das so intuitiv und smooth an herausragendes Spielerlebnis. Wirklich, Metroid Prime, oh. Absolut erste Sahne. Ja, das ist so ziemlich alles schon dann zusammengefasst ganz gut. Ich hab da auch eine persönliche Geschichte, die ich erzählen kann. US-Version bestellt. Das ist ja damals, ich glaub, im November in den USA rausgekommen. Und das war mittendrin in der Woche, wo ich umgezogen bin. Mhm. Ähm, und es war dann so, dass ich so schon die ganzen Tage Sachen hin und her erfahre mit dem Auto. Und dann komm ich einmal wieder in die alte Wohnung zurück und ich seh da, da liegt draußen ein Brief. Also so ein Paket oder so. Ich guck dir hin, oh geil, das ist Metroid Prime. Scheiße, ich muss noch einen Tag hier den ganzen Umzugs-Stuff machen. Die letzten Sachen erledigt. Das Erste, was ich in einer neuen Wohnung aufbaue, ist mein Fernseher, der Gamecube und das Bett. Aber ist es heute wirklich anders, wenn man umzieht? Das ist nicht mehr der Gamecube. Ich hab die nächsten drei Tage anstatt mit Auspacken mit Metroid Prime verbracht. Ja, Mann. Du hast es nicht so häufig, dass du einfach angenehm überrascht wirst. Bei all der Skepsis, die du wegen des Konzeptwechsels, was Colin ausgeführt hat, schon haben kannst. Ich fand eben, du denkst im ersten Moment, es sieht aus wie ein Ego-Shooter, aber es ist ein Metroid-Spiel. Und die Perspektive bringt einfach dir dann neue Möglichkeiten, was das Level-Design angeht. Das Springen, glaub ich, war extra so gut. Ich meine, dass du die Kamera leicht nach unten immer gegangen bist, sobald du gesprungen bist, damit du auch sehen kannst, was vor deinen Füßen ist bei jedem Jump. Was auch eine sehr clevere Idee war. Das stimmt, das ist eine gute Idee. Ja, quasi intuitiv auf jeden Fall. Ja, absolut, intuitiv. Der Autologon zum Kämpfen, dass du eben nicht zielen musst, aber zielen kannst, wenn du möchtest. Die optionalen Logs, die man sich anhören kann, aber nicht anhören muss. Das Einzige, was ich da, glaub ich, maximal gemäkelt hätte, Musik und Sound, Musik, Grafik und Sound und alles übrigens auch herausragend. Es gab kurz vorm Ende noch so ein bisschen Spielzeitstreckung. Lauf noch mal komplett durch die Level und sammel zwölf Abzeichen. Irgendwie sowas war es da. Kennen wir von Nintendo, ja? Dass sie das gerne mal machen, kurz vor Ende. Und das war so ein bisschen so ein kleiner, vorsielter Stolperstein. Ansonsten aber hab ich echt nichts dran zu mekeln. Ein All-Time-Classic für mich. Ja. Darf ich noch eine Sache ergänzen? Na klar. Für alle. Gregor, ich weiß nicht, ob du ... Ich hab auch die US-Version als erstes gespielt. Und dann hab ich gerade ja aus dem PAL-Test, das kam ein paar Monate später, zitiert, dass die PAL-Version ein paar durchaus bedeutende Änderungen hatte. Wisst ihr das noch? Das kann durchaus sein ... Ich kann's vorlesen, ganz, ganz, ganz kurz. Europa-Update, pass auf, alle Achtung, weil das ist ja absolut nicht Standard. Die Entwickler spendierten der PAL-Fassung einige exklusive Neuerungen. So klärt euch ein gesprochenes Intro grob über die Ausgangssituation des Abenteuers auf. Zudem werden wichtige Scan-Erkenntnisse von einer sonoren Computerstimme registriert. Ein Kompass zeigt im Kartenbildschirm nun Himmelsrichtung an. Weiterhin lässt sich Prozentstatistiken entnehmen, wie viele Scans und Extras ihr bereits aufgestöbert habt. Die Anzeige über Samus verbleibende Raketen wurde um die Angabe des theoretisch maximalen Fassungsvermögens erweitert. Und Super-Metroid-Fans dürfen sich freuen, denn einige Schleusen sind nur mit einer bestimmten Anzahl Schüsse jetzt zu öffnen. Das war von vorhin auch nicht so. Also, das sind schon ein paar Eingriffe, wo man das Gefühl hat, okay, da können wir noch ein bisschen optimieren. Haben sie genutzt. Hab ich gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Das mit dem Intro hat maximal noch geklingelt, aber die anderen Sachen nicht. Ich hatt's noch mal mit der Wie-Fassung durchgespielt. Da hab ich's wahrscheinlich so für gang und gäbe genommen, was da schon drin war. Ja, aber dieses, dass man nicht laufen und schießen gleichzeitig kann, das klingt für mich irgendwie immer noch. Es ist aber auch kein Ego-Shooter, es ist ein Exploration-Game. Aber du kannst doch laufen. Ist das so gewesen? Das wurde in der Ebene damals gesagt, darauf beziehe ich mich. Aber du kannst doch Lock-On machen um die Gegner drumherum, oder? Achso, oder das Stehenbleiben und Aufladen, oder was wird dann mir gemeint? Nee, war's nicht so, dass du dich halt umgucken konntest nur, oder ballern? Also, dass du, also wenn du ... Nee, ich krieg das jetzt durcheinander. Ich meine, dass du ein Lock-On gemacht hast und die Gegner drumherum gelaufen bist. Ja, bei Gegnern Lock-On ging. Aber du konntest nicht ballern, drumlaufen und überall an die Wände schießen, oder so. Das ging, glaub ich, nicht. Da bin ich mir fast sicher. Das könnte sein, wenn du zumindest dich umgeschaut hast. Du konntest auch nur laufen und schießen. Arretieren, damit du dann zielen kannst, ne? So war's doch. Tja, wieder Zeit für den Wände. Ja, das kann sein. Du hast einen Button gedrückt, dann konntest du dich in diesem Ding genauer umsehen, ne? Mit dem Visor und allem. Ja, der Chat sagt mir doch mal ... Ansonsten aber eben diese schienenartige ... Ja, wir denken an die zwei verschiedenen Sachen. Lock-On hast du Bewegung, aber beim Zielen stehen bleiben. Genau, aber eben der Lock-On ist halt nur der Gegner als Fokus und nicht irgendwie umgucken. Ich fand's immer schwierig, weil ich halt echt mir gerne auch so Level angucke. Und dieses ganze Konzept auch zusammen mit der Map hat's mir echt schwer, irgendwie die Art der Level, wie die aufgebaut sind, so Labyrinth-Art. Ich hat's mir echt schwer gemacht, mich zurechtzufinden. Und gerade wenn du dann so Backtracking hattest, hat mich das teilweise echt mega genervt. Also, ich bin nicht so der Hardcore-Metroid-Fan wie alle anderen und hab mich da echt schwer getan, weil ich's wahrscheinlich auch mit einem Ego-Shooter verwechselt hab am Anfang. Ja, genau, ich hab's ja nicht gespielt, deswegen, ich hab das eben in der Matz gehört und dachte irgendwie, das klingt ja nervig, aber jetzt habt ihr's noch mal ordentlich für mich eingeordnet. Ihr da draußen habt ne 8,2 gegeben. Und das ist doch jetzt keine komplett schlechte Bewertung, wie sich hier immer abgefuckt wird. Wir haben ne 9 gegeben, das find ich jetzt auch ganz schön hoch, ehrlich gesagt. Und damit kommen wir zu was, mein Lieberwirt? Resident Evil, runter. Das ist doch ... Oho. Oho. Okay. Ah. Ja, okay. 8,6. Vielleicht nen Platz find ich das jetzt nicht. Nö, voll abständlich. Ja, oder? In der Top 5 zu sein, ist doch was Ordentliches. Ich find, alles ab 8 ist auch so ein bisschen special. Also, was dich interessiert, hängt's von der Person ab, die's spielt, ob's richtig gut ist oder nur gut. Ja. Naja, am Ende ist es halt auch oft viel Geschmackssache. Ob da jetzt die ... Das sind alles großartige Spiele, die wir da ganz oben sehen. Und wir nutzen die Wertungsskala auch richtig aus, ne? Zwischen fast 7 und knapp 9. Ja, es ist schon viel mehr als in manchen Biospielen. Es sind die besten Spiele, deshalb passt es ja auch. Exakt, genau. Ganz viele andere Spiele haben wir ja, du hast ein paar genannt, die sind alle gar nicht dabei so. Red Gate! Wir hatten ja auch keine leichte Aufgabe, uns auf 25 zu beschränken. Also, wir haben ja aus der Liste von über 50 irgendwie auch aussortieren müssen, weil die Sendung geht jetzt schon lange. Wem hätten wir irgendwie so eine 24-Stunden-Aktion hier? Dann macht das nächste Spiel. Ich glaub, die Leute werden's auch sehen. Exakt, denn wir bleiben direkt bei Metroid. Und zwar weiter geht's hier mit Metroid Fusion. Können Nintendo-Spiele eigentlich gruselig sein? Nun, wer Metroid Fusion auf dem Game Boy Advance erlebt hat, dem stellt sich diese Frage nicht mehr. Im zweiten Handheld-Eintrag der Serie hatten es nämlich vor allem die Treffen mit dem sogenannten SA-X in sich. Der parasitäre Klon von Protagonistin Samus Aran mit den furchtbar leeren Augen tauchte an den unerwartesten Stellen auf und konnte so manche Panikattacke auslösen. Wer sich davon nicht abschrecken lässt, bekommt mit Fusion ein gewohnt hochklassiges Action-Adventure mit clever verzahntem Level-Design. Kleinere Mäkel, der erhöhte Story-Anteil bremste das flotte Gameplay gelegentlich etwas zu sehr aus. Und der Einsatz einer Hub-Welt, welche die einzelnen Locations miteinander verknüpft, ließ die Spielewelt beengter wirken als bei einem Super Metroid oder Zero Mission. Am Ende waren das aber nur Kleinigkeiten. Metroid Fusion bleibt in jedem Fall ein Spiel, das in jede gut sortierte Gameboy-Advance-Sammlung gehört. Ja, also die sind nah aneinander rausgekommen und gleiche Grund-IP so, aber unterscheiden sich dann doch. Was können wir darüber erzählen? That's just Nintendo-Things, muss man so ein bisschen sagen. Die Spiele sind schon grundverschieden, wenn du Prime und Fusion daneben packst, weil Fusion ist der offizielle vierte Teil der Serie, also der Nachfolger zu Super Metroid. Viel, was das Optische und vor allem das Storytelling angeht, wurde noch mal aufgewertet. Samus hat auch mehrere neue Movement-Sachen dabei. Sie kann sich ranhangeln an dann Vorsprünge und hochziehen zum Beispiel. Das hattest du sonst nicht gehabt. Und auch diese ganzen SAX-Geschichten, die fast schon so Nemesis-Style wie bei Resident Evil, der Klon dann auftreten kann. Und dann auf einmal, holy shit, jetzt geht's hier ab gerade. Ist an sich ein sehr gutes Spiel. Zwei Sachen, ich hab dem, glaub ich, eine Acht gegeben. Also mir hat sehr viel Spaß gemacht. Es ist mir ein bisschen zu rätselig, ne? Das ist so eine Sache, die dann später bei Metroid so aufgetaucht ist. Du hast immer diese Rücksprache mit deinem Atom-Computer, der an allen Terminals mit dir dann ellenlange Dialoge abspult. Und das hat mich immer so ein bisschen rausgerissen. Das ist ein bisschen fragmentierter. Du hast eine Hub-Welt und dann gehst du von da aus in verschiedene kleinere Gebiete. Und die sind insgesamt für mein Gefühl, als wenn du jetzt so einen großen Riesendungeon hast, wo du drumherum gehen kannst. Das hat sich für mich ein bisschen kleinteiliger angeführt. Also, finde ich, ist dann das Metroid 1 Remake auf dem GBA der Stärkere insgesamt. Aber 8 ist ja auch kein Pappenstil. Aber das muss ja gar nicht schlecht sein. Also, kleinteiliger. Für Metroid will er schon. Okay, dafür schon, ja. Ja, das ist wirklich auch gar nicht so mein Genre. Deswegen frage ich da eher interessiert nach. Ich habe da einfach auch nicht so die Expertise, aber Colin ergreift schon, wollte unbedingt was dazu sagen. Ja, im GBA-Test damals habe ich 89 gegeben. Was habe ich jetzt gegeben? Immer noch eine 8 auch, wie Gregor? Oder ich weiß gar nicht. Check doch mal, was hat Colin gegeben? Mal kurz gucken. Falls du es auf dem Zettel stehen hast. Das ist nicht so dramatisch. Du hast eine 9 gegeben tatsächlich. Eine 9, ja. Weil ich, also das, was ich am enttäuschendsten fand, war die Spielzeit. Das war halt einfach sehr kurz. Und das war, glaube ich, auch letztendlich, wie Gregor schon gesagt hat, das war halt sehr fragmentiert. Das war alles schon super gebalanced und super designt. Und von der Steuerung und von der Atmosphäre alles so richtig, richtig geil. Und es kam auch, finde ich, relativ unerwartet, dass da plötzlich eben fast parallel zu Metroid Prime so ein exzellentes 2D-Ding kam. Aber das war halt irgendwie auch nur so knapp 5 Stunden lang. Und das ist halt einfach, Spielzeit ist dann irgendwann doch ein Argument. Und das fand ich bei Fusion immer am schlimmsten. Und ich habe gerade noch mal nachgeguckt. In den Vereinigten Staaten, Gregor, genau wie du gesagt hast, da kam das zeitgleich zu Metroid Prime. Bei uns ist es aber im Weihnachtsgeschäft noch erschienen. Also wohl eben verfrüht rausgekommen. Höchstwahrscheinlich, weil man der Pal-Umsetzung, wie eben gelesen, noch ein paar Veränderungen bei Metroid Prime angedeihen lassen wollte. Ja, ja, okay. Ja, ihr beiden habt ihr da irgendwie ... Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, ich habe das mit ... Also, ich glaube, den habe ich sogar gehabt. Und habe auch gespielt, obwohl ich am Metroid nicht so versiert bin. Eine blaue Verpackung. Aber ich glaube, das hat die Community bei mir gevotet. Weil ich bei so einem Titel mich echt schwer tue, das aus so einer naiven Meinung heraus zu bewerten. Da habe ich mich schwer getan. Das Metroid-Genre ist für mich ziemlich neu. Ich habe erst letztes Jahr damit angefangen. Ah ja, okay. Also, letztes Jahr dann auch ... Mit welchem Titel? Metroid ... Super Metroid habe ich mit angefangen. Ah, okay. Und dann habe ich dann das Dread gespielt. Und das ist natürlich auch auf meiner To-Do-List jetzt, das zu spielen. Hast du das Empire Strikes Back ausgelassen, den mittleren Teil der Story? So in etwa. Ja, ihr da draußen habt eine 7,7 verteilt. Und zeigt uns doch mal, wo sich das dann auf unserer schönen Tabelle einordnet. Es ist immer wieder spannend. Man weiß nämlich nie, wie lange du jetzt noch rücken wirst. Aber diesmal war es kurz Platz 13, so wie es aussieht. Ja. Findest du das gerechtfertigt, Gregor? Es ist schon ... Also, du wirst natürlich auch dann Hardcore-Fans sagen, die bei allem auf die Barrikaden gehen. Aber es deckt sich auch mit meinen persönlichen Abständen so. Okay. Wobei ich Metroid Prime ein bisschen zu unterbewertet finde. Ja, das haben wir mitbekommen. Ich nehm ja Komplassier. Aber wir haben noch vier Titel. Eben. Und jetzt ... Ich weiß gar nicht, ob wir das Genre hatten wir noch nicht. Und zwar geht's jetzt so ein bisschen in die Stealth-Richtung mit Tom Clancy's Splinter Cell. Ja, Mann. Endlich kommt's. Ja, Mann. Mit Splinter Cell Chaos Theory erschuf Ubisoft 2002 eine brandneue Marke, bei der sie den bleihaltigen Tom-Clancy-Kosmos mit Stealth-Gameplay kreuzten. Doch Protagonist Sam Fischer war kein einfacher Rambo auf leisen Sohlen. Bei Splinter Cell zahlten alle Gameplay-Elemente auf den Stealth-Gedanken ein. Man bis nach wenigen Treffern ins Gras, war nur spärlich bewaffnet und schlich sich von Schatten zu Schatten, um verschiedene Missionsziele zu erfüllen. Sams Sichtbarkeit wurde permanent über ein Heads-Up-Display eingeblendet. Die frei schwenkbare Third-Person-Kamera, damals noch keine Selbstverständlichkeit, erlaubte den wichtigen Blick ums Eck. Zudem verfügte Sam über Nacht- und Wärmesichtkameras, konnte Gegner im Schwitzkasten verhören und knipste haufenweise Kameras und Lichter mit schallgedämpften Waffen aus. Die Unreal Engine sorgte dabei für realistische Licht- und Schattenspiele in den halboffenen Leveln, wodurch sich das Stealth-Prinzip erst glaubwürdig anfühlte. Fazit, es gab zwar schon damals Thief, Hitman, Metal Gear und Co., aber bei Splinter Cell griffen die Stealth-Mechaniken besonders gut ineinander. Der Start einer siebenteiligen Reihe, wobei der letzte Ableger nur schon ganze neun Jahre alt ist. Ja, da ist irgendwas schiefgelaufen, hab ich das Gefühl, weil das stimmte nicht überein. Wir wollen eigentlich über Splinter Cell reden und nicht über Chaos Theory. Chaos Theory ist der dritte Teil. Genau. Der wurde sich nur vertan. Aber dann reden wir tatsächlich auch nicht über Chaos Theory. Ja, was habt ihr? Splinter Cell ist ein super Game, das hat, glaub ich, für viele Stealth überhaupt, ja, das groß gemacht. Gerade für PC-Leute, die sich kein Metal Gear leisten konnten. Das stimmt. Jetzt hast du grad einen Fass aufgemacht. Ja, wirklich. Ich war ja bei Giga. Ich will kurz diese Geschichte erzählen, weil ihr werdet sicher Ähnliches erzählen. Und ich möchte der Erste sein, der's erzählt. Nein, da war ja der PC-Bereich und der Konsolen-Bereich. Und es war immer so, die Konsolen hatten Metal Gear Solid und die PCler hatten halt Sam Fischer. Und es war jedes Mal immer diese Diskussion, welches Spiel was besser macht. Immer wenn der eine was gezeigt hat, hat der andere Bereich drüber gelästert. Und meinte, ja, aber das ist auch scheiße. Ja, du spielst die ganze Zeit nur im Grün und so, ne? Metal Gear Solid hat Story und so. Und das Spiel hatte natürlich banale Standard-Story. Aber ich persönlich finde, es ist der bessere Schleicher. Es sieht auch besser aus. Aber mein Herz ist dann doch bei Metal Gear Solid. Aber ich muss sagen, das Splinter Cell hab ich sehr gerne gespielt. Eben weil es ein ganz anderes Spiel war als Metal Gear. Also, das hat sich gar nicht so gekannibalisiert, wie man vielleicht gedacht hätte. Ja, es war immer eher ein Kampf, der von außen geführt wurde. Ich meine auch, also von wegen, ich hab den ersten Teil auch einigermaßen gespielt. Aber ich bin da einfach zu sehr in Metal Gear drin gewesen. Man kann echt nichts gegen das Gameplay sagen. Alleine, was du da für mehrere Optionen hast beim Schleichen. Die Nacht sich vor allem mit den sehr ikonischen drei Punkten dann ... Ja, das war sehr ikonisch. Also, die Geräusche, die ist dann ... Genau. Die Nacht sich war auch cool, aber man hat das meiste Spiel in grün gesehen. Also, das ist bescheuert. Das ist ja auch Xbox. Ja, stimmt, das ist ja angefangen. Und dann kam erst die PC-Fassung. Aber das Ausschießen der Lichter, die Gadgets, diesen Wurm, diesen Kamerawurm unter der Tür durchschießen. Oh ja, das war cool. Das waren einfach, das sind die Agenten-Dinger, die man eigentlich erwartet. Ja, exakt. Mit so Gadgets rumspielen, das war tatsächlich ein großes Highlight daran. Ja, und auch hier die englische Fassung. Michael Ironside, angesprochen. Also, hat Sam Fisher angesprochen. Ziemlich cool, also, wenn man es gerade auf Englisch spielt. Ich fand die deutsche Fassung damals auch ziemlich gut. Ich weiß nicht, wer nochmal der Sprecher war, aber ... Ähm, also ... Ja, gut, sieh's mal. Wie ihr auch schon gesagt habt, also, Story-mäßig, ja gut, typische Tom-Clancy-Story. Irgendwelche Terroristen, böse Leute und versuchen da irgendwas zu machen. Das war damals aber noch nicht so ausgelutscht, musst du sagen. Es gab's ja schon zu PS-One-Seiten. Ja, du hattest aber schon der Anschlag und so weiter. Ich glaub, Tom-Clancy war einfach das Problem, dass es diese ... Das ist Tom-Clancy-Verse, war immer irgendwie so dasselbe. Irgendwie so ein bisschen reich. Und da waren auch einige Levels auch sehr künstlich dunkler gemacht. Also, ich hab mir noch das CIA-Level, wo ich dachte so, Alter, die werden doch nicht wirklich so im halbdunkeln Arbeiten und so. Und generell waren noch so einige Sachen, wo sehr viele Logikfehler da waren. So, da wird eine Leiche gefunden und so, hm, okay, such ich mal einfach weiter. Ist egal. Oder jemand wurde ohnmächtig gefunden, okay, Mission sofort vorbei. Anstatt irgendwie da noch irgendwas zu lösen. Das hat mich zum Glück bei Chaos Theory dann geändert. Da hatte man ja die Wahl gehabt. Oder bringt man die Person um? Oder wirkt man die ganz kurz? Oder lässt man die Leiche da liegen, damit man irgendwie jemanden anlockt und so weiter? Das hatte Chaos Theory natürlich besser gemacht, weil es natürlich auch der dritte Teil war. Aber Splinter Cell 1 hatte schon so viele Sachen etabliert, wie zum Beispiel ... Ich weiß nicht, das sind auch so die Kleinigkeiten. Du konntest mit dem Mausrad dann halt zum Beispiel die Geschwindigkeit von Sam einstellen, dass er entweder schleicht oder halt schneller läuft. Stimmt! Und auch, wenn er herumrennt, hast du auch gesehen, dass dann halt so diese ganzen Sachen, die an seinem Körper hingen, so die ganzen Taschen, dass sie auch richtig mitgewackelt haben. Und das waren so Kleinigkeiten, die ich einfach sehr immersiv fand. Mhm. War übrigens die deutsche Stimme von Nicolas Cage in der deutschen Fassung. Ah! Colin, wir wollen dich nicht übergehen. Hast du denn noch eine Meinung? Nee, ich hab auch gar nichts ... Was fandst du denn besser? Melodie oder Splinter Cell? Ja, nee, Splinter Cell tatsächlich. Aber es liegt daran, dass ich ... Ich mag gerne Stealth-Gameplay. Ich mag das sehr, sehr gerne. Einige mögen das ja überhaupt nicht. Und da war natürlich Splinter Cell, muss man einfach sagen, spielerisch schon, ja, dann doch ... Hat einfach mehr zu bieten als Metal Gear Solid. In dem Bereich für mich. Aber noch mal kurz zu diesem Tom Clancy-Gedanken. Ich glaub, das war auch ... Das war ja gerade das Spannende auch damals, dass diese Marke Tom Clancy, die auf Konsolen ja immer schon einen schweren Stand hatte. Ich glaub, da gab's ein- oder zweimal ganz gute Konvertierungen von irgendwelchen PC-Spielen. Aber im Großen und Ganzen war immer so, wo Tom Clancy draufsteht, ist nicht unbedingt Spielspaß drin. Und zuvorderst waren das ja oftmals dann auch so Taktik-Shooter, die eben eher so im PC-Bereich eben ihre Stärken, wenn überhaupt, hatten. Und dann kam da dieses Stealth-Abenteuer. Und ich glaub, das hat so diese gesamte Tom Clancy-Markenwelt noch mal richtig gepusht. Weil das ja ein phänomenaler Erfolg war. Der Rest ist dann eben Geschichte tatsächlich. Aber dann war plötzlich auch das Label Tom Clancy wieder ein Label für Erfolg. Und da hat, glaub ich, Splinter Cell einen maßgeblichen Anteil dran gehabt. Mhm. Ja, ähm, ihr habt eine 8,4 gegeben. Und, ähm, die Frage bleibt offen, was ist mit Splinter Cell heute? Wo ist diese Marke hin? Aber zuerst wollen wir sehen, wo ordnet sich's denn hier auf unserer 2002er-Tabelle ein? Aber haben Sie vielleicht das Tom Clancy nicht mehr? Also die... Nee, die gehört Ihnen ja. Tom Clancy ist ja gestorben vor einiger Zeit und das wird jetzt verwaltet. Also mit allem drum und dran. Ich dachte, dass der Publisher vielleicht nicht mehr die Rechte hat für das Universum oder so. Zumindest, es gab ja vor einiger Zeit noch einen Auftritt in dem... War das ein, wie, war das ein Ghost Recon DLC? Oh, Platz 6. Ghost Recon DLC und er ist auch als Charakter bei Rainbow Six Siege dabei als Zero. Und es wird immer noch rumort, dass da vielleicht noch mal was kommen will. Das ist noch eins in Entwicklung. Aber auch wieder mit Michael Ironside dann aber hoffentlich, ne? Ah, das weiß ich nicht. Die haben ihn einmal ersetzt. Genau, die haben ihn einmal ersetzt bei Blacklist. Da haben sie ja einen anderen Synchronsprecher genommen, weil der Zeit gleich auch gemo-capt hat. Da dachte ich so, okay, du machst schon Mo-Cap für unseren Sam Fisher, dann sprichst du den noch dementsprechend ein. Das war dann noch der letzte Teil. Ich weiß grad gar nicht, 2012, 2013 erschienen. In der Zeit, wo dann überall Crossbows und Bögen dann halt in waren. Aber er hatte cool den Koop gehabt. Ja, super. Und man muss auch sagen, dieser Kampf zwischen Splinter Cell und Metal Gear Solid, der wurde ja auch im Trailer von Metal Gear Solid 4 angeteast. Also da gab's ja auch immer Anspielungen drauf, wo nachdem Metal Gear Solid 3 erschienen ist, okay, Metal Gear Solid 4, hier, wer wird jetzt der Protagonist sein? Wer ist die Hauptrolle? Und dann gab's ja diesen Trailer, wo sie sich um diesen Regiestuhl gekloppt haben. Und dann saßen die da so, und dann kommt da Solid Snake da so mit diesen Goggles an, hat so drauf angespielt, und so alle fangen an zu lachen und klatschen. Und dann kommt Rain, und wir kloppen sich da die ganze Zeit so, okay, was passiert jetzt damit? Werden sie das Genre jetzt noch mal neu machen, weil jetzt hier Splinter Cell da ist, weil jetzt ein komplett neues Stealth-Element. Und ja, also, selbst Konami ist drauf aufmerksam geworden. Ja, hoffen wir, dass da einfach mal wieder ein Titel mit aktueller Technik rauskommt. Auch gerne wieder mit einem revolutionären Multiplayer-Modus, den ich damals gefeiert habe, als der dann erfunden wurde. Tatsächlich. Das war so cool, ich hab's nie gekonnt. Aber ich wollte's immer können, hab's auch immer versucht, aber immer sofort gecashed worden. Aber alleine wie unterschiedlich die Klassen waren, also die Guten und die Bösen, die Jäger und die Jäger. Die Söldner-Agenten gegen die Söldner, wo dann einfach eingestellt wurde, dass die Agenten dann keine tödlichen Waffen haben und die Söldner dann tödliche Waffen haben und dann halt dementsprechend in den Nahkampf gehen mussten, sich im Schatten verstecken, langsam bewegen und die anderen halt diese Bewegungsmelder hatten, wenn sie überall hingeguckt haben. Und vergiss nicht, First Person und Third Person, also selbst unterschiedliche Perspektiven. Das war einfach so durchdacht. Das war sehr, sehr cool, ja. Fand ich echt schade, dass sich das nie so weiterentwickelt hat, wie ich's mir erhofft hatte. Aber erst mit einem zweiten Teil, mit Pandora Tomorrow. Genau. Das war ein Jahr darauf. Es hat sich daraus entwickelt, das finde ich halt schön. Ja. Ja. Ja, wie gesagt, wir hoffen auf ein Comeback und ja, wir sind sehr langsam auf der Zielgeraden. Dann doch, wir haben noch drei Titel to go, aber die schauen wir uns erst nach einer Werbung an. Bis gleich, Leute. Willkommen zurück, liebe Leute, zu dieser späten Stunde und zum Ende unserer Liste. Wir sind jetzt bei Platz 23. Und was kann das sein? Ich glaube, viele haben darauf gewartet, denn es musste noch kommen, denn es ist natürlich 2002 erschienen. Gothic 2. Das von Piranha Bytes entwickelte Gothic 2 aus dem Jahre 2002 bleibt für Rollenspiel-Fans aus Deutschland vermutlich für alle Ewigkeiten das RPG der Herzen. Und die Nostalgie ist berechtigt, denn viele Stärken des Vorgängers wurden übernommen, fein geschliffen und erweitert. Vor allem die Lebendigkeit und Detailverliebtheit der offenen Spielwelt setzten damals erneut Rollenspiel-Maßstäbe, sogar im Vergleich zum AAA-Konkurrenten Morrowind. Das Setting war weiterhin einzigartig. Man nehme eine Prise Schwarzwald im Mittelalter, eine Messerspitze Fantasy, eine amtliche Portion Ruhrpott-Slang und zum Abrunden füge man das berühmte, volle Pfund aufs Maul hinzu. Die Handlung knüpfte nahtlos an den ersten Teil an und drehte sich um allerhand Drachen, Artefakte und gewaltverliebte Orks. Viel wichtiger waren aber die sympathischen Figuren und deren persönliche Geschichten, die in der Welt verteilt waren. Neben den drei Fraktionen, denen man sich erneut anschließen konnte, punktete das Spiel wie sein Vorgänger mit einer extrem gemütlichen, aber auch bissigen Open World, in der Entdeckerdrang belohnt und Übermut bestraft wurde. Apropos Übermut. Der Nachfolger Gothic 3 scheiterte 2006 an seinen eigenen Ambitionen und in den Folgejahren rief Piranha Bytes weitere Serien ins Leben, die jedoch die perfekte Wohlfühlformel von Gothic 2 nie wieder so gut auf den Punkt brachten. Ja, das dürfte das Ende unseres Anspruchs der super objektiven Liste gewesen sein, denn natürlich, das ist natürlich völlig klar, dass mit hier bei RBTV, ja, Gothic hat hier einen ganz anderen Stellenwert als, glaube ich, irgendwo sonst auf der Welt und ich kann so viel sagen, die sitzen hier zwar gerade nicht, aber wer hätte es anders gedacht, die Micha Bros haben natürlich diese Wertung ordentlich nach oben getrieben mit jeweils einer Zehn. Mit Faker-Counts. Und ich sehe auch bei euch da im Chat, da sind auch einige Zehn geflossen, weil auch ihr seid natürlich Fans von diesem Spiel und jetzt könnte man sich hier ewig streiten, ist es wirklich das beste Rollenspiel und besser als Morrowind oder besser als whatever, aber das ist ja völlig egal, weil es ist ja nicht die objektive Weltliste, sondern es ist die Rocket Beans-Liste von der Rocket Beans-Redaktion und Community, von daher hat es dann, wenn es jetzt einen hohen Platz bekommen sollte, diesen vielleicht auch verdient. Aber ich sehe skeptische Gesichter, Leute. Was ist die Meinung hier dieser Runde dazu? Ich denke einfach mal, die Leute, die es gespielt haben, die lieben es auch richtig. Das hat sich ja auch in unserer Redaktionswerbung wieder gespiegelt und hat jemand von uns überhaupt eine Wertung abgegeben? Ich glaube, ich habe eine abgegeben. Voten lassen? Nee, da weiß ich es nicht genau, weil ich schon auch, ich habe sie auch schon ein bisschen gespielt. Willst du wissen? Aber ich glaube, ich habe mich bei solchen Dingern, bei diesen Meme-Titeln habe ich mich nicht getraut, da richtig eine Wertung abzugeben, weil ich eben nicht so sehr in eine Richtung reißen wollte. Ich weiß aber nicht. Weißt du, wie viel ich hatte? Ja, willst du es wissen? Also, wenn es eine 10 ist, kam es von der Community. Das ist eine 10. Ich habe doch gewusst, wie soll es machen? Simon! Ja, aber... Simon! Aber Leute, ich hab deinen eigenen Kopf! So out of touch. Ich habe es diesmal versucht, richtig zu machen, indem ich gesagt habe, wenn ich was nicht... Es waren vier Spiele oder so. Wenn ich was nicht wusste, bevor ich eine Null aufschreibe oder gar nichts... Gar nichts, gar nichts. Ja, ich habe schon verstanden, aber das ist doch irgendwie... Ich habe doch eine Meinung dazu. Aber es ist halt eher die Meme-Meinheit. Was meinst du, Colin? Nein, ich meine euch... Ich habe gerade mal geguckt bei Metacritic, wo ja so Reviews, auch zeitgenössische, natürlich gesammelt werden. Und ich habe mal geguckt, Gothic 2, das könnte dann wahrscheinlich das... Ich sage mal, das einzige Spiel in der Top 25 sein, was sich signifikant verbessert hat in unserem Ranking gegenüber den zeitgenössischen Reviews. Da ist es nämlich mit 7,9 hinterlegt als Summe aller Tests, die 2002 da oder eben so gesammelt wurden. Ja, und... Ey, was soll ich sagen? Ich finde das ja auch toll. Ich hatte auch Spaß damit und es gibt eben lustige Charaktere, tolle Szenen. Die Memes sind großartig. Aber es ist schon auch echt ein sperriges Spiel, so vom ganzen Movement, von eben... Klar kann man das witzig finden, wie die Charaktere da so drauf sind. Manchmal reißt es einen aber auch raus, je nachdem, glaube ich, mit welchem Anspruch du da rangehst. Und ich glaube, da hat hier auch in der Runde wahrscheinlich jeder eine andere Meinung zu. Und wir müssen, wir können diesen Mann aber da nicht rauslassen, denn ihr wollt natürlich auch hören, wer mit beeinflusst hat, warum hier das Ganze dann doch auch so hoch steht. Wollen wir mal ganz kurz hören, was der gute Krogi dazu zu sagen. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, es ist wahr. Gothic 2 ist ein hammergeiles Spiel, muss ich wirklich sagen. Die Atmosphäre ist super. Du hast einfach diesen dichten Wald, diesen Schwarzwald. Es sieht einfach geil aus. Du hast Bock, da durchzulaufen, diese schönen grünen Wälder. Dann die Charaktere, die ihren täglichen Tätigkeiten nachkommen, wo du einfach in dieser Welt komplett immersiv zu Hause bist und dich wohlfühlst. Und dann einfach vom Dulli dich hochlevelst zu einem geilen Drachentöter. Das sind einfach Gefühle und Erlebnisse, die wenig andere Rollenspiele so vermittelt haben wie Gothic 2. Absolute Empfehlung, es auch jetzt noch mal zu zocken, wenn man es noch nicht getan hat. Ja. Das war ein Speedrun, oder? Ja, war ein guter Speedrun. War ein guter Speedrun, der auch schön gezeigt hat, was in dem Spiel eigentlich alles drin ist. Weshalb die 10 völlig okay ist von mir. Aber ich glaube, niemanden hat auf jeden Fall überrascht, was wir da gerade gehört haben. Ich fand, das sah nicht sehr überzeugt aus. Also, Krogi sah wie ein Gefangener aus, der dann irgendwie... Da stand Micha Reinke wahrscheinlich. Krogi, du ihr Fick. Und zwar in der schrägen Haltung. Noch schräger. Und aber auch nur mit einer Hand. Sonst gibt's Schelle. Aber ja, ihr wollt bestimmt auch unbedingt wissen, was denn jetzt die Community gegeben hat, weil wir haben ja schon während der Mats die ganzen Szenen rasseln sehen. Möchte ich das wissen. Ich möchte, dass jedes jetzt einfach akzeptiert. So ist es jetzt. Ja, wie gesagt... So funktioniert Demokratie. Exakt. Und es ist die Rocket Beans-Wertung. Wir haben eine 9,1 gegeben und ihr eine 9,0. Also, das heißt, wir sind da doch nah beisammen. Alter. Aber, aber... Moment. Nicht ganz oben, oder? Genau. So ist es doch okay. So kann doch jeder ein bisschen Restwürde behalten. Ja, also... Genau. Immerhin steht noch was da drüber. Das ist mir schon wichtig. Aber trotzdem, ich kann nicht akzeptieren, dass damals Gossip 2 krasser als 1942 gewesen sein soll. Das kann ich auch nicht akzeptieren. Das war so ein Meilenstein gewählt. Aber das haben, ey, das haben wirklich immer auch Leute gespielt. Ja. Also, in meinem Freundschaft kenne ich so viele Leute, die es gespielt haben. Aber wir haben die Argumente ja eben gehört. Ein guter Wald und so. Mein Gott, das hatte Fahrzeuge, das hatte 64... Nee, ich weiß nicht. 32 Spieler. 32 Spieler. Ja, und vor allen Dingen, es ist so Rollenspiel aus deutschen Landen, die haben sich halt ernst genommen, aber dann hatten sie einen flapsigen Humor. Das ist doch eine geile Kombination. Ja, es ist ja auch ein tolles Spiel, nur da hab ich grad so einen Kontra-Moment. Ich seh's nur einfach nicht da. Denk mal drüber nach, liebe Community, ne? Warcraft 3. Ihr wisst, wie sehr ihr Warcraft 3 lebt. Das ist auf Platz 4. Und Gothic ist auf Platz 2. Ist ja auch Gothic 2. Ja, gut. Das ist auf Platz 1942. Es ist und bleibt diskutabel, aber wie gesagt, ich akzeptiere das auch. Weil das hat hier einfach eine lange Firmentradition, kann man schon fast sagen. Und? Ja. Ja, Punkt. Können wir nächstes Mal Gabriel Night 2 auch noch zum Boot mitpacken? Ja. Macht was. Das würde ich gerne sehen. Das kommt irgendwann. Das Jahr werden wir irgendwann von 90 bis 2000 machen. Bis wir alles durch haben. Und ja, du musst dann auch eine 10 kriegen. Das würde von mir wirklich eine 10 kriegen. Weil ich wirklich ernst und auch als Qualitätsmerkmal, das Spiel ist wirklich gut. Ey, dann holen wir uns einen Voice-Clip aber von dem Gabriel-Sprecher. Oh, das wäre schön, ja. Aber nur, wenn er sich durch die Haare streitet, wenn sie so wackelt. Oder er muss sich so lange wachsen lassen, damit er das macht. Genau, dann kann er jetzt anfangen. Das Spiel würde von mir mit einer 8 bekommen, aber euer Let's Play eine 10. Das hat das ja nochmal aufgewertet. Crazy! Werde einfach nie den Tauben-Trenchcoat-Moment vergessen. Es bleibt ein absoluter Lieblingsmoment. Wir können nur mit dem Material was machen, was wir bekommen. Wir haben sehr viel Material bekommen. Ihr habt sehr viel bekommen. Ist vielleicht bei Gothic genauso. Also, ich würde auch sagen, vielleicht ist das eine 8. Aber Let's Play ist eine 11 von 10. Das ist ein sehr guter Punkt, weil das hat auch fantastische Vorlagen. Ohne die hätten die Micha Bros nicht diesen Spaß dort an Ort und Stelle haben können. Aber Leute, Gothic 2, wir haben es jetzt gesehen. Auch eine riesige Marke mit vielen verschiedenen Spielen. Aber jetzt schauen wir uns an, was denn Wind Waker Besonderes gemacht hat. Wer heutzutage den Begriff Cell Shading hört, denkt wahrscheinlich zuallererst an die Borderlands-Reihe. Doch bereits anno 2002 kleidete sich ein nicht ganz unbekannter Held in den schlichten Look und stoßt damit nicht nur auf Gegenliebe. Niemand Geringeres als Link in The Legend of Zelda The Wind Waker. Warum wir das umstrittene Spiel trotzdem in die Jahresbestenliste gewartet haben? Nein, nicht nur, weil es ein Zelda-Spiel ist, sondern auch, weil Wind Waker gerade wegen der schlichten Optik gealtert ist wie ein guter Wein, während so manches Grafikwunder von 2002 heute essig ist. Und weil das Erkunden der ungewöhnlichen, in weiten Teilen von Wasser überzogenen Spielwelt unverändert Spaß macht. Das liegt natürlich auch an der gewohnten Zelda-Formel. Das Kampfsystem aus Ocarina of Time und Majora's Mask wurde damals nur wenig angerührt und auch die Umgebungsrätsel in den gut designten Dungeons machten Laune wie immer. Ach, und nicht zuletzt hatte Links Bootstour einen ziemlich tollen Soundtrack. Sogar der weltberühmte Gaming-Journalist Colin Gebel schrieb dazu vor 20 Jahren in der Maniac, die Neuinterpretation als bekannter Zelda-Ohrwürmer samt einer Handvoll neuer Songs ergeben ein unwiderstehliches Mitpfeif-Pottpourri. Und damit zurück ins Studio und zu Colin Gebel, 2022-Edition. Colin Gebel, du wurdest direkt persönlich von der MAZ adressiert. Äußern sie sich. Tell me. Ach, da wurde wieder, glaub ich, irgendwas zitiert grade aus dem Test von damals, ne? Höchstwahrscheinlich von dem oder der Redakteurin. Ja. Ja, Wind Waker, schwierig. Es geht für mich so ein bisschen in die Richtung Mario Sunshine. Ähm, damals ... Ich würd's heute niedriger werten. Ich glaub, wir haben es damals 94 gegeben in einem Anflug von absoluter Zelda-Blindliebe. Es ist toll, es ist charmant, aber wenn man's mal runterstrippt, sind, glaub ich, viele Dinge von denen, die's einzigartig machen, auch die, die's nicht besser machen. Das ist zum Beispiel die Oberwelt-Wasser-Erkundung, die am Ende des Tages dann doch nicht vergleichbar ist mit einer klassischen Oberwelt-Erkundung, weil einfach viel weniger los ist, man viel weniger erkunden kann. Wenn man Pech hat, glaub ich, konnte man auch diese Schatzteile, Schatzkartensuche, konnte man komplett vermeiden, bis man sie dann zum Schluss machen musste, wenn ich mich recht erinnere, um irgendwie zum Boss zu kommen. Ähm, das ist mir nicht passiert, aber bei anderen Leuten. Und was mich persönlich am meisten geärgert hat, war insgesamt der mir viel zu lasche Schwierigkeitsgrad. Gerade auch bei den Bossgegnern. Das war alles so ein ... Das war in vielerlei Hinsicht so ein Zelda-Light. Charmant, süß, sympathisch, aber einfach insgesamt viel zu leicht. Und das hat mich irgendwie dann doch geärgert. Und im Nachgang, ja, weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht, was ich gegeben habe auf der Liste, aber garantiert keine 9,4 mehr. Das ist interessant. Ich hätte fast gedacht, ich schätze wahrscheinlich, ich bin der mit der niedrigsten Wertung hier. Bin ich das, oder? Du hast eine 6 gegeben. Ich hab eine 6 gegeben. Nur eine 6? Oh, das hätten sie nicht erwartet. Eine solide 6. Also, Colin hat es eigentlich ... Also, meine Meinung spiegelt das tatsächlich damals und auch heute wieder. Das Spiel war auch der Grund, warum ich nicht mehr über Spiele in Internetforen diskutiere, wo ich lange Zeit ... Ich hab wirklich ellenlange Sachen geschrieben im Maniac-Forum damals. Und das war so ein Stress dann ungefähr auf Abhandlungen zur Antwort von anderen Leuten, die in Kleinigkeiten sich da aufstacheln. Ich liebe den Stil. Ich finde den Grafikstil fantastisch. Die haben sich echt was Tolles ausgedacht. Wir hatten vorhin kurz in der Matze noch mal diskutiert. Es gibt ja das Remaster für die Wii U. Und da bin ich auch der Meinung, dass ich finde, das Original schaut besser aus, weil diese realistische Lichtengine passt nicht so zu diesem flachen Comic-Teil. Das haben sie toll hinbekommen. Ich finde auch storytechnisch ist es vielleicht einer der einnehmendsten Teile. Also, alleine wie sie Gennendorf da dargestellt haben, wie das da so weiterkommt, alles toll. Aber das Gameplay selber. Die Dungeons reduziert, die Dungeons nicht besonders anspruchsvoll. Das ist das, was für mich in Zelda ausmacht. Die Welt macht keinen riesigen Spaß zum Erkunden, sondern der Großteil ist wirklich nur Wasser, wo du rumläufst und 49 Quadrate anfängst, Fische zu füttern, um deine Karte freizuschalten. Du merkst, dass da an sehr vielen Ecken und Kanten dann gestrichen wurde. Oder diese ganze forcierte Triforce-Suche am Ende, damit die noch irgendwelche paar Spielstunden extra rausbekommen, wo du über die ganze Welt fahren musst. Oder hab ich was gefunden und noch ein Stückchen, bevor du dann da weitermachen kannst. Und das hat sich für mich leider auch sehr Myra Sunshine-Echt dann angefühlt. Ein Titel, auf den ich mich gefreut habe, der seine Vorteile hat. Aber für mich persönlich das schwächste Zelda ist. Oh, interessant. Das ist ein Statement. Vor allem, wenn man bedenkt, ich weiß noch, ich glaub, als sie zum ersten Mal die Gamecube gezeigt haben, gab's ja so eine Tech-Demo zu Zelda. Und da gab's ja Link, der gegen Ganondorf gekämpft hat in so einem ganz krassen Engine. Das sah richtig realistisch aus. Und alle dachten so, oh yeah, das neue Zelda auf der Gamecube wird ... Und dann kam plötzlich Katzenaugen-Link. Und viele dachten sich so, nee, das ist nicht mein Link. Also, ich hab mir jetzt auch das neue Video von Did You Know Gaming angeschaut. Und da hatten sie diese ganze Diskussion auch noch mal gehabt, wo dann Miyamoto gesagt hat so, ey, sorry, Bro, das ist nicht mein Link. Du kannst den nicht einführen. Und die haben so lange darüber diskutiert, ob das jetzt der Link sein soll oder nicht. Da wurde auch gesagt, die meisten Leute, die sich darüber beschwert haben, dass Link jetzt diese kleine Cartoon-Junge ist, waren überwiegend weibliche Fans. Die meinten so, das ist nicht der Link, in den ich mich damals verliebt habe. Link ist keine Figur, in die du dich verlieben solltest. Der ist von Link. Ja, der ist Link. Der Typ. Also, ich ... Du warst noch nicht fertig. Nee, nee, kannst du ... Nee, ich wollte nur kurz noch mal sagen, dass ich wahrscheinlich der bin, der mit ne höchste Wertung. Ich glaub, neun oder zehn. Neun, ja. Neun hab ich nur deswegen, weil mir auch diese Schatzsuche überhaupt nicht gefallen hat, weil ich das auch nicht mochte. Aber für mich mindestens ein Punkt in dieser Neunerwertung ist allein für das Setting und die Grafik, weil ich die wundervoll finde. Zeitlos, absolut geil, kannst du heute noch machen. Du hast grade erzählt, im Remake oder in der Verbesserung für die Wii ist das Licht besser und dadurch das Spiel ... Es nimmt ein bisschen was aus diesem bewusst flachen, geschädigten Comic-Stil. Weil es sieht aus wie Plastikfigürchen. Ich find's perfekt. Ich muss aber echt auch sagen, ich versteh auch die Kritikpunkte. Aber ich bin dem Wasser immer sehr nah gewesen und ich fand diese Insellook, ich mag das. Ich spiel gerne Spiele, wo ich mich wie im Urlaub fühle. So, mit kleinen Aufgaben, die ich nebenbei mache und Abenteuern. Aber ich bin nicht so der Fan von diesen Zelda-Dungeons und von diesem ganzen ewig langen Kram, der dann irgendwie ... Also, ich fand das, gerade aus den Gründen, die ihr genannt habt, eigentlich gut. Ja. Ich find's sogar eines der besten, äh, Zelda. Also, es fällt mir echt schwer. Ich versteh natürlich, was ihr sagt, aber für mich hat das nicht diese Auswirkung gehabt. Okay, interessant, wie weit da die Meinungen teilweise auseinandergehen. Ja, es war ein kontroverses Spiel. Die meisten haben's eigentlich gehasst. Aber auch die meisten wegen der Grafik. Ja, aber ich find's, die Grafik sieht hammer aus. Ja, genau, ich find Link sieht super aus. Und diese Optik wurde ja auch in den DS-Titeln weitergetragen. Spirit Tracks und hier Phantom Hourglass. Also, da wurde der gleiche Link immer noch übernommen. Und ich finde, ziemlich stimmig eigentlich. Smash Brothers auch. Stimmt, Toon Link hab's ja auch noch bei Smash Brothers. Okay, okay. Aber ja, wem dieses Ganze übers Meer Geschipp hat irgendwie zu lange dauert, für den ist wahrscheinlich dann der Speedrun was, weil da gibt's wirklich, äh, wenn man, guckt euch das einfach mal an, da wird das Momentum so krass aufgebaut, dass einfach nur in drei Sekunden irgendwie von Insel zu Insel diese sauweit entferntes Grasen. Das ist ziemlich cool, der Speedrun. Genau, der Speedrun macht echt Bock zu gucken. Und dann skippt man halt diesen ganzen Kram wie, ähm, das seh ich nämlich ähnlich so, die Oberwelt war oft zu leer. Also, du bist halt auch einfach lange ... Die haben auch erklärt, warum es so war. Ja. In diesem Did-You-Know-Gaming-Video haben sie erklärt, warum diese Oberwelt zum Teil so leer war und warum das Boot so langsam unter den Weg war. Weil die mussten halt die Zeit nehmen, damit dann halt die ganzen Texturen und so weitergeladen werden, beziehungsweise die ganzen Maps. Deswegen war's dann bei dem Remake für die Wii U so, dass man ja noch irgendwie so ein extra Tuch hatte, womit man schneller reisen konnte. Hä, aber das kann doch auch jedes andere Spiel, welches so eine Größe hat, ähm, und auf, also, wenn der Open World spielt, mit LODs lösen. Das hätten die ja auch nicht. Weißt du, aber es ist natürlich Gamecube im Jahr 2003, man weiß, was du da mit rausbekommst. Ja, aber da gab's ja auch schon LODs, so mein ich das. Ich versteh auch von den Leuten, die Bock haben, da einfach durch schön im Meer herumzufahren. Das hat auch eine tolle Stimmung gehabt. Ich fand eben gerade, wo der Erkundungsaspekt hinzukommt, du hast eben keine richtige Oberwelt mehr gehabt, wo du mal, okay, ich geh mal da hin, ich entdeck mal eine Höhle, ich mach das oder das, sondern nur so kleine Inselchen, wo was passiert ist, oder vielleicht dann diese zwei, drei großen Dungeons, die du hattest, oder die Locations, wo die Story abgelaufen ist. Ich habe tatsächlich den Vergleich mit Sky of Arcadia anstellen müssen, ein Spiel, was ich auch überhaupt nicht mag, aber das hatte immerhin eine ziemlich geile Oberwelt, die man erkunden konnte, wenn da die Random Encounter nicht gewesen wären. Das ist lustig, weil in diesem Video haben die's auch besprochen, weil Sky of Arcadia kam ja vor Wind Waker raus, und da war's ja so, dass du, wenn du dieses Pac-Man-Phänomen hast, wenn du links die Map verlässt, kommst du ja rechts wieder raus. Die Weltkugel. Genau, und das wollten sie halt nicht bei Zelda machen, weil dadurch dann das Ende von Wind Waker dann überhaupt keinen Sinn mehr ergibt, wenn du jetzt links die Karte verlässt und rechts wieder rauskommst. Ja. Okay, Leute, aber eins steht auf jeden Fall fest. Fakt ist, wir, ihr da draußen und wir hier als Redaktion sind uns mal wieder komplett einig. Ihr habt eine 8,1 gegeben, wir auch, und damit steht fest, Zelda, ähm, Wind Waker. Ja, guck mal, ich bin schon völlig durch, ähm, unter Mafia. Oh, oder über Mafia. Unter Mafia. Und jetzt überlegt euch mal, ob das fair ist. Jetzt überlegt euch mal, ob das Mafia wirklich besser ist mit seiner toten Stadt und den furchtbaren Autos. Ob das wirklich besser ist als Wind Waker. Wahrscheinlich hat Mafia das bessere Dungeon-Design. Tolles Story halt. Und Knuffel-Karakter. Egal, haben wir schon drüber geredet. Liebe Leute, lasst uns zum letzten Titel dieses Abends kommen. Und zwar ist das Panzer Dragoon Orta. Yay. Komm mal rein. 2002 hatte man es als Sega-Fan richtig schwer. Denn das frühzeitige Aus des Dreamcast hätte gleichzeitig auch das Ende der Kultfirma bedeuten können. Zum Glück konnte sich Sega als Third-Party-Hersteller neu positionieren und produzierte nun Spiele für die ehemalige Konkurrenz. Playstation 2, Gamecube und Xbox. Einer der besten Sega-Titel für Microsofts Konsolen-Klotz war dabei Panzer Dragoon Orta. Nach dem Rollenspiel-Experiment mit Panzer Dragoon Saga besand sich Orta wieder auf die Wurzeln der Serie. Das heißt, knallige Rail-Shooter-Action mit pfeilschneller Grafik. Wie gewohnt heizt man auf dem Rücken eines Flugdrachen durch prunkvolle Fantasy-Level und wird von allen Seiten angegriffen. Zum Glück kann man sich in alle Richtungen drehen und fängt die Gegner bestenfalls ab, bevor sie euch mit Energiekugeln vollpumpen. Das Rail-Shooter-Prinzip war schon 2002 nicht mehr taufrisch. Doch die Ermüdungserscheinungen des Genres konnten mit viel Effektgewitter und ordentlich Spieltempo ziemlich gut überspielt werden. Übrigens, wer die bombastische Ballerei damals verpasst haben sollte, kann sie dank Abwärtskompatibilität auf modernen Xboxen in 4K nacherleben. Also Leute, wenn ihr es nicht gespielt habt, keine 2 oder 1 wählen oder so. Ich glaube, die hat jetzt auch keine Wertung hinterlassen bei dem Spiel. Ja, wir gucken jetzt mal, was dabei rauskommt. Also da haben wir auch eben schon den Leuten unterstellt, dass das irgendwie nicht ganz gut wäre. Ich glaube, die wollen Contra nochmal eine Chance geben. Ich glaube, die sind alle auf Collins Seite. Colin hat sich angestachelt. Genau, über diese Forum-Connection hinten rum. Nee, aber wir haben eine 7,3 gegeben. Was könnt ihr dazu sagen? Ich gucke mir dieses Spiel an. Es war mir vorher natürlich ein Begriff. Ich habe schon mal was davon gesehen, aber ich fand es schon immer irgendwie weird. Klar, ich mag Flugspiele, das wisst ihr auch. Aber mit so bunten Drachen rumzufliegen. Ist mega geil. Ist das geil? Ist das Star Fox mit Drachen? Nein, nicht unbedingt. Also ich meine, die ersten Panzer Dragoons, die beiden Rail-Shooter waren ja herausragende Sega Saturn-Titel. Gerade der zweite, Panzer Dragoon 2, stand auch ein Titel dann da drin. Von der Optik, von dem Levelaufbau, alleine die Idee, dass du dann, es ist ein Rail-Shooter, aber du kannst dich in alle Richtungen drehen und dann nochmal ein taktisches Element haben, war natürlich auch zu einem Teil ein Grafikblender, muss man sagen, weil du hast außer viel Baller für das Ausweichern, wie bei einem Rail-Shooter nicht besonders viel gemacht. Ähm, ich war sehr froh, dass dieser Titel tatsächlich nochmal auf der Xbox rausgekommen ist. Wie gesagt, Ende des Dreamcasts, war ja nicht klar, ob Sega da noch weitermacht. Äh, zuvor gab's mit Panzer der Grundsage den Rollenspiel-Teil, der tatsächlich sehr gut dieses Konzept auf ein Rollenspiel umgesetzt hat. Und, ähm, die haben hier für Orta, äh, was die Grafik und das Level-Design nochmal und so weiter angeht, das war etwas, was nochmal gezeigt hat, okay, lass uns so ein letztes Hurra in der Art von dem Spiel haben. Ähm, seitdem haben wir außerdem Remakes, glaub ich, auch nicht viel gesehen. Äh, und es sieht echt schnieker aus, wenn man es in 4K jetzt spielt. Aber, nee, sorry, da muss ich jetzt mal komplett eine Gegenrede halten, weil mein Flugspiel, willst du doch, Freiheit. Nein, das ist ein Rail-Shooter, Mann. Ja, das hab ich verstanden. Das ist ein Shooter. Aber das ist doch einfach so dumm. Du gehst doch in den Wolken und in der Luft und da will ich mich doch frei bewegen. Du sagst doch nicht beim Autofahren, ich will jetzt kochen. Es geht ja... Hä? Das ist ein Rail-Shooter, Mann. Es geht ja darum, dass du auf dem Drachen sitzt und dann die alle wegfragen. Du kannst ausweichen. Ja. Du kannst dich ja bewegen. Aber es ist noch nie ein Shooter im Up gespielt. Doch, aber nicht in der fucking Luft, da will man doch fliegen. Doch, natürlich. Es ist also eine Shooter im Up. Du hast da Fuchs gespielt. Nee, aber... Ja, aber... Nee, das schieße ich mir nicht. Das ist halt meine Meinung. Nein, es ist halt wirklich was anderes, wenn du Rail-Shooter spielst, wo du der Regisseur bist als Entwickler, meine ich, und vorgeben kannst, wo die Dramaturgie stattfindet, als wenn du halt so einen offenen Level machen musst, wo dann der Spieler selbst durch visuelle Clues den Weg finden muss. Für das Spiel ist es tatsächlich besser so. Aber ich verstehe, was du meinst, weil ich hab mich damals auch geärgert, aber wenn man spielt, versteht man's. Okay, ja. Da ist so viel los, du musst die einfach alle ganz schnell anvisieren und abballern. Und du hast gar keine Zeit, um da irgendwie abzuhauen. Okay. Ja, man muss auch fairerweise sagen, ich hab's nicht gespielt, aber es erschließt sich mir halt einfach nicht. Ich will, ich will es, also ich liebe es, Spiele anzutesten, aber das will ich keine Sekunde spielen. Ist ja auch okay. Weil du, weil, das ist der Punkt, weil es erschließt sich dir nicht, weil es wirklich vom Zugucken her, äh, und den, weil es dieses Genre in der Form nicht mehr gibt und dann noch im Himmel und auf dem Drachen, alles, was du sagst, ist nachvollziehbar. Ähm, es ist nicht selbsterklärend. Und du musst es spielen, um überhaupt zu wissen, worum geht es denn da überhaupt? Und warum, ach, so mit diesem, das hat ja so Lock-on-Funktionen und so ein paar spielerische Finessen, ähm, da ist es einfach nur chaotisch und wenn du dann auch hörst, ach, du kannst nicht mal frei fliegen, äh, da bin ich mein doppeltes Geld zurück. Aber das, damit tust du ihm eben Unrecht. Und deswegen kann ich mir auch, kann ich mir auch vorstellen, dass eben viele Leute, ähm, weil das ja damals auch so auf der Xbox, ähm, noch Microsofts Offensive war, den japanischen Markt, äh, ins, ins Visier zu nehmen. Da gab's ja extrem viel, auch von Sega, von so, so eher abseitigen, nischen Japano-Titeln. Ja, weil sie ja über Jahre versucht haben, als amerikanischer Konsolenhersteller in Japan richtig groß aufzutrumpfen, bis sie es dann irgendwann ja, ähm, aufgegeben haben und gesagt haben, wir konzentrieren uns mit unseren Konsolen wirklich nur noch auf dem westlichen Markt. Und da mag dann Panzer Dragoon Orta eben so ein bisschen aus der Zeit gefallen sein heute und vom, vom Zuschauen her, ähm, ein, 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 ein Konzept eben auch bieten, was, was sich so nicht erschließt, weil's das heute nicht mehr so gibt. Aber wenn man spielt, dann ergibt das alles einen Sinn, weil es nicht das sein will, was du, glaub ich, erwartest, wenn du nur die Parameter hörst und die Drachen fliegen. Du hast das ganz gut eingeordnet, weil, natürlich, ich bin ja auch was jünger und das ist tatsächlich ja kein Genre mehr, was es jetzt besonders häufig noch gibt und tot. Deswegen, genau, wahrscheinlich, weil ich nie damit irgendwie viel Berührungspunkte hatte, erschließt sich mir das auch nicht, ähm, weil ich bin ja auch jemand, ich mag gerade diese großen Spiele, wo du so super viel Freiheit hast in alle Richtungen und deswegen, glaub ich, bin ich so krass gegen dieses Konzept, weil ich halt eher eine Schiene verlassen will, als auf einer zu sein, außer vielleicht im Train Simulator 2020 oder so, aber das ist eine krasse Ausnahme. Aber es ist doch viel geiler, wenn das alles Open World ist und du einfach die Schiene unter dir baust. Ja, nein. Nein, ich weiß nicht, ich hatte gerade mal einen kurzen emotionalen Ausleiter. Nein, ist doch, wir verstehen zu 100 Prozent, du bist einfach jünger, das Genre gibt's heute zu Recht nicht mehr. Heutzutage wär's ein Mobile Game. So, das wär so ein Free-to-Play-Game, wo du, okay, du bist tot und dann wartest du jetzt eine Stunde, bevor du dann halt wieder spielen kannst oder du kaufst dir jetzt so und so viele Jams. Aber damals war das halt ein vollwertiges Spiel, also das kannst du zu vielen Rare-Titeln auch sagen. Du würdest jetzt auch nicht sagen, also für ein Blastcore würde ich jetzt nicht 100 Mark ausgeben. Gerade vor ein paar Tagen ist das neue Yuzo-Zuki-Spiel rausgekommen, wo du quasi, ja, auch so ein Rail-Shooter-Space-Havier-Style auf einer großen Ente spielst, wie Nils Holgersson. Ich hab's den Trailer gesehen. Exklusiv für Apple Arcade. Das möchte ich mir noch angucken. Aber ja, Walle, das ist natürlich nix persönlich gegen dich, aber da musst du natürlich auch emotional nochmal dagegenhalten, weil das ein klassisches Genre ist und das ist eben nur transplantiert auf eine 3D-Umgebung und bei Shoot'em Ups werde ich leidenschaftlicher dabei. Du bist natürlich eher der freie Flugmensch. Ja, genau, das ist ja auch völlig okay. Ich glaube, wir wollen einfach andere Dinge dann in dem Fall auch von einem Videospiel. Und ja, vielleicht muss ich den Versuch auch einfach mal wagen. Ich meine, am Ende ist es auch unfair, weil ich rede hier über was, wovon ich tatsächlich einfach auch keine Ahnung habe, sondern das auch ziemlich vorverurteile. Von daher, am Ende hast du da, glaube ich, ja, einfach mehr jetzt den Punkt, weil du kannst halt über was reden, was du auch magst, lange gespielt hast. Weil ich alt bin. Nö, also ich meine, die Geschmäcker sind ja auch einfach unterschiedlich. Ihr Schweine habt, wir müssen gleich nochmal über andere Honorable Mention sowas reden, ihr Schweine habt Headhunter vergessen, ich kann's nicht fassen. Ich bin empört. Oh, Moment, Moment, Moment. Bevor wir uns jetzt hier alle zerstreiten, diesen Punkt machen wir natürlich gleich noch auf, aber erstmal wollen wir natürlich kurz sehen, was haben die Leute gesagt und ich glaube, denen erschließt sich das Rail-Shooter-Genre vielleicht auch nicht mehr so, weil 5,2, aber wahrscheinlich hattest du auch recht, dass sie da reingetrollt haben, ihr habt viele Einsen gesehen und eine Eins war es dann natürlich trotzdem auf keinen Fall, man weiß es nicht, aber wo, wo kommt's hin, wo, wo wird, wo, 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 wir wollen's wissen. Aber, zumindest konnten wir ein Lächeln auf Colin Gabels Lippen zaubern. Ehre. Das ist doch auch was Schönes, jetzt noch mal zum Abschluss. Jetzt noch die ABC-Regel, bitte, dann können wir noch Virtua Fighter drücken. Also, ich sag's ja, oh gut. Beide Titels sind auf Platz 23, würd ich sagen. Ja. Naja, äh, ja, wir haben ja einige Doppelungen, ne, gerade 3,8,3. Nein, aber ansonsten, wir können hier kurz nochmal resümieren und wir haben danach, können wir jetzt nochmal reflektieren. Die Endnote dann von allen Spielen, ob wie dieses Jahr abgeschlagen ist oder wie es abgeschnitten hat. Ich würd sagen, ich glaub, das ist das beste Jahr jetzt. Könnte ich mir auch vorstellen, ähm, ein krasses Jahr. Ja. Wir werden jetzt gleich noch in ein gemütliches Fazit gehen und noch einmal so Revue publizieren lassen, aber vorher wollen wir natürlich wissen, was ist jetzt die zusammengerechnete Note? Und, ähm, das hab ich grad ein bisschen überlabert, deswegen kann der gute Berti mir das bitte noch einmal sagen, damit ich auch bloß nicht die jetzt, das werden wir zeigen. Oh, wir haben eine Grafik dafür. Lass uns die Note angucken, das ist eine 7,9. Ist das gut? Ja, genau, das, das müssen wir jetzt, oh, das ist. Aber da siehst du, ne, die schlechten Spiele, also die schlechteren, die man dann so reinbringt, die ziehen den Gesamtjahresschnitt natürlich dann nach unten. Das heißt, wenn man da jetzt Headhunter zum Beispiel hat. Aber ich sag's euch. Okay, Headhunter. Oder Renegade. Ich sag's euch. Ich liebe's trotzdem. Im Vergleich, das Jahr 2000 war auch eine 7,9. Was? Und das Jahr 2001 war eine 7,6. Das heißt, aktuell haben wir mit dem Jahr 2000 und 2002 einfach zwei Jahre, die offensichtlich gleich gut waren, laut der Meinung der Redaktion und von euch da draußen selbstverständlich. Und aber jetzt, wir können das noch alles diskutieren, aber wir hatten jetzt gerade einen stressigen Diskurs, wir hatten einen langen Abend, wir brauchen jetzt einfach mal einen Absacker, wir machen uns jetzt ein schönes Bierchen auf und ziehen einfach nochmal ein Fazit. Ach Leute, Leute, wir haben's geschafft, ey, das ist, es ist auch einfach ein krasses Ding. Es ist, glaube ich, die längste Sendung, die wir zurzeit haben. Prost, Colin. Und, äh. Hat das nächste Spiel ja schon angefangen jetzt. Auch euch bleiben. Ja, genau, genau. 2003. Genau, let's go. Wir machen einfach durch. Nee, es ist auch immer schön, aber ich glaube, jeder merkt das, es ist auch einfach energiezehrend, weil es ist ja nicht so, so wie bei irgendwelchen Events, wo du dann mal kurz dran bist und ein Spiel spielst und dann sitzt du nochmal irgendwie drei Stunden auf der Bank. Hier musst du ja auch irgendwie, äh, durchgehend labern. Aber es macht auch immer super viel Spaß und, ähm, ja, was ist so euer Eindruck? Ähm, wir haben natürlich schon einige Sachen, wir müssen jetzt nicht nochmal über das Gleiche reden, dass wir irgendwie sagen, da gibt's natürlich, äh, Kandidaten, wo wir finden, das ist sehr unfair verteilt. Aber findet ihr, das sind, äh, trotzdem einigermaßen fair und gerechte Wertungen für dieses Jahr? Kannst du natürlich, also jeder hat natürlich seine eigenen persönlichen Sachen, es wird natürlich nicht zu 100 Prozent dann den eigenen Wertungsspiegel dann widerspiegeln, wie wir haben. Im Großen und Ganzen finde ich aber, dass es eine gute Verteilung hier ist, äh, bis auf dezente Ausnahmen hier und da, äh, und, äh, auch solche Sachen, wo ich persönlich dann nicht so eine Lobby hab wie Mario Sunshine oder Wind Wager, haben's jetzt nicht dann so, oh, komplett konträr gehabt, dass die abgehoben sind, sondern eher weiter unten sind. Persönlich muss ich sagen, bei diesen ganzen, wir müssen sie ja eh mal runterdampfen auf die 25 Titel, du hast gerade das mit Headhunter erwähnt. Naja, einfach weil für mich das ein ganz, ich hab das wirklich gemacht, obwohl's Fehler hatte. Äh, es gibt, es gibt auch so ein Titel, wie wir mal gesehen, weil wir Honorable Mentions gleich haben, wo, den ich auch ganz oben im Jahr 2002 gesehen hätte, äh, relativ weit oben, aber der dann eher in der nischigen Natur ist, wo ich dann auch sage, das muss ich jetzt nicht unbedingt durchpushen, dass sowas auch in der Liste landet. Also kann jeder für sich noch bestimmten Titel ergänzen, äh, aber kann man sich darüber beschweren, dass er beißt, die ganz oben ist? Ich glaube nicht. Nö, bei Gothic, ne, ist klar, kann man sich drüber beschweren, aber wenn man das mal rausnimmt, kann's bei den ersten zehn Titeln schon mal gar nichts sagen eigentlich, sogar. Eigentlich wird's nur gegen Ende ein bisschen fizzelt so aus, wo du sagst, okay, Contra nach oben und dann vielleicht Virtua Fighter, Kingdom Hearts und Panzer Dugun raus, so. Jetzt mal ganz frech und dann andere noch rein, aber ihr habt das ja schon vorsortiert, das wird schon okay sein. Ja. Ja. Ja, also für mich ist, glaube ich, das Traurigste, dass Jedi Knight nur auf der Sieben ist, aber es ist ja immer noch eine... Ja, also... Eine 8,4 ist schon ziemlich stark. Nein, das ist gut, genau, aber ihr habt ja auch eure speziellen Titel quasi, wo ihr sagt, ah, das ist... Für mich wäre das natürlich die Eins gewesen, oder ich sehe sie halt einfach höher. Und ich sehe den Titel tatsächlich noch ein bisschen höher, aber ich verstehe auch voll, also ich finde es immer noch einen gerechten Platz. Und ich bin einfach sehr, sehr glücklich, dass, wir haben es zwar antizipiert, aber dass GTA Vice City tatsächlich die Eins gehalten hat, weil ich muss sagen, klar kann man sich drüber streiten, ähm, ob es jetzt eine 8 oder eine 10 ist oder whatever. Wir haben ziemlich, wir haben jetzt hier den Wert dazwischen mit einer 9,2, aber, ey, das war einfach... So viele kennen diesen Titel, so viele erinnern sich gern daran zurück. Du kannst auch Leute, die sich nicht so intensiv mit Videospielen beschäftigen, fast jeden dazu fragen und jeder hat dazu irgendeine Meinung. Also, es war einfach schon ein sehr, sehr wichtiger Titel und mich macht es glücklich, weil ich liebe diesen Titel. Von daher, ich bin sehr zufrieden mit unserer Wertung heute, aber jetzt komme ich zu dem Punkt, den ich auch schon mehrmals währenddessen im Chat gelesen habe, sowas wie, ähm, da war ich auch so ein bisschen traurig, da hat jemand tatsächlich die Release-Daten alle nachgeguckt, das für sich sortiert und wusste immer schon, jetzt kommt das und schrieb dann, jetzt kommt Tony Hawk 3. Und ich wusste natürlich, jetzt kommt nicht Tony Hawk 3, weil wir haben natürlich auch lange darüber geredet, wie gehen wir mit so Sachen um. Letztes Jahr Tony Hawk 2, eben das Megaspiel und haben dann viel darüber geredet, ja, wie viel hat der Dritte dann neu gemacht? Wir haben halt nur diese 25 Plätze und so und wollen auch einfach mal neue Franchises, die dann zum Beispiel zum ersten Mal gab oder sowas, die müssen da dann rein. Und deswegen haben wir uns aber dafür entschieden, denen auch trotzdem noch eine Fläche zu geben und deswegen gucken wir uns hier jetzt mal ganz kurz ein sehr schönes Zusammenfassungsvideo über die Honorable Mentions an. Ja. Das war's. Ja. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ach, ganz am Ende noch, endlich, das Game of the Year. Ja, das war doch schön, diese bedeutungsschwangere Musik. Ja, diese Spiele haben wir von... Ich hab auch gelesen, dass irgendjemand hat geschrieben, dass es sich mehr wie ein Memorium angehört hat. Ja, ja, genau. Wir haben die zu Grabe getragen. Ja, aber es war doch schön, da kam auch dann irgendwie jeder auf seine Kosten noch dann... Ich glaube, ich hoffe... Ja, wobei, wir machen jetzt natürlich auch ein schwieriges Fass auf. Was ist, wenn wir jetzt einen Titel vergessen haben? Ich guck mal kurz. Schreibt uns bitte, das natürlich in die YouTube-Kommentare, falls ihr da noch was vermisst habt. Ich will's ja nur sagen, Headhunter kam 2001 für die Dreamcast raus, und 2002 für die PlayStation 2. Ich wette, ihr hattet's in der letzten Show auch schon nicht. Laten wir ja noch keinen On-River. Menschens vielleicht wär's da drin gewesen. Es heißt gut, es wär auch wirklich, es wär ganz, du hast es vorhin gesagt, es wär wahrscheinlich ganz unten gelandet. Ich muss aber echt allen, alle, die es nicht kennen, noch mal das erste empfehlen. Guck mal an, das ist meiner Meinung nach so ein unterschätz... eine kleine Ode. Es gab zwei Sätzen, was ist das für ein Spiel? Musst du kurz den Leuten kitschen? Ja gut, Headhunter, so ein bisschen selbsterkennt, aber es ist natürlich, also du hast tatsächlich, musst du Leute jagen, ne? Ja, so Agenten. Es waren halt zwei Spiele in einem. Das eine war so Motorradfahren. Zum Einsatzort. Und dann am Einsatzort war es so Third-Person-Gadget-Ria auch. Aber ich hab wenig Erinnerung an die einzelnen Elemente, aber ich weiß, dass ich das super gerne gespielt hab. Und so enttäuscht war, dass der zweite vieles falsch gemacht hat. Also irgendwas hat diese Spiele mir ausgelöst, dass ich's die ganze Zeit erwartet hab eigentlich. Ja. Und wie gesagt, traurig bin. Okay, aber dann haben wir noch mal eine Empfehlung dafür. Gerade auch FIFA 2002 Kappa. Also das ist halt so ein Ding, Leute. Weltmeisterschaft. Also da müssten wir jedes Jahr all diese Sportspiele mit dem Jahr immer reinnehmen. Das ist irgendwie, find ich, deswegen schon ein bisschen klar, warum die nicht drin sind. Ja, aber du kannst dich jetzt auch nicht für alle Spiele entschuldigen. Railroad, Rollercoaster, Tycoon. Es gibt so viele Spiele, die irgendwie kamen. Hot Puzzle 2? Das war auch in dem Jahr. Boah, ich hasse euch. Die Zimmer musste ich nämlich doch entschuldigen. Ich muss bei der Vorauswahl mal dabei sein. Da muss ich reinkommen. Da wird nämlich wirklich Geschichte geschrieben. Das hier ist nur so Mainstreames, rumgebimsel da. Zehn Punkte, neun Punkte. Vorher wird entschieden. Da müssen wir die Leute aber da draußen auch alle mit in die Vorauswahl holen. Da müssen wir einen eigenen Stream draus machen. Erst mal das diskutieren, das ist schon wieder eine eigene Show, würde ich sagen. Ey, wir kommen nie dahin. Das dauert wieder Monate. Was sagt denn Colin zu Spielen, die wir vergessen haben? Das würde ich auch gerne wissen. Kontra ist drin, er ist zufrieden. Ne, ich baue, ich bin um die Uhrzeit und nach allem, ich merke es so gerade ein bisschen, ich bin ein bisschen nicht mehr ganz auf der Höhe. Genau, ihr habt es im Studium auch, super heiß, Studio. Ne, ich finde, es wurde zwischendurch mal bei Gothic, glaube ich, laut gesagt und eben auch nochmal, es ist halt so die, unsere RBTV und eure Liste da draußen. Deswegen ist es auch völlig legitim, dass ein Gothic 2 so unfassbar weit oben ist und es ist auch akzeptabel, dass ein Kontra so weit unten ist. Man kann weit darüber diskutieren, ob ein Kontra überhaupt in eine Top 25 reingehört. Genau wie Panzer-Dagoon-Orta. Und da wird aber jeder wahrscheinlich zehn Kandidaten haben, die er vermisst und genauso zehn Kandidaten, die er oder sie da rausschmeißen würde. Das liegt in der Natur der Sache, aber es hat einen Riesenspaß gemacht mit euch und auch da draußen mit dem Reaktionsabgleich. Einfach mal wieder so abzutauchen, in so Jahren Überblick zu bekommen, was in diesen zwölf Monaten eigentlich so gelaufen ist. Ja, und auch zu gucken, wie ändern sich vielleicht so Einschätzungen? Was fand man mal super gut, was nicht? Und was ist gut gealtert, was weniger. Und ich schließe mich auch eurem Urteil an, Vice City ist dann einfach so der salomonische Common Ground. Und das meine ich gar nicht despektierlich, sondern ja, das ist eines der wichtigsten Spiele überhaupt, was eine unglaubliche Bedeutung bei sehr, sehr, sehr vielen Menschen hat. Ein legitimer Platz eins. Mark of Greece auch 2002. Justin, ich will ja nur einfach, hat jemand genannt und ich weiß. Das war die Japan-Version vorher. Ja. Ich will das dir ja nur mal sagen. Aber an dieser Stelle bitte ich mich jetzt auch. Anno war auch 2002. Alter, was ein Jahr. Wenn dir noch was einfällt, schreib's doch auch gerne in die YouTube-Kommentare. Genauso wie ihr da draußen. Das werd ich machen. Haut euer Feedback da rein, bitte lasst ein Like da und kommentiert, was das Zeug hält. Denn es gibt einfach die, also, wir haben es ja gemerkt in dieser Show, das Diskussionspotenzial ist riesengroß. Und dieser Abend ist nun am Ende und ich glaube, wir freuen uns aber jetzt schon alle auf das Spielejahr 2003, denn diese Sendung wird es definitiv geben. Ich bedanke mich bei euch, bei meinen Gästen fürs Mitdiskutieren. Und du hast noch ein letztes Statement? Ja, einer muss es ja sagen. Das hat keiner gemacht. Wir müssen uns bei dir bedanken, weil du das super moderiert hast. Oh, vielen Dank. Weil das ist mega aufwendig und du hast dann noch jemanden im Ohr und du hast hier jemanden, der nicht mal physisch anwesend ist und hier schon seinen fünften Rotwein trinkt. Geistig. Ich weiß, du hast es sogar nicht mitgezählt. Was willst du mir sagen? Oh, vielen Dank. Das freut mich. Und ich bedanke mich natürlich auch vor allem beim Chat und bei den Leuten da draußen. Der Chat hat auch zwischendurch kurz das Gefühl, wir lesen ihn nicht. Aber wir haben euch natürlich die ganze Zeit dort und dort. Also, danke an alle. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Und danke an die Regie und vor allem auch Berti, der das hier alles wunderbar vorbereitet hat. Die ganzen Matzen und so. Sehr schön. Es kommt manchmal nicht so rüber, aber es ist unglaublich viel Arbeit in das Ganze geflossen. Ja, und damit würde ich sagen, wir trinken noch unseren Absacker zu Ende aus hier und müssen dann aber auch ganz schön ins Bett. Ciao, Leute. Tschö. 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 Vielen Dank.